Ich weiß nicht, was das sein soll, aber ich habe jedes Mal gerade Probleme mit der Scheiße hier. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum ich so viele Probleme zur Zeit habe mit all dem Scheiß. Vielen Dank. 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 Okay. 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 versuchte fünf tagen dichter bauer bestimmte hat doch meine anrufsliste gucke ich gerade durch einfach nicht einfach gelohnt der übte druck auf dich aus das geht aber nicht so ein quatsch ich habe mit der staatsanwaltschaft gesprochen weil es euch das interessiert sollte euch interessieren wenn ihr mal kein speed ausdruck machen könnt ja dann könnt ihr den trotzdem verknacken und eine strafe reindrücken wenn er zu schnell ist okay ich habe mit der staatsanwaltschaft geredet wenn ihr wenn ihr auch nicht was mit der geschwindigkeit machen könnt könnt ihr gefährlichen eingriff und straßenverkehr nehmen wenn ihr kein speed ticket drucken könnt okay das heißt ich kann nicht spätigen anhänger bei den resten sie können aber die staatsanwältin sagte auch man kann auch dinge der kann ja dagegen vorgehen und wenn das dann zu unruhig das kriegt das wieder aber es ist nicht so dass nur das beating vor gericht zählt das stimmt nicht wenn jetzt wir waren nämlich von drei office also drei leute hast du das beobachten und wir fahren mit 60 hinterher und können die sterben bleiben wir sind mit 100 hinterher gefahren durch die stadt ja dann sowieso und ich wollte zu sagen weil das ein bisschen anders kommuniziert wurde macht es ruhig drückt in das rein und man sich die augen brauchen wir mindestens zwei das reicht schon mehr als die haben genau und im grunde wie gesagt selbst wenn die zufrieden im auto sind zwei wagen die hinterher fahren sonst gleich ein wagen ist halt wie gesagt ne lasst euch da nichts erzählen oder so auch wenn ihr kein speed ticket habt wenn die sagen ihr habt den beweis dann sagen wir ja geht doch ganz gerne danach beschweren wenn es zu unrecht ist okay aber wir dürfen das abkassieren alles klar ja ja ich melde mich gleich wieder ja und wir holen gleich bradley ab dass wir den beweis brauchen damit wir das abkassieren müssen aber wenn du jetzt sagst dass wir das abkassieren dürfen und es sich dann halt später hinterher beschweren darf den beweis brauchen wir dass die nicht mit der beschwerde am ende durchkommen können oder aber selbst also die aber selbst wenn wir keinen beweis haben wenn wir mehr zeugen haben und wir alle bestätigen können schneller gefahren dann nicht mehr das wir hatten gerade eine verfolgung also nicht mal so schnell gefahren stadtpark wir sind mit 100 hinterher gefahren und wir haben ihn erst in west ls angehalten er ist nicht abgehauen oder so er ist einfach nur so schnell gefahren und wir sind nicht hinterher gekommen und das alleine würde schon vom gericht vor gericht bedeuten dass er viel zu schnell gewesen sein muss ja ja alles gut dass eben noch nicht fragt denn wie es funktioniert den brett bringen wir dann auch hier hin und dann können wir das mit einhalten und zwar ganz kurz ja der bradley ruft mich gerade schon an deswegen er ruft immer einen an dass er gerade kommt und zwar kannst du was aufnehmen jetzt werde ich angerufen das ist wahrscheinlich berglieb ja okay ist denn ja pass auf der commander muss zu der kirche also haben wir entschieden während du hablo bist fahren wir den rüber und holen dich jetzt ab wir waren nicht schnell genug dass du es nicht merkst schein ist ja 1,5,10,30 pp alles klar sind gleich wieder am mpd bis gleich das ist ein schwarz hier da braucht man halt auch eisernen willen dann um sich das hier anzutun ne mhm das ist dann die problematik dann verliert man mehr leute statt dass es wieder besser wird hat jemand was zu essen dabei ich habe corndogs glaube ich noch das wäre super wenn ich da was bekommen aber wo ist denn der jetzt bradley weiß ich hast du den am telefon gehabt ich hatte den am telefon der hat gefragt wo wir sind so wer von euch ist mir der jetzt jetzt ruf ich den an und frag den wo der ist wo bist du jetzt schau mal jetzt verklebt hat er sich jetzt zu geklaut wo bist du jetzt gib einmal mein corndog zurück ja gut bis gleich dankeschön hier nimm deinen hund kornhund danke danke mein maishund ist mir wichtig der mensch ja hey jetzt aber ganz schnell hier willkommen im taxi service 56 na hör mal wir fahren besser als das taxi aber auch nicht grandios besser ist es junge 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 422 wieder aktiv auf überführungsfahrt ist das kompliziert ey jetzt sind die auch auf überführungsfahrt ne ich krieg zu viel ganz ehrlich man ist das jetzt kompliziert ey heute fahrt anständig kann ich nicht jagen jetzt ja das ist halt der gefahren stufe halver geschuldet weil wir einen dreier streifen brauchen wir haben weniger präsenz in kombination dass wir niemanden da haben ja auch na gut das haben wir ja gott sei dank drei neue officer die dann wieder wie ich damals mit zwei gut und als auch für science gerade geworden vor allem so nicht sind da jetzt auch eine ausbildung dementsprechend können wir jetzt natürlich mehr schulen das wäre es umso schneller als wieder ein paar officer dazu kriegen aber problem liegt ja in der generellen menge an leuten die wir gerade da haben und nicht nur nur recruitern oder officer ja es ist ja nicht so wie damals dass wir mehr recruitern als officer regelmäßig haben und dass die recruitern niemanden mehr haben das ist ja zum glück noch nicht der fall warum stehen denn da so viele autos ich weiß es nicht du willst außer dienst ja genau ich möchte gerne außer dienst okay ich bin schon lange da ich hab den wagen jetzt nicht gedankt ach wieso den wagen den nehmen wir doch gleich mit wir fahren gleich weiter ja ja alles klar lass ich dich vorne raus danke nicht aussteigen bis ich es dir sage ja passt auf euch auf jetzt darfst du okay stay safe stay safe ciao so nowland willst du wieder fahren mir egal du kannst auch gerne weiter fahren mir ist das recht mir auch egal also ja was ist jetzt hier streifen bleibt ja geil und was ist mit dem arily nix der hat gleich ein gespräch der ist zu zweit unterwegs mit dem jacobs das ist ja auch wieder super ja vielleicht überführungsfahrt oder keine ahnung na gut schauen wir mal haben wir jetzt streifen die auch aktiv sind 422 aktiv richtung vpd ja richtung vpd das ist ja schon wieder gar nicht 431 aktiv check in diesen prolapse gibt es neue kleidung wieder mhm 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 ich dachte vielleicht gibt es eine gruppe an sportlich aus also irgendwas wo sehr sportlich leidete leute mit sachen die man bei proreps rdp unterwegs sind dass fall sich mal irgendwo untertauchen müsste in einer menge ich dafür gewappnet bin Bestimmt. Ja, schönen guten Tag, Öztürk hier. Und zwar wollte ich mal wissen, die Wohnungen gegenüber vom Vespucci Police Department, laufen die über Sie, oder? Ja, verstehe. Ähm, gut, und alternativ, ähm, haben Sie aktuell irgendwas frei? Äh, ja, ähm, Jetty vielleicht? Ja, aber wenn du kein SMS mehr hast, Nolan, ne? Ja, wir müssen noch kurz zum Luna-Market. Bist noch ein Corn-Doc übrig, dann fahren wir lieber zum Luna-Market. Wenn besser ist. WP, die 18 meldet sich ab. Ganz herhaft. Will die mich jetzt verarschen? Ich fand das schon, die hat gestern um 82 plötzlich einen Grillkreis zu decken. Äh, ja, und, äh, zur Miete dann, ja, oder? Was ist denn hier jetzt los? Der würde wahrscheinlich auf dem Klo sein. Ja, aber ganz schlecht das Timing hier. Ja. Ja, ähm, okay, und, ähm, hört sich gar nicht so verkehrt an, ähm, alternativ, äh, gibt's sonst noch irgendwie was? 431, 1020 Luna-Market. Von Meteor Street bis, ja, eigentlich, checkt. Ich hab nie am Wohlen gestoppt. Äh, 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 äh. Äh, äh. So, was gibt's denn so? Ja, ich glaube, ich bleib mal nicht bei Korntuck, sonst... ...zu monotonisch schlecht, oder? Die sind halt nicht sehr nahrhaft. Aber die schmecken gut, ist mir egal, dass die nahr... Klarschnitten schmecken die gut. 53 für die Leitstelle, komm. 50, komm. Start auf Standort, komm. Komm, ich kauf so Paninis. 10, 20, wie bitte die Etage 3, komm. Nicht nur so Tomatenfetertaschen, oder? Also nicht schlecht. Besprechung auf der 3, komm. Besprechung auf der 3, komm, oder was? Check. Weitere Ende. Ja. Alle besprechen sie was. Hm. 65, Funkcheck. Check. Übermorgen oder so nochmal Bescheid geben. Dass ich ihnen jetzt was verspricht, was ich da nicht halten kann. Sollen wir auch nicht. 4, 3, 1, wieder aktiv. Ja. Auch gut, wie ich den Fahrer ist jetzt einfach gehijackt habe. Check. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Okay. Dann, ja. Alles klar. Gut, dann mache ich das so und dann, ja, wissen Sie ja Bescheid. Super. Danke Ihnen. Ihnen auch. Tschüss. Hast du was gefunden? Ja. Also ich habe gerade was angefragt, aber schon auch ganz schön teuer. Wie viel? Ja. Also 300 Tacken pro Tag ist schon. Boah. Also ich zahle ja für die Wohnung, in der ich wohne, 200 Tacken am Tag. In was für einer Wohnzüge? Äh, in den Vespucci-Kanälen. In so einer Villa? Äh, nein, nein, in so einer Maritimwohnung. Das ist diese Mittelklasse-Ding, ne? Ja. Da war ich damals bei der Besichtigung, als ich das geöffnet habe und dachte mir, dafür will ich das nicht zahlen. Ja, das war halt damals sinnvoll, weil ich halt eine WG gegründet habe und die haben halt zwei Schlafzimmer meist. Ja, dann macht das Sinn, das stimmt. Ich war alleine, da hat das nicht Sinn gemacht. Ja, alleine macht es auch keinen Sinn, da 200 Tacken für eine Doppelschlafzimmerwohnung zu zahlen. Ja. Wobei ich 200 Tacken für Mittelklasse schon spannend fand. Ja. Also 200 Tacken per Tag. Ja, nicht gerade wenig. Ja. Haben wir Nordstreifen? Nö, wir haben in der Stadt. Haben wir überhaupt jetzt noch aktive Streifen? Außer uns? Ja. Die kam auch eben erst. Ja, die hat sich abgemeldet. Wir haben alle gesagt, warum? Ich weiß es nicht. Ja, der Kokon kommt nach der Lackierei zumindest wieder, was auch immer, wie lange das dauert. Mhm. Ich muss mir erst mal mein Auto kaufen. Aber ich habe nicht genug Geld. Was willst du kaufen? Ein Glendale Custom würde ich kaufen. Ja, der kostet doch nichts. Ja, 15.000 ist immer noch etwas. Ja, was hast denn du? Ich habe fast 14.000 jetzt gerade. Also ich komme eben nachher. Ja, dann geh hin und bestell. Im Prinzip könntest du es bestellen, die 14.000 anzahlen und bis dahin hast du ja das skäbiges Auto da ist. Ja. Richtig. Stimmt eigentlich, ne? Na egal. Ich habe es ja nicht eigentlich. Aktuell mit dem Fahrrad oder was unterwegs? Nee, nee. Ich habe ja, ich habe schon zwei Wagen und ein Motorrad, sonst nicht. Da braucht man natürlich dann einen dritten Wagen. Ja, natürlich. Ja, ich habe keinen vierten, ja. Hallo? Mein Impala und mein Motorrad können beide schlechte Leute transportieren. In den Brio habe ich nur zum Spaß. Ja, okay. Verständlich. Den Brio habe ich dafür, dass ich mir ab und zu mal eine Nahtoderfahrung geben kann, weil ich bei 30 versuche um eine Kurve zu kommen mit dem Ding. Das ist alles durchdacht, was ich mache. Seit einem Hunderttausender kaufe ich mir halt vier, fünfzehnter Hause da und lackiere die um. Das Pd, wie kann ich mir helfen? Ja. 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 Ja, ne Rufnummer. Äh, warten Sie. Ich meine, das ist die 924. Richterschaft? Alles klar. Bis dann. 529. Ja, ja. Okay, dann ist das wichtig. Das war... Die Robins ist noch Rekruten, ne? Äh, Robins müssen noch Rekruten sein, ja. jetzt war ich aber hier eigentlich mehr habe als ich wollte machen wir einen kurzen abstecher bei der gokart bahn wirst du ja gokart fahren oder was hast du Bock ja lass mal im dienst gokart fahren ja normal wenn wir keine streife da haben dann können wir auch gokart fahren oder gokart streife richtig im zweifel fahren wir mit dem gokart an also gokart streife mit so dings mit so ein blaulicht unterm arm würde ich fühlen und das sirenengeräusch muss aber selber machen wie du wie du wie du wie du wie noch mal wie du wie noch mal was ich mache oder nicht so leise ja ich dachte hier mal ein bisschen vorführe mit den laden und alles bei mir gibt es keine demonstrationen du sollst auch nicht demonstrieren hier aber ich sollte jeder demonstrieren wie ich ein signal machen würde auf einem gokart aber keine demonstrationen eine demonstration davon wie ich das mache doch doch aber nix los auf der gokart bahn alle bei außen unterwegs wart ihr hier schon gokart fahren oder was ich war einmal ja ich noch nicht tatsächlich war wild aber mir hat ein bisschen gefehlt das ding ist die gruppe mit der ich war hatte zu wenn ich leute die mithalten können das muss man mit leute machen die das können glaube ich dann bockers muss mit deiner frau machen ja die muss das dann aber auch können ich habe mir gesagt ja wundert mich nicht da war du spaß natürlich hat mich gewundert wenn dich das gewundert hat aber ich bin da ehrlich jetzt nicht gewundert hätte dass du eine frau hast wieso nicht das hat mich gewundert wenn du dich das gewundert hätte dass ich keine habe habe ich gesagt nämlich wundert gerade alles weil mich ich wundere mich gerade dass du dich über alles wunderst und ich würde mich darüber dass sie so viel über wundern redet das bewunder ich ja super gefahr in stupe alpha ich will und dann wird einem gesagt wenn man außer dienst ist es war mehr gefahr als im dienst wenn im dienst alpha ist bin ich außer dienst muss ich mit mp laufen oder wie ich war einen abend nicht da und dann kommt so die scheiße auf einmal ja passiert ich bin einmal wieder da warte mal wie muss ich denn jetzt hier nach links abbiegen hier quasi über die gleise oder links vor der welt ja aber mal schauen ob davis mördergang wach ist nein was an sein wagen steht da einer seiner wagen zumindest da glaube ich auch mehr ja aber das geil ist wenn der darin nicht in state prison für die fortbildung geht dann kann der seine aussagen selber aufnehmen fällt mir gerade ein 4 2 2 für deine stelle kommt aber nicht spielen ne ne wir sind 4 3 1 ja für sie einmal ihr streifen geht es aktuell in den norden kommen ich spiele viel spaß macht es die einzige aktive streife draußen waren und hammer hat die stadt bekommen jetzt ist die 4 2 2 und ist ein scout und die passen besser in den norden tatsächlich normalerweise erwischt mich das weil ich sehr gerne scout war ist kalt hat er jetzt hast du jetzt aha gesagt aufgelegt ja hat er oh mein gott hops genommen ja wir verarschen uns immer was was das nächste mal passiert wird ich sag euch jetzt schon wir verarschen uns nur so ein bisschen gegenseitig nächstes mal schickt er mich in 9 als leitstelle schickt er und schreit haha hihihi warte hihihi wenn er dich natürlich selber hochschickt hat das aber nicht wieso was ist oder was ist warte na hörmach hihihi 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 You gotta take it day by day Keep it moving forward no matter what you say Ey, Bruder, sorry, man, war nicht so gemeint, ey Na jetzt los hier Können wir uns wieder lieb haben? Oh nein Hast du mich gefickt? Haha, viel Spaß Was? Ach, lass nicht drüber reden, ey Okay Hinterfragen's einfach nicht Nee Hinterfragt am besten gar nichts mehr Sollen wir mal dem MDR Community Policern gönnen? Ja, können wir machen Jetzt haben wir ja drei Streifen Jetzt haben wir ja Ja, fahren wir mal ein paar Runden Schau ich mal Schau ich da mal an Mal gucken, was bei denen so los ist Schee, dann gucke ich mir doch mal, was da los ist, ja Ich seh Schau einfach mal Schuchen einmal an, unbekannt so, ne Für fünf Stunden mit Jörg, gell Fünf Stunden MD-Einsatz Das war wirklich schön Damit 45 Minuten lang 20 Mitarbeiter aus der Tiefgarage rausfahren Ey Da hätte ich einen Zeitansatz von 10 Minuten gesetzt Und mehr nicht Ich weiß auch nicht, was da abging Guck mal, aber sie haben das Security hier vor Ort Ich dachte, die haben keine mehr Hm Weiß ich nicht 4-3-1-10-20-MD Community Policing Richtiger Anschlag hier Mhm Muss mal richtig on guard sein Wenn du neben ein Gehirn öffnest Wunderschön Hallöchen Schauen wir mal, was los ist Guck mal Gürste Blumen Ne, eigentlich nicht Ja, geht Ja, was machen wir jetzt Ne, ich hab keine Ahnung Einen wunderschönen Wie ist es? Wie ist es? Ja, keine Ahnung Wollten wir euch fragen Wie ist es bei euch? Ja gut Die haben halt gesagt, dass sie jetzt erstmal wieder stationär Leute von uns hier haben wollen Mhm Das war natürlich jetzt heute alles ein bisschen spontan Ich sag mal, Sommer doch Geht an uns nicht einfach so vorbei Ja Ab morgen haben wir aber auf jeden Fall ab 16 bis 0 Uhr mindestens zwei Leute hier stehen Also den kompletten Tag über Den kompletten Tag über, alles klar Weiß ich was halt Das ist ja wunderbar Sollte da, sag ich mal, eine Stunde zwischen sein, wo es enger wird Dann konzentrieren wir euch natürlich Mhm Ja, dass wir da sagen, pass auf, ist keiner von der Security jetzt hier vor Ort Aber ich denke, dass das morgen und übermorgen auf jeden Fall ohne Probleme funktionieren wird Okay Ähm Wenn irgendwas ist Wir sind ja auch immer wieder mal da und schauen mal nach dem Rechten Genau Ansonsten Ihr kennt ja unsere Nummer Die 911 Das übliche man kennt Das übliche man kennt Ganz genau Super Dann einen erfolgreichen Dienst euch und passt auf euch auf Jawohl, ebenso, ne Ciao, ciao Danke, macht's gut Ciao, ciao Ciao, ciao Und wenn wir jetzt hin Wer geht jetzt wieder oder was? Mit den MD-Lealern mag er nicht quatschen Okay Ja, was machen wir? Ja, die MD-Lealern magst du nicht oder wie? Ja, ne Wir sollen ja nur Community Policing machen, weil äh Wir können auch mit der Blumen da mal quatschen Mal fragen, wie es geht Okay, frag mal, wie es geht Super Dann gucken wir mal nach So, oder soll ich sie für dich fragen Na, na Na, na Kann ich hier sagen, dass du schüchtern bist? Na, na 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 So schön Ja, wir plaudern ein bisschen, gestern gut Was haben sie für Blumen? Äh, ja Also zum, äh, zum Hinstellen, zum, 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 zum Blumenstrauß haben Ja, also der Kollege wollte sie nur in ihrem Telefonat eigentlich stören Achso Ja Das war eine super Idee tatsächlich Er wollte Blumen kaufen, damit er sie ihnen schenken kann Guten Tag Ja Er sucht, äh, noch Blumen für eine schöne Dame Also im Grunde sucht der Blumen und der schöne Dame Sowohl ist auch Das wäre aber gut formuliert jetzt Nun Ich hätte Blumen anzubieten Ja Ach, sagen sie von sich selbst, dass sie nicht hübsch sind, oder was? Doch, aber ich bin nicht zu anbieten da Ja Ja, so, ja, ne Also Der Kollege hat ja nicht gesagt, einmal die Dame mit sich sauer Also Ne, ne Ja Deswegen nicht, wie sie Blumen an Ich wiesse nicht mich an Ja Was gibt's denn für Blumen zum Hinstellen? Jetzt zurück zum eigentlichen Dame Zum Hinstellen hätten wir einmal die Dilien, die Nelken und die Orchideen Die sind also, ne, hier einmal die Orchidee Einmal die Nelken und das sind die Linien Ja Gut Hast du Bahnhof verstanden, ne? Ich kenn mich auch null mit Blumen aus Für mich sind die alle gleich groß, muss ich gar nicht sagen Wenn ich meine hübsche Die Links von uns nicht Jetzt die Frage Ja Außer verwelgern Blumen doch, bevor ich da irgendwas sinnvolles mitgemacht hab Wie läuft das, wenn ich ein wirkliches Beet haben will, wo das Zeug überlebt? Also, wenn das wirklich überlebt, also, ne, müsste man das halt dann inzwischen auch mal gießen, ne, ein bisschen abstauben Ja, das weiß ich schon Aber das geht ja nicht mit Blumen, die Also sind das überlebensfähige Blumen, oder sind die schon getötet quasi? Ne, ne, das sind schon überlebensfähig die Was ist denn das Gegenteil von einem grünen Daumen? Ein schwarzer Daumen Ja, genau, den hab ich Ich hab's noch nicht versucht Aber gut, ich glaub, jetzt werde ich keine Blumen kaufen Ne? Warum? Ne, das Jetzt hab ich die Auswahl gesehen, jetzt muss ich schauen, ob das mit dem Riot bei mir passt Aber, ich glaub, farblich wird das schwierig mit meiner Wohnung Also die Blumen passt eigentlich in jede Wohnung rein Jein Doch Hm, nicht wirklich Das, äh, liegt im Auge des BD8, das würde ich sagen Ja, das stimmt Wahrscheinlich Gut, schauen wir mal, ob dem M die Kollegin auch gut geht, oder Kollege? Ja, dann gucken wir mal Während unser Kollege weg läuft Einen schönen Abenddien, ja Einen so, danke, tschüss Hallo, Hallöchen Hallo Wie geht's dir denn? Ganz gut soweit, danke Ja, das ist ja wunderbar Ja, ja Ich dachte, ich tausche mal die Jordan und färg sie nach ihrer Verfassung Das machen sie ja normalerweise Ja, eigentlich machen wir das ja So, von der Skala von 1 bis 10? Ne solide 9 Ne solide 9, okay Wo bleibt 10? Also Schmerzen bis zum Geld nicht mehr, oder wie? Ja, nein Nein, da geht's nur ums Wohlbefinden in den Gefühlen Ja, aber ich kann sagen, sonst würde ich hier, glaub ich, nicht entscheiden Ach so, hier ist 10 gut jetzt, okay Ja, ja Nein, ne 9 von 10 ist ja schon ganz gut so Neun ist ja solide, so gut geht's mir nie Ja, bei mir ist maximal eine 8 Also bei mir ist regulär eine 7, check Ja gut, okay Minimal und maximal, gibt nix Dann muss man ändern denn, ne? Auf ne 9 Ja, weiß ich nicht Ich bin eigentlich mit einer 7, wenn ich keine 5 dafür krieg, zufrieden Okay, gut Ja gut Also lieber immer 7, als manchmal 9, manchmal 5 Ja gut, ja Also das ist dann wieder eine Perspektivensache, ne? Ja, ja, ja Da haben sie recht Ja Und sonst? Wieso der Dienst? Wieso der Dienst? Okay, entspannt momentan, muss ich sagen Ja, heute zum Glück nicht gestern Ja Ja gut, das ist halt, äh Sache hier halt, dass, ja Seit gestern hier, ne? Gefahrenlage und so Ja, war für beide unsere Behörden wild gestern Ja Naja Naja Und wie schafft man das schon? Na klar, schaffen wir alle Haben wir bis jetzt immer geschafft und werden wir auch wieder schaffen Richtig Alles klar, da wollen wir nicht weiter von der Arbeit abhalten, ne? Und dann seien sie ja Und ansonsten, wir schauen immer wieder mal vorbei Sehr schön Wunderbar, dann bis später, würde ich sagen, ne? Tschüss, 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 tschüss Der weißer hat abblitzen lassen Lässt du mich vor, Ronny? Habe ich dann gedacht Na klar Du kannst auch fahren Ne, ne, fahr du weiter Ich bin die letzten Tage schon auf den Hube gefahren So, ich bin hinten auf dem Kindersitz Super Auf den Ronny müssen wir aufbrechen Ja 431 wieder aktiv Hat jemand einen Schnuller? Ne Da bist du alt genug für Den brauchst du nicht mehr und wenn du den brauchst, kauf ihn dir selbst Dafür wirst du vom Vater Staat bezahlt 422 1030 VPD Zeugenbefragung Check Ich habe gehört, ich gehe 20 Uhr außer Dienst, damit ich gestern nicht wiederhole Wenn ich es nicht da bin, läuft es bestimmt anders Ich hatte das Gefühl, heute wird es noch schlimmer Ja Ja, aber nur, weil wir nicht genug Leute haben Aber das Gefühl habe ich halt leider auch Der Prozess um 20 Uhr gegen Enrico Fernandes wurde abgesagt Info-Leistelle Ende Na, das spricht schon mal gegen noch schlimmer, das ist gut Ja Die Stadtparkgang am Stadtpark ist am Start Mhm Das Herz der Stadt, wie es Mr. Anderson so schön gesagt hat Das Herz der Stadt Das Herz der Stadt Gut, ich bin Gott sei Dank, der heiße ich Jo, wunderbar, freut mich Ja, auch cool zu wissen Ja, auch cool zu wissen, dass dir einfach jemand die Info-Leiststelle wegnimmt Einfach so mal kurz Hattest du die die ganze Zeit? Ja klar Einfach so nimmt die die Ja, kann sein, dass Ray die Weg genommen hat Wegen FPM Wegen Odia, das weißt Weil wir aktuell noch drauf warten Sind das auch schon geklärt? Oder? Nein 4, 3, 1, 10, 30, nördlich Stadtpark Also, laut meiner Information ist da noch nichts geklärt Wir warten immer noch Naja Was brauchen wir von denen nochmal? Erste Hilfekästen Wir haben jetzt im nächsten neun Monat und wir haben noch 08er-Eck-Kästen Das läuft ja wieder alles wie geschmiert hier, hör mal Ja, ja, wir kümmern uns da schon drum Besser ist es, ne? Das ist nicht das Problem Das ist nicht das Problem Aber das ist ein anderes Problem Die Lieferung Die brauchen immer so ewig Beim letzten Mal haben wir eine Ne, beim vorletzten Mal haben wir eine Lieferung sieben Tage nach Monatsanfang bekommen Das heißt, wir hatten ungültige Verwandtskästen dabei Aber da konnte ja niemand was machen, wenn wir halt auf die Lieferung warten, weißt Inzest Warum reden die im Bus über Inzest? Haben die gerade wirklich Inzest gesagt? Ich habe auch irgendwie sowas gehört, aber ich habe gehofft, ich habe es nicht richtig verstanden Hä? Na gut Wer fährt denn die Putzfahrer miteinander über Inzest oder wie? Wer fährt denn da mit? Fährt einfach ein Bus an dir vorbei und redet über Inzesten Also ich glaube, das ist auch ein Zeitpunkt Sind deine Geschwister aus Alabama da oder was ist da los? Ist doch aus Alabama Kennst du nicht das Sprichwort mit Inzesten in Alabama? Ne Und das Bruder und Schwester miteinander vögeln? Ne Ne Okay Schade Also ich weiß, es gibt irgendwie so ein kleines Dorf anscheinend Irgendwo in Amerika hier Das wo irgendwie nur Familienmitglieder vögeln und Naja, das ist in Alabama, soweit ich weiß Darum kommt es ja auch Aber Alabama ist doch voll groß Klar ist Alabama groß Ja, aber da leben dort nur 100.000 Leute Das Dorf ist schon die Hälfte von Alabama Das wie Jusland so klein ist so ein richtig Dorf glaube ich Also Ja, ja Der Wärmer bestimmt Ja, ja Natürlich 100.000 und so Also ich hab grad mal bei Benchern nachgeschaut Einfach 4,9 Millionen Ja gut Aber da ist bestimmt jeder mit 130 Millionen Dann ist das nicht viel Im Vergleich zu den Fläche, die das einnimmt Ja, du weißt schon Dass das nicht nur 100.000 sind, das weiß ich schon, ja Ja, aber mit knapp, was weiß ich, 4,5 Millionen Leute Das ist, äh, keine Ahnung So groß wie Weiß ich nicht Ja, so groß wie Berlin und Umland Zusammens Richtig, aber wie groß ist Berlin und Umland Im Vergleich zu der Größe von Alabama Oder Berma So groß wie halb Deutschland von der Fläche wahrscheinlich Äh, ja lässiger Benchern, ne Ja, schau mal nach wie groß die Fläche von dem Zeug ist Einmal Fläche 135.000 Quadratkilometer Ja, dann schau mal was Deutschlands Fläche ist Ja und Berlin 891 Quadratkilometer Ja siehst du Das wievielfache von Berlin ist das dann? Ja, ist ein bisschen größer Ja, ein bisschen 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 Ja, hör mal Na, hör mal Na, hör mal Achso, wir sind ja wieder aktiv 4,3,1 aktiv 4,3,1 aktiv Check Wer ist denn jetzt Leitstelle? Doch, wer ist jetzt Leitstelle? Äh, war da Er hat sich eine Co-Leitstelle dazu geholt Ah, ah, Clara Robbins Achso 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 Wie viele Streifen sind jetzt eigentlich gerade draußen? Ich schätze 2 oder 3 2 2 2 aktive Streifen Amen 1 ist 10,30 Vipidi Haben wir Kollegen Überschuss? Und eine 2er Streife ist gerade auch 10,30 Vipidi Also 2,10,30 und 2 aktive Die 5,1,8 ist mit Tremblay und Jacobs All right Okay, dann mach ich es ja Ja, okay Aber ich soll zu ihm Tremblay sagen Du sollst zu ihm Tremblay sagen Ja, ja, weil er wohl in der Scheidung ist gerade Keine Ahnung Irgendwie soll das nicht erklärt Oh Das heißt der Birdcamber jetzt Richtig Dann haben wir noch 5 Leute in der Ausbildung Wir haben noch 5 Leute in der Ausbildung Drei Rekruten Fox und Sykes Achso, die macht ja ja ein Modul, ne? Ja Wunderbar Ich glaube da ist heute Verhaftung Also bei mir ist heute Feierabend, nicht wahr? Aber wir schauen mal nach Vespucci Da bin ich noch nicht lang gefahren heute Dabei sind das doch meine besten Freunde der Stadt Na, sogar richtig getippt, Verhaftung Super, warum bist du nicht in der Ausbildung? Hä, warum soll ich in der Ausbildung? Keine Ahnung Und die Police hätte mir jetzt Ausbilder maximal Ja, hier ist 20.30 WPD Check 424 Aktiv Richtung WPD Ja Äh Ja Ich habe gehört, äh State Prison mit dir oder was? Ja Wie ist State Prison mit mir? Ja Check State Prison fällt doch raus Ich muss doch nicht in den Knast hier, was ist los? Was meinst du jetzt mit State Prison mit mir? Ja, Ausbildung Ich habe gehört, äh Ab in Norden mit dir, Prison alles, Vollprogramm Ja, was meinst du jetzt? Soll ich die machen oder was? Ja Ja, ich habe die schon gemacht, aber die wird heute abgesagt Ja Ich habe aber auch gehört, du willst da richtig so richtig, ne? Von wem hast denn das gehört, dass ich da so richtig abgehe? Ja Das hat mir ein Vöglein zugezwitschert Was hast du für komische Vögel? Ich würde die Information deiner Vögel mal anfangen zu hinterfragen Ja, ich habe nur Scheiße gelabert Ja, ich habe nur Scheiße gelabert Aber wer hat State Prison nicht zu dich? Naja, was heißt es, ob State prison was für mich wäre Was gibt Berge, was da zu tun gibt, genau, ne? Hm, kann ich dir sagen, im Haftantritt bist du Werther Ich würde mir sagen, dieser State prison, den, so wie das das letzte Mal lief Während ich einen Gerichtsprozess in 50 Minuten habe, als ich den Benito Chavester eingebaut habe, das war Schwachsinn Wenn das sowas ist, dann brauche ich das mit dem State prison mir nicht geben Ich bin nur für, dass der Template mich danach nicht angekackt hat Warum angekackt? Naja, weil ich mir nicht, weil ich der Erste war, der mit der neuen, äh, Ausbildung da irgendwas gemacht hat im State prison Und das, äh, mit einem Recruiter gemeinsam und ich die Hälfte seiner Haftzeit da gemacht hat Und dann habe ich ihn ins Weepi die bringen müssen und so, das war alles ganz merkwürdig Hä? Und ich war mir nicht sicher, ob ich das in die Liste für den Termplay richtig eingetragen habe Aber er hat es scheinbar verstanden, was passiert ist Wo bist denn du jetzt so verwirrt? Achso, du, du hast die Ausbildung dazu noch nicht, aber hast jemanden hochgebracht Doch, doch, nein, ich habe die Ausbildung als allererster gemacht, in der ersten Gruppe, ja Achso, stimmt, stimmt, du hast ja die Ausbildung mit mir zusammen gemacht Dann war ich quasi der einzige, der da war, der diese Ausbildung hatte Und ich war mit einem Recruiter auf Streife Und dann habe ich irgendwem, ich glaube, Moreno und noch wem, war nicht sogar Ronny dabei? Naja Naja Naja, okay Gut Auf jeden Fall Moreno und noch wem habe ich dann den abgenommen am State Prison Äh, dann saß ich da mit dem 50 Minuten am State, dann habe ich den runtergefallen zum BPD, damit er da weitere 50 Minuten quasi noch abzusitzen hat Weil ich zum Gericht musste Und der von das Minuten hatte Da hättest du, da hättest du doch jemanden hochholen können Ja Es war kein Anderer, der da Befugnisse hat, da Und dann muss das in BPD, der hätte einfach nie, der hätte einfach von Anfang an BPD machen müssen Oder man hätte das wann anders machen müssen, ganz ehrlich Aber es hat ja irgendwie geklappt, aber ganz ehrlich Jetzt melde ich mich nicht mehr, wenn jemand fragt, ob ich diese Ausbildung habe Außer Sykes fragt, weil die, glaube ich, managt, wer das hat und wer nicht, aber die sieht das ja in ihrer Liste Naja Die tragen das auch in irgendeiner Liste ein, ich weiß jetzt aber nicht in welche Ja, ich meine, für das Esti hat der Kowalski mich gerne hier lang gefragt, aber da ist seitdem nie wieder was passiert Jetzt gehe ich scheinbar nicht vor Grenzig Was sagst du? Wie, du wolltest doch ins Esti Ja, wäre okay gewesen, aber Kowalski hat mit mir gesprochen, hat Leute gebraucht und seitdem ist nichts mehr passiert Ja gut, aber die ganzen Leute warten ja auf eine Versetzung, nicht nur du Außer, dass Balu strafversetzt wurde Naja, ich wurde auch schon gefragt, ob ich ins Esti versetzt werden will Von Kowalski Ja, weil der Kowalski braucht Leute, aber irgendwo zwischen Kowalski und dem Chief in der Kommunikation geht das unter, habe ich das Gefühl Also irgendwo hakt Ja, keine Ahnung Ich nehme nicht an, dass er bei Kowalski hakt, dass das wartet Ja, keine Ahnung, mich hat Kowalski mal gefragt, ob ich da Bock drauf habe, ich habe gesagt Ich würde es machen, wenn ich wirklich der allerletzte wäre, der noch übrig bleiben würde, wenn niemand mehr sonst wollte Ich war da sehr viel motivierter, ich habe gesagt, ich war eh schon 80% der Zeit, dass wir gewächeln können im Norden, und dann würde ich das zumindest legitim machen Dann komme ich mir nicht mehr komisch vor, wenn ich im Norden war Gefühlt kenne ich mich in Sandyshows ja besser aus, als in der South mittlerweile Da gibt es aber auch nichts zu kennen Ich bin so Du musst nur wissen, wie jede Straße ist irgendwie mit den Mail-Ans Der Leiter ist für die 69, komm Affiliiert Einmal bitte die 999 wieder nach Vergeben, komm Wow Gut gemacht, komm 69 Ende Die Ausbildung ist wieder da, will ich wieder auf meiner Ausbildung bleiben? Ne, die haben sich abgemeldet Wie, achso, die sind jetzt erst raus? Japp Oh mein Gott, ich kriege Kram Um 19.15 machen die Module? Scheinbar Und die hinterfragen nicht mehr in Englisch Woher kommst du eigentlich? Polen, ne? Polen Herr Vichurik, mal eine andere Sache, ja? Woher hast du... also die Wohnung... du wohnst gegenüber vorm VPD, ne? Richtig Ja Und woher hast du die Wohnung? Von einer Person, die da ausgezogen ist Die dieser mir übergeben hatte Aber nur... aber das ist privat nicht deines Team, ne? Das ist nicht deines Team, ne Ja Okay, und wie viel... warte mal Und wie viel willst du jetzt, dass ich dir Geld gebe, dass du da... dass du mich da einziehen wirst? Ja, warte mal, dann brauche ich aber eine andere Wohnung Ich geh jetzt hier nicht aus der Wohnung raus und hab nix anderes Warte mal, warte mal Ne, ne, okay, ne, ne, ne Ich zahle dir Geld plus besorg dir ne neue Ja, was ist denn die... also da musst du mir dann erstmal die andere Wohnung, äh, sagen, bevor ich sagen kann, was ich an Geld will, ne? Weil die Wohnung ist schon echt gut für mich gerade Also ich sag's dir so, warte bis ich, äh, doch mal ins ST versetzt werde, dann muss ich mir wahrscheinlich eh im Norden irgendwo was suchen Dann hast du besser gehört Und du meldest dich aus dem Funkkreis ab Ja, deswegen bin ich da sehr gerne Ja, ich wohne die ganze Zeit im Hotel und bin nämlich da hin, aber da ist irgendwie nix frei ist Äh, ja, und ich hab hier sehen du wo uns da und deswegen will ich die Geldzeit, was ich da rein kann Ja, das ist ja schwierig Ja Ja Na ja Ei Ich bin ne gute Summe, Vichurek Ja, das Problem ist, äh, die Wohnung ist halt schon gut positioniert, nicht zu teuer, ne? Das ist schon sehr gut aktuell, finde ich Eigentlich möchte ich die nicht verliegen Check Das hat halt auch einen Grund, warum du da rein willst, ne? Aus einem ähnlichen Grund bin ich da wahrscheinlich drin Das ist aktuell quasi die perfekte Wohnung eigentlich Klar, du kommst aus der Haustür raus, musst zweimal umfahren und bist schon wieder auf der Arbeit Richtig Richtig Besonders wenn Benito mich aufs nehmen will, ist der Weg, auf dem er das kann sehr gut Ja Also aktuell ist schwierig weiter weg zu zielen Wobei, wenn ich Glück habe, erkennt er mich und fragt mich, ob ich stattdessen doch was kaufen will von ihm, dass er mich nicht umhaut Ey, Vichurek, pass auf Oh, geht's los Ich zahl dir Kohle auf die Hand Damit du deine Karre kaufen kannst Plus die Lackierung Ja, das Problem ist, ich hab da nicht, äh, größeren Drang, das schnell zu machen und ich mag meine Wohnung ja nie Also ich glaub, das wird sehr schwer Boah, du Geier Ich meinst, ich kann verstehen, aber aktuell ist dieser Da wurden doch ein Müller, ist das unser Müller? Boah, das weiß ich nicht Ah Aber wir haben auch zwei Mellers, beziehungsweise Ja, ja, ich dachte, du weißt, du weißt, wer da nach vorne ist Ich hab keine Ahnung wer da wohnt außer mir ich hab noch nie da jemanden getroffen ich bin ja nie zu hause also außer wenn ich schlafe da hör mal jetzt hier ja was denn er gab das gefühl wir müssen bald in den ordnern irgendwie ja wir waren den interceptor für nordimmunität funktioniert das nicht so lange ein scout noch unterwegs ist dürfen wir hier unten fallen oder so weil ich darf schon wieder tanken wollen das ding ist was ist gerade in den dienst technisch los so nicht auf der stöße sagt mal an loben aktuell haben wir 1 2 3 4 leute im indienst genau das war einer aus dem indienst weil ich sag's euch wie es ist so super lange will ich eigentlich nicht mehr machen heute so auf dieser spät eskalation habe ich heute nicht so den er ich brauche heute nicht wieder drei akten plus machen weil ich mich vergebiet habe es geschafft hat fünf einzusammeln über fünf fünf akten hat er gestern eingesammelt und der hatte davor schon acht offener beziehungsweise hat hat und der und hat beide acht offener wenn die nicht lügen und ja das ist immer so obfuck da kann jetzt endlich mal alle akten hinter mir ja ich nicht ich habe noch ein paar offene du willst ja bald außer dienst na richtig warte jetzt telefoniert er ich telefoniere mal schnell mit silber dann lasse ich halt bennett und zuteilen haben wir noch die dreier streife ja dann kann ich mit bennett tauschen das wird gut 431 10 20 weinboden tankstelle beste danke 431 10 20 weinboden tankstelle 431 10 20 weinboden tankstelle wer checkt denn jetzt hier schon unsere fünf sprüche keine ahnung ich weiß nicht wieso aber der interceptor macht mir lust asozial zu feiern das ist nicht gut für mich das auto mit dem scout habe ich da mehr angst vor der fährt gruseliger die kurven ich glaube das ist gut für mein fahrverhalten ich glaube mir geht es nicht anders aber ich liebe den interceptor trotzdem weil er halt so schnell ist ich habe mir das für unseren rang mhm ja in der endgeschwindigkeit sind sie doch ähnlich oder die beschleunigung ist halt noch viel geiler für die stadt mhm 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 dafür arbeite ich dafür arbeite ich doch mhm 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 pd 31 funk check nach der letzte längst der pdler der welt oder das ist längst der pdler na ja hast du gehört wie er das langgezogen hat das pd 31 wer fährt jetzt bei uns hiermit eventuell ich bin und wenn ich es abgeklärt bekommen ich ruf mal an ich ruf mal an weil sonst müssten wir uns auflösen und er kam gerade in dienst ob der bock ich bin grad wieder drin ja klar ja klar hast du bock mit uns zu fahren ja klar wunderbar da fahren wir gleich ins wibidi bei video requel außer dienst na klar dann komm ich runter gelaufen nee wir müssen das ehemal mit der leistung abklären erstmal ich frage nur ob du bock hast nicht dass wir über den kopf hinweg entscheiden macht klettern ab wunderbar dann ist gleich ne tschau tschau was hat er gestellte parkaus ist doch mal dann soll das jetzt mal fragen warum er zwar ruhig fragen können wenn er drin ist dann springt kurz rein und dann frage oder oder nolan ja wir gehen alle gleich den wagen wechseln ja 4 3 1 10 20 wibidi so dann gucken wir mal ob wir das mit der leistung abgeklärt kriegen aber ich denke schon dürfte kein problem sein am flirten war es irgendwann sage ich das mal ja dann was das weiß ich was los ja das sind menschen ganz viele ganz viele ganz viele die tanken der streife was ist jetzt euer auftrag warum sind ja nicht unser auftrag und die beiden brauchen einen neuen genau ich habe schon mit kokung geredet und ich mache abgang ja ja na du und wie lief es ich bekomme später also über die mail eine rückmeldung ob ich angenommen wurde also ob es positiv ist oder nicht negativ ist was hast du für ein gefühl weiß ich nicht zum einen so zum anderen so 50 50 50 ja gut ich drückte mal die daumen dabei und morgen 19 uhr hast du prüfen pflanzt die gummibäume ich bin ich bin zwar vorsichtig gefahren mit so 20 30 aber dafür bin ich sehr vernünftig gefahren solche leute solche fahrschüler haben die selten also hat der herr selten gehabt ah mein taxi kommt ah ok ja 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 hinter mir eben ist eine dame wo ist denn jetzt keine ahnung wo das ist sehr interessante farbe na gut ok bis dann na dann dir noch einen schönen Abend ne pass auf die auch mach ich ciao ciao wir werden gerade unten in der lobby also Ronja und ich alles klar ich geb kurz klammern raus bin sofort oben jawohl bis gleich tschau ihr aktuell streifengebiet ist ab sofort die stadt nicht kommen gebt nur kurz klammern raus wenn dann nicht so da das hat jetzt so lange gedauert mit der funk weil sie auf sich gehauen Ne. Mhm. Na gut. Wir lassen einfach durchroutieren, das passt schon. Ähh... So, Öztürk, du wolltest gleich... ...ウändlich auch gleich raus... Na ich kann mich nicht mehr dran erinnern wo ich es zu tun habe... Ich bin mit nó noch... Mit Nolan und Cuckoo, da war ich auch noch... Ach, da steht er ja. Hi. Was ist jetzt Phase hier? Hab ich mich gerade wiedergebracht. Ja. Dann fangen wir raus oder was? Dann stehen wir hier nicht wieder einmal. Ja, dann fangen wir... Bist du eingetragen? What? klar oder klar und stimmt ja du hast dich nicht reingezogen ist gut auftrag erkannt ausführung und die du kannte was geht da drüben haben wir einen stdx stehen fliegt da steht drüben auf der seite noch einer 431 aktuell nicht verfügbar wir wechseln auf ein anderes fahrzeug kommen ja hat die 414 so mitkommen quatsch du kannst du sagen dass ich so ein wichser bin oder was wer ist ein wichser naja mei das werde ich natürlich niemals sagen aber meine meine rechte unterhaben ist ja auch stärker als der linke warum wir müssen uns noch kurz umtragen oder muss Ronny machen der macht ja gar nichts der chill ja nur noch also was ist denn das hier für eine arbeitsmoral ich habe heute schon aufs schärfste alles verwarnt alles alles verwarnt aufs schärfste ja ich war vorhin bei miss marshal und darf ich das ja eigentlich schon also erstmal falls jemand fragt wir tun keine leute abstellen im ende weil die danach gefragt haben so nach 19 uhr ey wir haben kein security mehr code black dies das und so da meinte miss marshal ja sollen die sich ein anderes security unternehmen suchen wir haben die kapazitäten nicht geht ja aber auch wenn wir sie haben wir sind ja wir übernehmen ja keine security aufgabe wir waren ja vorhin noch stationär sind ja wir wollten ja wir waren ja vorhin noch kurz im md und da haben sie auf jeden fall drei von der security rumstehen oder zwei mindestens und ab morgen oder so soll es dann besser werden bei denen ja das ist doch gut dann ist doch alles gut ja und da habe ich noch gesagt es kann nicht sein gestern wurden zwei leute geparkt vorgestern da äh moreno da aurelie und kata da ja jeden tag irgendwie in zwei wochen jeden zweiten tag wird einer abgestochen oder so das kann ja nicht sein dass erst der knall also der knall kommen muss dass jemand wirklich den kopf mal abgeschnitten bekommt oder was weiß ich was ins herz gestochen bis er tot ist ja dass man da schon ein bisschen vorbeugen muss habe ich gesagt das geht so nicht und ja und da habe ich gesagt also ich bin nicht einfach so mit anmeckern hingegangen also nicht meckern aber halt ne sondern da habe ich gesagt ja ich habe gesagt ab zum beispiel 19 uhr oder 20 uhr ja dass jede zweite oder jede dritte streife mit einem supervisor besetzt sein muss und die streife wiederum ein shotgun dabei haben soll ein stecken ob dann ich muss ganz kurz und ziel von hin wo die woods schon aufgeregt zurück noch mal ein mit dem stock in der schaut ganz schön und das meint ihr das doch wieder und dann gibt es keine aufsicht beschwerden und so also ich habe gesagt jede dritte streife muss eine supervisor streife sein mit einer shotgun das heißt am abend hast du so zwei oder drei streifen also eher zwei draußen mit einer shotgun das führt dazu natürlich dass wenn jetzt ein einsatz ist muss ja die supervisor streife als el anfahren und die wiederum haben dann in so krisengebieten sag mal ja zeigen die auch guck mal wer mir eine shotgun die könnte jetzt ihr habt jetzt zwei wochen das ist ja kriegszustand seit zwei wochen ja und dann zeigt man ein bisschen ihr könnt jetzt hier keine fax mehr machen sonst habe ich hier eine shotgun in der hand und dann sieht schlecht für euch aus ja viele löcher viele viele ja ja und in zwei drei tagen hat sich das dann so umgesprochen dass dann dass sie dann neue klamotten die sind schon weg wahrscheinlich gibt es da neue klamotten ja ja da ja heute muss ich die informationen mal kurz weiter gehen und sich auch muss ich ja jetzt auch wie hier zähne ja welche von den sieben jetzt ja mit der mit der ich auch geküsst hatte ich versteckt habe noch im pd und sind bussi bussi und so bisschen ernster sagte ja ein bisschen ein bisschen ernster monni wird erwachsen ich freue mich ich bin ich bin Sehr gut, Kollegen auch hier am Start Ja, haben die selbe Idee gehabt wie wir Verbrecher holen wir heute noch oder? Bestimmt. Sehr gut. Verbrecher kommt raus, ihr seid umstellt. Ist so. Können wir direkt eigentlich einfach rumschreien einfach. Ja. Direkt durch die DMG fahren und schreien, ihr seid umstellt, kommt raus. Was ist DMG? Davies Murder Gang. Achso, guck mal, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Boys heißen, nein. Es gibt die CGS, also die Covenant Grossman. Du musst hier immer schön langsam fahren, wir wollen auch schon ein bisschen, wir zeigen, wir haben keine Angst, ihr Ficker, komm doch her. Ich fahr doch langsam. Naja. Naja. Ja, was? Ich weiß nicht, du fährst doch nicht langsam, oder? Ja, hör mal. Das ist, 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 das ist euer Wir holen euch Ficker, wollen wir damit sagen. Und dann haben keine Angst. Dann fahr ich jetzt nur noch mit 5 Meilen. Ja. Ja, also 10 geht auch. Und wenn einer aufs Auto zugerannt kommt und mit einer Faust aufs Auto springt, dann fahren wir aber wieder ganz schnell weg, okay? Und provozieren aber eigentlich mal so ein bisschen einfacher. Ey, ne. Das war einmal, man war korrekt zu denen und dann kommen die und wollen einen noch ficken. Aber du hast denen erzählt, also ich glaube, du hast dich vertan, oder? Ne, 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 ich hab mich nicht vertan, ne. Ich hab das sogar tatsächlich mit denen geklärt. Pass auf. Ich hab das sogar tatsächlich mit denen geklärt. Die haben, die haben das Erste, also die haben nicht verstanden, also die haben gedacht, also die haben nur die Beleidigung gehört. Ach so, und nicht, dass die anderen das gesagt haben. Genau, genau. Und deswegen wollten die uns ficken, weil wir die beleidigt haben. Oh mein Gott, der kam, Nolan, der kam ans Fenster gesprungen. Richtig aggressiv, Alter. Der wollte mich rausziehen durchs Fenster, wollte der. Das war ihm scheißegal. Okay. Die trauen sich was. Wir haben auch nichts gemacht, wir sind weggefahren. Dann auch, die fangen ganz schnell. Ja. Das werden 10,99 alles machen können, aber mein, das war ja eher unser. Weißt du, was das Geile war? Ich hab das denen erklärt, dann haben die das gepeilt und so, ne, dass das ja eigentlich korrekt war. Und dann, und dann haben die, da haben die aber trotzdem noch beleidigt. Hä? Also, also man hat denen quasi mäßig was Gutes getan, sagt denen das. Dann sagen die, jo, danke, ihr seid trotzdem Hurensohn, wenn ihr so nach dem Motto. Ja, das bleiben wir aber auch für die. Ja, das ist halt unsere Uniform. Ja. Ich wundere mich, dass wir gar nicht im Norden rumfahren. Nee, wir haben tatsächlich das über ein oder zwei Streifen. Jetzt hast du es hier, wie sagt man, hier jinxed. Jinxed. Oh, langsam, langsam. Oh, da ist ein Gangster. Hallo, Jainster. Alles gut bei Ihnen? Ja, warum sollte bei mir nichts gut sein? Nee, das wollte ich nur allgemein wissen. Ich wollte Ihnen da gar nichts unterstellen oder sowas. Ja, richtig. Einfach nur gucken, ob alles okay ist. Cool, cool, cool. Hier ist auch alles ruhig und friedlich und so. Ja, ich denke schon. Das ist nämlich unser Anliegen, das wollen wir nämlich. Wunderbar, gibt's heute noch Barbecue? 424, 10, 20, 30, 30 Tankstelle. Na, nicht. Ach, Mann, schade. Check. Dann wollen wir sie aber gar nicht aufhalten. Schön, Tag noch. Ja, war knapp, mein Freund, ne? Na gut. Sehr knapp. Alles klar, schön Abend, ne? Ja, dann, schön Abend. Schatz, schau. Ja, war ja mal nett. Ja. Ich hab den noch gestern gehabt dabei. Da, ich rufe sofort zurück. Check und check. So. Hey, hey. Junge. Na, 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 na. Finger rein. Sonst schneide ich ihn dir ab. Ich schneide deinen Finger ab. Ach, Mann, fahr weiter, bitcher Ass, Mann. Fahr weiter. Ganz ehrlich, stupid idiot, Mann. Na, hör mal. Wollt ihr nicht sterben, was tut, oder? Watt? Ey, Mann, willst du mir drohen, oder was? Wir müssen noch gucken, dass ihr hier in Sicherheit seid. Hey, vorsicht, Mann. Ich fahr hier rüber. Wir müssen noch gucken, dass ihr hier in Sicherheit seid. Hm, dann verpiss dich, dann bin ich in Sicherheit. Ey, 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 ey. Nicht so, ne? Ich glaube, du wirst sicherer, wenn wir hier sind. Wo wohnst du? Ich muss mal, glaube ich, mit deinen Erziehungsberechtigten reden, wenn das so weitergeht. Was bin ich sicher? Was? Bitte? Telefon war gerade laut. Okay. Deinig so frech jetzt, komm. Check. Super, ich glaube, wir können weiter. Check. Hey, super. Hey. Hey, stopp, stopp, stopp. Was ist das für ein Scheiß jetzt? Sorry, Mann. Ich bin vom Fahrrad gerutscht, ne? Oh, mein Gott. 414, 1020, nördlich, die EMG. Nee, ich hoffe, dein... Dein... Oh, mein Gott, die Stütze hier da sind abgeflogen. Nee, ich guck mal. Kannst du noch gerade fahren? Ja, geht noch, geht noch, Mann. Ja, da habe ich mir jetzt Sorgen gemacht. Pass auf, dass die Räder keine Achte haben. Sollen wir die Mami anrufen noch? Was für eine Mami, Mann? Ja, oder Tante oder so was. Irgendwas. Sollen wir jemandem Bescheid sagen, dass sich verletzt das ein bisschen? Knie aufgeschwift oder so? Aber ich sage deine Lady heute Abend Bescheid, wenn sie bei mir in der Crip ist, Bitch-Ass. Okay. Die kommt aber nicht schon an, Art. Nee? Nee. Okay. Der hat ja nichts mit Kindern zu tun. Wo ist eigentlich dein Fahrradhelm? Wo ich das Fahrradhelm habe? Nein, der Helm. Wo der Helm ist. Sicherheit geht vor. Ja, du doch. Yeah. Check. Wollt ihr nicht weiterfahren? Nee, willst du nicht weiterfahren? Ich fahr die Trues ein bisschen, Mann. Wir lachen ein bisschen. Die brauchen Zigarettchen und so. Ja, mitten on the Streets. Okay. Klar. Wir sind die Cups, machen was wir wollen. Weißt du da? Ey, pass doch auf. Halte die Umgebung im Blick, bitte. Ja, da. Der da hinten ist gut. Das ist Trollbart. Der auch aggressiv? Nein, nein, nein. Aktuell nicht. Der ist ja ruhig gerade. Sag mal, Junge, warum bist du eigentlich so aggressiv? Was ist denn genau passiert bei dir? Dass du so aggressiv bist? Ich hab doch nichts gemacht, Officer. Nee, aber sonst immer direkt Mittelfinger und so. Den hier? Ja, zeig nochmal. Den? Ja, der war's. Der war's. Warum der? Der ist aber schön. Ja, der ist schon ein bisschen schief. Der ist so ein bisschen schief. Die Nägel könntest du auch mal wieder schneiden. Jetzt kommen wir nicht wieder zu nah, okay? Wir wollen hier keinen Stress. Wir wollen uns hier nicht eskalieren lassen. Dich nachher wieder einsperren. Und du bist doch der Grund, warum es das geliebt, man. Du provozierst doch jedes verdammte Mal. Du hältst in den Streets und talkst irgendein Bullshit, man. Ich steh vor Gericht und du sitzt da und schreist irgendein Bullshit ran, man. Da war ich emotional kurz geladen. Das stimmt doch auch. Ja, du bist irgendwie immer emotional geladen und ich dann anscheinend auch. Voll entspannt bin ich. Weißt, was ich nicht leiden kann? Dass du Respekt willst, aber null gibst. Das ist das Problem. Oh, was will ich denn von dir Respekt? Ja gut, dann zieh ab jetzt. Du stehst doch hier mit einem Streets und blockst, weil du eine rauchen willst, Bro. Keine Ahnung, ob dein Scheiß. Ich bin angehalten, weil wir einen Verkehrsunfall hatten hier. Verkehrsunfall hier mit Fahrrad. Was ist ein Verkehrsunfall? Wieso hast du heute mal in den Spiegel geschaut? Nee, Mann, aber das war... Ich hab das Floor gemacht. Einfach so abspringen und dann schön Fahrrad weiterfahren lassen. Aber das kannst du nicht machen. Na, Mann, ich bin runtergerutscht, Mann. Runtergerutscht? Ich bin froh, dass ich auf meinen Füßen gelandet bin. Der so's ab. Scheiße, Mann, ja, okay, das ist okay. Ey, soll ich dir mal ein Titeln gucken, dann an die Korne, ne? Ihr werdet schon beobachtet. Dann steigen wir lieber wieder ein jetzt langsam. Better is, Alter. Better is. Das glaube ich auch. Hat schon recht, glaube ich. Besser ist, wenn wir einsteigen. Können jetzt auch Fahrzeuge. Es werden mehr, wir sollten... Check. Immer schön provozieren, oder was? Naja, aber nicht zum Eskalieren bringen. Das will ich halt auch nicht. Aber der soll halt merken, dass das nicht geht, was der macht. Der kann uns doch nicht jederzeit beschimpfen und wir... Weißt du, das mag ich auch nicht. Ja, ich verstehe es nicht. Die wollen halt auch von uns Respekt, weißt du? Die sprechen uns so an und sagen, man ist so respektlos. Und dann denke ich mir, hä? Du bist doch derjenige, der respektlos ist, nicht dir. Guck mal, der andere war doch nett. Der war nicht zu uns, wir waren nicht zu dem. Er kommt an, zeigt den Mittelfinger. Also, und dann... Ach, normalerweise will ich den abbrechen einfach, seinen Scheißfinger. Kannst du ja auch nicht machen. Hast du so ein Zigarrenschneider? Wir sind ja nicht im Little Italy oder sowas hier, glaube ich. Wie so aus diesen alten Mafia-Filmen. Oh mein Gott. Ich sehe mich hier im Streifenwagen, schön mit Goldkettchen, Zigarre im Mund. Klar. Mit dem Zigarrenschneider schön dabei. Stell dir mal vor, wir haben echt irgendwann einen Kollegen, dem ist das so scheißegal, der knipst echt einfach die Finger ab, ist ihm scheißegal. Der knipst einfach Finger ab. Gab es eigentlich mal einen Kollegen, der sich viele Dinge nicht gefeinert lassen und mal so, sich mal gepackt hat in der Gasse und den verdroschen hat? Es gab einen, der, aber das hat, der hat nicht viel gemacht, der ist aber einfach mal, der hat den 24-7 einfach klein geschlagen, den 24-7, weil er mit den Preisen nicht zufrieden war. Check. 4-1-4 aktiv. Sehr gut. Sehr gut. Check. Ich lese gerade, kann er, kann wieder eingestellt werden. Ist doch wundervoll, wundervoll. Ja, mit, halt auf Streifen, wenn ich rein muss, muss die ganze Streife rein, wegen Gefahren, shit. Oh, 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 oh. Bin nicht mehr ewig da. Wie lange bist du heute da oder bist du morgen da? Okay. Ich bin ab 14 Uhr, 15 Uhr bin ich da. Dann machen wir das direkt. Spind und so. Ich weiß nicht, ob da einer noch da ist und alles. Das müssen wir halt gucken und dann... Oh, das... Eieiei, da sind wir. Wir haben sehr viele Kollegen. Gucke. Die 28. Die ist weg. Ja. Ja, müsstest du mit einem Rekruten reden. Stan. Stan heißt der. Klar. Klar. Nee, also gar kein... Also, wenn er da nichts gegen hat, müssen wir klar, weil der Rekrute ist, paar Sachen umtragen, aber möglich ist das. Das ist jetzt kein Problem. Das machen wir, wenn er nichts dagegen hat. Oder komm einfach so ab 14.30 Uhr ins Pedil, bin ich auf jeden Fall da. Das wäre cool, weil dann müssen wir jetzt nicht eine ganze Streife reinholen. Das wäre blöd, weil wir sowieso ein bisschen dünn besetzt sind. Und halt die Gefahrenstufe haben, dass wir nur zu dritt rausfahren. Das sage ich dir jetzt, weil du bist ja schon wieder eingestellt sozusagen. Kein Problem, wie gesagt, ich bin ab dem Zeitpunkt da. Cool. Ich wünsche dir das auch. Und alles Gute, dass du alles geregelt kriegst. Willkommen zurück, genau. Bis morgen. Ciao, ciao. Der Woods ist zurück. Noch nie gehört. Der Pilot, der ja auch erst an Andreas hatte und so. Das kenne ich nicht. Sag mal, du vermiedst doch dem Bradley hier, diese Dings hier, ne? Habe ich fragen, für wie viel? Für wie viel? Ja, frag ihn mal. Ich bin da jetzt nicht so... Na ja, mal. Für den Appel oder so kann ich dir sagen. Appel oder so. Ja, ich höre es dir, ich ruf hier bei Dings an, bei wie heißen die, diese Ganoven hier. Dein ist die. Frag, ja, so ein Jetty Apartment, ne? Ist ja jetzt auch nicht so krass, ne? Glaube ich. Ja. Also schon krass, aber jetzt nicht überkrass wie deine Villa, so, ne? Ey, 300 am Tag. Ja. Bradley ist halt weniger. Freundschaftspreis hat Bradley. Alter. Alter. Ist ja das geile Eigentum, wie geil ich immer was mit mir bin. Das Ding ist, alleine kann ich im Hotel bleiben, aber später mit Chica Bonita. Was ein schönes Hotel. Muss auch was ordentliches. Ja, ja. Warst du mal mit mir da? Oh Gott, das hört sich so falsch an. Ja, stimmt. Ja, klar, bevor wir unterwegs waren, waren wir da. Ja, ja, stimmt. Da vorne gelüht. Ja, danach waren wir an der Tankstelle mit Dings, mit Energy und Roller. Oh Mann, ey. Aber das ist schwierig, Wohnungen, sag ich dir ehrlich, ey. Das ist... Ja, ich frag mich nur, brauche ich überhaupt eine krasse Wohnung? Weil, ey, ich bin da eh nur zum, äh, ja, außer Haus gehen und so. Ja, Liebe machen willst du gar nicht sein? Ey, das mag auch unterwegs. Achso. Ich bin gründlich, sparst du eine Menge Geld, ne? Ist ja immer zum Liebe machen zu Hause, oder hast du? Meistens schon, aber wenn es einen überkommt, unterwegs ist, ne? Ja, Balkon, alles. Das ist ja gar kein Problem. Alles, eben. Ähm, aber... Also es läuft. Ich glaube, wenn man das mietet, kostet das echt so auch 250, 300. Für eine Person, ansonsten wird es dann nochmal irgendwie teurer. 424 1030 gegenüber der Chicken Farm, Palido Bay. Check. Wie kommt denn der Rasenmäher hierher? Warte mal, der darf doch, der darf doch nicht über die Straße fahren, oder? Wahrscheinlich nicht. Leider nicht. Ich wollte mir auch so einen kaufen. Scheiß drauf. Vielleicht mehren die ja hier nur Rasen. Boah, Chef. Oh, hi. Talam Aleikum, musst du sagen. Ja. Ja, lief ganz gut. Das Auto ist fleckenfrei geblieben. Ich komme gleich vorbei für Schlüsse dann später. Ja, ja. Ey, ich erkläre dir das später. Ja, oder? Oder soll ich jetzt sagen? Okay. Ja, auf Streife. Äh, Kuckum und Nolan. Ja. Bord, PD. Gut, bis gleich. 424, aktiv. Einmal Force PD, bitte. Ja. Habt ihr euch Hashtag The Musical schon angeguckt, da hinten? Hinter uns? Hashtag The Musical? Nee, bin ich noch recht dazu gekommen, tatsächlich. Ich auch nicht, ey. Also das Musical soll gut sein. Hab ich auch gehört, aber mal gucken. Keine Zeit für sowas. Nee, kann nicht. Ein Leben retten, jeden Tag, jeden Tag. Ey, du glaubst es nicht, ich war, ich hab gestern mir mal einen Tag freigenommen, wenn nicht in der Stadt war. Und dann kommt so viel Scheiß auf einmal. Das ist jeden Tag so eine Scheiße hier. Ja, ich war jetzt auch ein Wochenende im Urlaub. Wo warst du? Bei meiner Schwester. Die hatte Geburtstag. Willst du dir Ronny mal vorstellen? Die ist verheiratet. Da wollte ich auch eine Freundin. Übrigens, ich bin Wingman, ey. Ich hab einfach Bradley eine von mir abgegeben. Und, äh, und, äh... Du redest, als wäre das so ein Stück irgendwas wär. Nein, natürlich nicht. Die sind natürlich alle sehr wertzuschätzen. Aber, äh, der Bradley hat mir erzählt, er ist schon, äh, ja, sehr lange, äh, ledig. Und, äh, äh, es nimmt schon Ausmaße an, dass er kurz vor, äh, vor der Jungfräulichkeit erneut wieder da ist. Ach, der Arme. Ich muss Händal nochmal zurückholen, sorry. Händal, jetzt, da geht's. Okay, ist niemand mehr aus der Academy da? Ja. Gut, dann komm ich gleich wieder, ne? Jawohl. Oder ihr wartet kurz. Ja, ja. Kannst du mal gucken, ob einer aus der Academy im Dienst ist, im Board-Computer? Ja, na klar, ich guck mal eben kurz. Oder Aziz ansprechen. Das ist doch Leitstelle, glaub ich, grad hab ich gehört, oder? Äh, Aziz müsste, äh, Leitstelle sein. Vor Sex kann's geben, vor Sex kann's geben. Alles gut, alles gut, vor Sex kann's geben. Die kann ihn die Sachen kurz rausgeben und das andere entgegennehmen. Das wär super. Ja. Perfekto. Gerne, Joey. Super, schon geregelt. Rauchen wir auch einen, oder? Haben wir uns eigentlich hier gemeldet? Äh, nee, noch nicht. 414 10 20 WBD. Ja, genau. Ich bin eigentlich recht schnell, was das angeht. Es geht. Es geht. Es geht, Mann. Alles gut bei euch. Klaro. Olio, ja. Super, sehr gut. Oh mein Gott, Nolan, was ist mit deinem Kopf passiert? Das ist echt verformen, ne? Oha. Das war, okay. Du hast wenigstens vorher was Besonderes, aber jetzt bist du ja langweilig. Ja, ich will die jetzt erstmal ne Woche so lassen und dann mach ich mal ne alte Frisur, weißt? Aber aus der alten Frisur hätt ich Zöpfen pflichten können. Ja, die Leute sind in der Schleifersatz, bevor der Typ das sieht und dann und so weiter und so fort. Du könntest auch mal ein bisschen aufregender, irgendwas Aufregendes mit deinen Haaren mal machen. Eines. Das ist eigentlich super langweilig, Kata. Ich weiß. Geht. Ja, nicht viel, ich jetzt in Dienst. Ey, boah, direkt die Gekette gekauft. Okay, okay. Wir haben jetzt schon ewig. Bisschen was los ist. Ja, ist schön. Ich muss Akten machen. Cool. Ich glaube, der macht keine Akten. Aber sie hat alle rausgeholt heute. Ich wollte gerade sagen, Akten ist nicht drin. Der Chief hat alle rausgeholt vor allen Dingen. Ja. Muss auch sein, kann doch nicht sein. Ich verstehe das immer nicht. Ich hatte vier Akten zu machen und war doch auch, ich bin echt kein Freund von Akten, ja. Aber das ist doch schnell gemacht. Ich verstehe das immer nicht. Ja, das Problem ist, natürlich, ich kam jetzt in. An den Kollegen, die vor den Streifenwagen fahren, steigen Sie heute noch ein und fahren Streifen oder warten Sie auf den Bus. Sie sollen Streifen fahren und nicht jemanden labern. Meine Fresse, die warten auf ihren Kollegen. Die 414 hakt hier ein. Wir warten hier auf den Kollegen 41, komm. So, I need you, buddy. Nee, natürlich, das kommt jetzt nix mehr. Es bringt halt nix, immer nur rumzukacken bringt nix und man muss auch mal gucken, was los ist und dann kann man Probleme angehen. Entschuldigung. Lass einfach so ein Auto da hinten gehen und warten. Ja, mach das mal lieber. Mach das mal lieber. Ja. Also. Ich finde das einfach nicht genau. Was hat er dir gesagt? Meinte der ja nicht uns, oder was? Doch, doch. Der meinte auch schon was uns. Aber wir können noch nicht weiter. Das Ding ist, ich habe schon so ein bisschen das Bedürfnis, den Recruiten noch was beizubringen und so, aber ich darf ja nicht, weil ich nicht in der Academy bin. Ich kann da nur dir fragen beantworten. Du kannst schon fragen, so beibringen richtig nicht, aber schon. Nee. Ey, ich nutze die Zeit kurz. Ich gehe ganz kurz auf Toilette. Na klar, mach das. Wie lange der noch redet. Ich bin gleich sofort wieder da. Ja, mach das. 4.5. Vergießt. Check. 414-1030, Wibidi. Check. 414-1030, Wibidi. Ja. 414-1030, Wibidi. Check. Ja, 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 ja. 414-1030, Wibidi. Check. Check. 414-1090, Wibidi. 414-1050. 514-109, Wibidi. 114-10νη. 616-109, Wibidi. She and 10incom. 414-10c. 414-109, Wibidi. 314-129, Wibidi. 424-109, Wibidi. 721-109, Wibidi. Das war's für heute. Ich mach mal kurz ein paar Kippen vor. Ich mach mal kurz ein paar Kippen. Ich mach mal kurz ein paar Kippen vor. Das merk ich auch, aber ich kann trotzdem nicht mit dem Rauchen aufhören. Sie wissen ja, wie schwer es ist wahrscheinlich, ne? Ja, sehen Sie? Das ist Ihr Auto? Das ist unser Wagen, ja. Wer ist Ihr Streifenpartner? Ja, die 41 und die 31. Die 31 kommen gerade hinter und die 41 haben Sie wahrscheinlich jetzt unter Beschlag, richtig? Richtig. Ja, dann gehen wir. Dann müssen wir mal kurz rein und einen weiteren Streifenpartner holen. Geht's Ihnen, Herr Koko, um Sie Ahligen? Sie sind der Ahlige, Chief, ne? Ne, es sind immer die Ahlig, die Ahlig sind, weil sie sich überall durchahlen. Ich bin nicht, ich kann mich nicht durchahlen. Mich hassen alle. Ich liebe sie, Chief, und Frau Marshall liebt sie auch noch mehr. Sie liebt Frau Marshall nicht? Ich liebe sie nicht, aber ich mag sie, Chief, ich mag sie sehr gern. Okay. Also Sie jetzt und Frau Marshall, also jetzt nicht falsch verstehen. Gefühle? Mögen Sie die Frau Marshall oder nicht? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das höchste ist? Ehrliche Antwort, Mr. Kokoom. Ja, ich überlege gerade so, weil ich mag sie einfach, da gibt es keine Skala oder sowas. Entweder ich mag Menschen, oder ich mag Menschen nicht. So ist das. Gut. Jut. Okay. Äh. Ja, ist abgeklärt. Okay. Ja, dann haut doch ab, dann lasst uns einfach stehen. Kokoom, wie lange sind Sie denn heute im Dienst? Bisschen. Okay. Noch ein Weilchen. Ja, dann werde ich mal ein bisschen für Arbeit sorgen, ne? Sie wissen ja. Ne, Chief. Dann let's go, ist momentan ein bisschen langweilig. Warum haben Sie Probleme? Wir haben hier Probleme genug. Sie wissen ja, wenn der Onkel durch die Straßen fegt, ist immer viel aufzuhören, ne? Ja, fahren Sie ruhig durch Range oder hinten. Sehr aggressive Stimmung schon. Die Davis-Mörder-Gang, die wir gerade momentan haben ein bisschen Stress. Ja, ja, Mittelfinger immer und so und ach. Okay, dann gehe ich doch mal rein. Aber den Davis war noch gestern voll nett. Also mit einem konnten wir quatschen, ne? Lassen Sie uns hier stehen, oder was? Ja, scheinbar. Gehen wir mal kurz rein und holen einen anderen. Hast du abgeschlossen? Äh, ja, ja, hab ich. Okay. Dann holen wir uns halt einen anderen. Wenn es nur einen gibt. Ja, hoffentlich. Bitte. 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 Ich hab's schon gehört. Euch wurde ein Partner geklaut. Richtig. Ruf mal Silber an. Ruf mal Silber an. Ruf mal Silber an. Ruf mal Silber an. Nervlich von dem Vespucci PD vermutlich ein oder zwei Insassen. Jack. Wer ist denn die 416? 518. Ruf mal Silber an. Ruf mal Silber an. Ruf mal Silber an. Ruf mal Silber an. Der ist selbstständig eintragen, ne? Ja. Sagt's denen auch. Die sind im Streifendienst, ne? Ist der war immer noch Leitstelle? Leitstelle für die PD66 kommen? Die Leitstelle für die Gürzik kommen. Die PD66 ist ein Teilbereit am RAPD kommen. Okay. Ja, checken wir, dass ihr kommt. PD66 Ende. Gut, ihr zwei geht den abholen, würd ich sagen. Dann habt ihr einen dritten. Gut, alles klar. Was? Ja, doch, ihr dürft nicht einzeln fahren. Die zweite Überführungsfahrt dürft ihr machen. Alles klar. Alles klar, dann let's go. Ja. Okay, das find ich gut, dass so war. Weil anders ist ja gar nicht möglich, ne? Hm, anders wird's auch nicht möglich sein. Wer war das jetzt, den wir abholen? Äh, PD76. Ich glaub, das müsste da sein. Ja. Der ist Officer jetzt. Ah, okay. Hä, warum ist er noch im MRPD? Hat er noch kein Spinntier? Doch, aber weil er noch nicht umgezogen ist. Er hat ja gerade erst Prüfung bestanden heute. Check. Okay. Er muss halt mal den Umzug vollziehen, die Tage. Ja. 4-1-1-10-20, Sally, Schaus, Dankeschön. Check. Ach, ist jetzt noch ein Stein? So ist gut jetzt. 4-0-3, aktiv. Ah, doch. Oh, nee. Check. Ah, guck. Direkt hier. Hm? Direkt hier. Direkt hier. Hm? Direkt hier. Ah, guck. Direkt hier. Hm? Also bei der PD-94 hat es mich ehrlich gesagt nicht gewundert, dass er besteht. Butcher? Butcher, aber der war gut. Also der ist Dahl, hat 36 von 36 Punkten. Uh. Okay. Butcher hat 31 von 36 Punkten. Okay. Aber auch super, also. 4-1-1, aktiv. sehr gut. Ja, ich bin halt oft mit Butcher gefahren, mit Dahl, wenn ich eigentlich noch gar nicht gefahren habe. Aber ich finde halt Butcher ist gut. Gucken wir mal. Check. Der hat aber auch viele Leitstädte gehabt in seiner Rekrutenzeit. Er war immer in der Streife, wo er die Leitstädte bekommt. Der Arme hat mir leid getan. Meld uns dann gleich aktiv, wenn wir hier losfahren. Jaja. So, Warnblinker an. Und steigen kurz alle aus, oder? Das wäre cool, glaube ich. 4-2-4-10-20, Morningwood-Tankstelle. Check. Müssen wir mal gleich irgendwo anfahren, dass wir was... Brauchst du was? Ja, ne, ich will was holen gleich irgendwo. Okay. Hast du auch Energy? Habe ich leider nicht da. 4-1-4-10-20, Missionwood-Tankstelle. Missionwood-Tankstelle. Check. Eja. Sehr gut, der Hasty. Das ist ein guter Hasty für sich, finde ich. Also ich trinke den sehr gerne. Ich auch. Sehr, sehr, sehr viel. Ich glaube, ich muss mal eine Großbestellung bei Rainy's machen. Bei Rainy's? Oder werden die bei Rainy's vorhergestellt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich mag mal gehört zu haben, dass die von Rainy's kommen. Eine Frage der Leitstelle. Befindet sich ein Officer im Dienst, der die Safe-Wissen-Vorbildung hat? Dann einmal telefonisch bei der Leitstelle. Leider nicht. Ich habe sie. Ähm. Okay. Das ist ein Rucksäckchen. Mit Rucksäckchen finde ich gut. Guten Tag. Ich bin schon umgezogen jetzt. Aber ich müsste zum Vipidi. Achso. Ja. 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 Ja komm. Okay. Let's go. Ich hab den mal fix hinten reingeschmissen. Ich hab den mal genießen sonst. Ich hab den mal fix hinten reingeschmissen. Ach grad so gepasst. 415, 1020. Wie viel die... Hast du den Reißverschluss wenigstens auch zubekommen vom Rucksack? Ja. Ich stand vorhin hier schon mit Winterjacke drin. Nicht ein bisschen warm heute? Ja. Ich musste das so haben. Falls es voll war. Aber Gott sei Dank ist... Kriegt man weniger zurück. Sag ich mal. Das Academy Shirt braucht man noch nicht mehr. Ne. Ne. Aber dafür haben wir noch ein anderes Shirt. Ein schwarz-weißes. Ein schwarz-weißes. Ein schwarz-weißes. Aber das hat Frau Seitzel direkt. Das ist dann für die Units. Ja ne. Irgendwie glaube ich für Sport. Jeder hat das. Das ist für Sport. Genau. Das hab ich nicht. Kriegen sie alles noch. Kriegen sie alles. Ich hab gesehen dass man so Basecatch anfordern kann. 414 für die Leitstelle kommt. Ja. Haben wir noch überein gefunkt. Hört sie kommen? Hört sie kommen? Ja dann fahren sie einmal die City Hall jetzt an. Zügig. Und setzen sie sich in Verbindung mit Meriwether. Ja. Check. City Hall wird draufgetan. Dann komm. Die vier. Die vier. Äh. Brake die 416. Brüchte eine 1010. Am Prolabs. Halt's müde ich. Äh. Halt's möglich. Meldet sich jetzt keiner oder was? Anscheinlich. 10-3 nochmal für alle. Wenn möglich eine 1010 am Prolabs. Sehr viele Leute. Sonst könnte eventuell eskalieren. Ich hab's gemacht damit die anderen das mitkriegen. 430S. Die Bahn die 10C beim Prolabs ankommen. Danke. 430S fährt an. Muss man immer noch einmal in den Arsch treten, ne? Irgendwie. Mal zu Ende. Ja gut. Hier ist jetzt echt... Ich glaub mal ein Stück zurück. Genau. 414. 1020. CD Roll. Check. 411 aktiv Richtung WPD. Hier mit Meriwether in Verbindung setzen. Ja. Da sollen wir heute irgendetwas machen. irgendwie mit absichern, wenn ich das richtig verstanden hab. Nee. Da haben wir keine Zeit. Da haben wir keine Zeit. Das geht nicht. Aber das Krankenhaus absichern. Hier absichern. Ich steh jetzt hier nicht eine Stunde rum. Check. Das ist... Wir sind kein Sicherheitsunternehmen. Das tut mir leid. Ist einfach so. Das ist... Ne. Wir haben keine Streitung. Wir sollen heute eine Gefahrenlage sein oder sowas. Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab. Sorry. Meriwether. Ich komm sofort. Hier. Äh. 416 für Leitfälle kommen. Komm sofort. Ja. 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 Korrigiere. Ähm. Wenn nötig. Ähm. Wenn nötig. Nochmal. 1010. Ja. Check. Somit. Ah. Chief hält jetzt richtig rein. Was? Was genau soll jetzt unser Auftrag hier sein an der City Hall? Das frag ich mich auch. Hier ist ja auch niemand. Hier ist auch kein Security-Unternehmen. Leitstelle für die 414 kommen. Ja. Wird sie kommen. sehr gerne. Ja. Wie sieht's aus? Haben Sie den Hinteringang gefunden? Ja. Komische Leute. Komische Leute? Klar. Hier sind Verbrecher. Die werden hier verurteilt. Natürlich sind hier komische Leute und die kommen mit ihren Freunden und alles. Hier habe ich wieder da. Aha. Guck mal da hinten. Ah ok. Ja. Wir sollten uns hier mit Meriwether in Verbindung setzen. Für die Leitstelle kommt. Ist aber irgendwie kein Meriwether. Das war rechts von uns war was. Herr Koko. Ah ok. Danke schön. Danke schön. Sie übernehmen die Springer-Streife zwischen Weinwood und Grand Sonora. Das hat kommt. Das Auto fährt rein. Ah guck mal. Schicken Sie das Auto weg. Ich soll wegfahren. Ich soll wegfahren. Dann gucke ich noch einmal an Ihren Beinen dran. Geben Sie mal einen Moment noch. Soweit gut aus. Dann dürfen Sie schon mal runter. Erzähl ich dir. Bitte Telefon ausschalten und ins Erste. Die 1. 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 Die 10. Die 2. Die Frage legen. Auf Antwort für Stadtpark. Gut. Check. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht, das ist doch dein Schrift, das zu wissen. Wir beobachten jetzt die Situation und es sieht nicht nach Stress aus. Findest du alle so entspannt aus? Sieht ganz entspannt aus. Ich finde schon, oder? Sieht ganz entspannt aus. Sieht ganz entspannt aus, hä? Sieht ganz entspannt aus, hä? Der Security-Tipp, der hat gar keinen Bock heute. Warum? Weiß ich nicht. Er hat keine Lust auf die Gerichtsverhandlung. Vielleicht macht er ja Stress. Das kann sein. Da reden wir gleich mal mit dem. Das geht ja so nicht. Aber der, der da gerade, ja, der links auf der Seite. Der, der gerade das macht? Sieh, das ist links, ja. Ach, da ist links. Ja, da ist links, genau. Das ist links, genau. Das ist richtig. Wie geht's, Namani? Ja, kommt mal, Mann, hier drüber, bitte rechts vom Laden. Weit nicht. Gibt es noch was Neues bei euch? Und das ist die Hochzeiten, genau? Die werden soweit sind wann, also das ist noch nicht gepennt, sag ich, ne? Weiß ich nicht. Mal gucken, mal gucken. Okay. Aber sonst alles gut. Aber sie arbeitet nicht mehr da im Links, Unicorn. Ich nicht. Das ist jetzt beim Al Dente. Und das weiß ich, ja. Wird noch so ein bisschen woanders und so, mal gucken. Ja, schade, dass es mit dem, mit dem Dings nicht geklappt hat. Mit dem, weiß ich nicht, was hier da aufmachen wollte. Es gibt gerade keine Lizenzen. Das heißt ja nicht, wenn Lizenzen wieder frei sind, probieren wir das einfach nur. Achso. Ja, okay, dann hat sie das auch so verstanden oder ist sie wieder diejenige, die sagt, ja, die, keine Chance. Sie sagt keine Chance, aber die haben ganz klar geschrieben, zurzeit sind keine Lizenzen verfügbar. Und das ist, es wurde ja nicht das Konzept abgelehnt, sondern es gibt keine Lizenzen. Und das heißt, einfach nur in zwei Wochen nochmal und dann vielleicht nochmal und nochmal. Aber ich muss mal, oder mal irgendwie erfragen, wo man sowas lesen kann. Wo Ausschreibungen sind und so weiter, das weiß ich auch nicht. Moment. Oh, das ist okay, ich rufe dich gleich zurück, sie. Bis gleich. Okay. Ja, dann, viel Glück. Sie ist ja unnotiviert, im Moment das Haus zu verlassen, oder? Ja, mit dem grauen Auto drüben geparkt. Nee, eigentlich nicht. Okay. Ja, ich und Kai hören nicht, sondern nicht viel mehr von ihr. Okay. Bekommt nicht mehr viel. Sonst einfach mal anrufen, oder so. Ja, sie. Einfach so, ne, er hat sich ja auf den Parkplatz einmal am besten wegschicken. Naja. Aber was machst du jetzt hier? Also, bist du ja... Recht und Ordnung sagen, Nieter. Ja, ich hab's mein Kollege. Diese fahren hier rum, gucken hier rein, dann gucken wir hier mal kurz, ob alles okay ist. Und dann fahren wir gleich wieder weiter. Okay. Ganz normale Arbeit. Okay. Cool, cool. Worum geht's hier heute? Ich hab keine Ahnung, ich glaub, ähm... Ich glaube... Körperverletzung. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ja. Das ist schon die 15. Gerichtsverhandlung, die ich mir angucke. Wenn irgendwann durcheinander... Die 15. Gerichtsverhandlung heute? No, heute ist das die zweite, aber... Okay. Nee, ja. Frage an die 41, sollen die Personen dann durchsucht werden? Jetzt ist das ja ein bisschen spannender heute. Ich drück dir die Doppel auf, dass die sich mal ein bisschen zusammenreißen, ne? Oh, nur, jetzt hab ich hier Ärger angefangen, oder wie? Nee, mit den Security-Leuten, ja klar, das hast du jetzt gesagt, jetzt reden wir nochmal mit denen. Okay. Dann wünsch ich dir schon mal was. Bis denn. Ja, ich auch. Bis denn. Ja, ich auch. Adios. Hey. Hallöchen. Darf man aufzunehmen, oder? Ja, äh, aufzunehmen. Gab sie irgendwie... ...Stress oder sowas? Äh, dann, alles gut. Die... ...Karrenfeuer haben wir mal ein bisschen ihre Grenzen ausgelotet, aber... Gut, äh... ...weigentlich nur so, dass ich gegenseitig anstehen, schauen, wer härter ist. Ja, gut, das ist so standardmäßig. Gut, ähm... Ähm, warte, Connor, gehst du bitte mal kurz mit runter, äh, die überlegen gerade, ob sie in den Raum von der Richterin etc. hineingehen, könntest du mal bitte mit runter schauen. Ja, gut. Danke. So, also wir sind hergerufen worden, wir sollen uns mit euch kurz schließen. Was ist hier, Phase? Genau. Die drei Herren, ohne der Dame zuerst, äh, waren bereits vor einer Stunde, einen Viertelstunden, also vor der ersten Verhandlung heute hier, haben dann behauptet, ja, sie wollen sich die Kunstwerke hier im Gericht anschauen, sind hier herunten alles abgegangen, sind dann kurzerhand auch in die Toiletten verschwunden. Wie sie in die Damen, wie sie in die Damen, wie sie in die Toiletten sind, bin ich gleich mal hin, warte. Ja, im Herrn, ja. Mhm, 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 okay, gebe ich gleich durch, danke dir. Das ist die 83. Ähm, gut, äh, kurzerhand, also sie sind dann auch in die Damen-Toilette und haben nur von Kunstwerken gesprochen, die muss man sich ja mal ansehen, der Kollege hat gerade durchgegeben, im Herrn Toilette bei den Urinalen gibt es jetzt ein Graffiti, die, ich kann leider nicht sagen, ob es davor schon da war oder da, dazugekommen ist. Ja, scheiße. Die Damen, wollen Sie noch zur Gerichtsverhandlung? Nee. Gut. Das ist alles im Psycho. Alles in Ordnung, ich, dass ich sie einmal ganz... Ähm, Sie sind aber nur als Zuseherin da, habe ich das? Ja. Äh, irgendwelche Schatten oder Spitzengegenstände dabei? Okay, müsste ich da noch einmal kontrollieren. Äh, gut. Gut, wenn die nicht wissen, ob es vorher da war. Achtung, die Hosentasche. Ja, man kann sich das ja trotzdem mal anschauen, ob es noch frisch ist, wenn nicht, dann war es schon vorher da. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie als Zeugen hier? Nee. Achso, hätte ja sein können. Oh, entschuldigen Sie mich. Herr Baker. Adios, Naci. Ciao, ciao. Tschüss. Schon wieder Unruhestifter? Ja, schon wieder Unruhestifter. Ich denke, mal die gleichen. Möglicherweise die gleichen. Deswegen haben Sie einmal... Schönen Abend. Die haben für mich einen Ausweis? Ja, selbstverständlich. Einmal für Sie. Bitte schön. Vielen Dank. Die Filmfeindschaft ist sehr aktiv. Okay, und hier zurück. Dankeschön. Bitte schön. Gute Verhandlung. Es sind zwei Kollegen unten. Super. Danke. Gut. Nun zur Sache. Ja, sind wieder herausgekommen. Ich habe Sie darauf hingewiesen. Sie sind natürlich drei Herren auf die Damentoilette gegangen. Einfach mal versuchen, töfig zu bleiben, um herauszufinden, was Sie hier gerade vorhaben. Haben von Kunstwerken gesprochen. Ein Kollege meinte, es befindet sich da drin ein Graffiti. Ich kann, wie gesagt, nicht sagen, ob das neu ist. Am Sonntag gab es einen Vorfall, wo acht Personen, also ich bin in die Vagos meines Wissens, ja, unsere Kollegen zusammengeschlagen haben, die Richterinnen zusammengeschlagen haben. Und möglicherweise gehören diese Personen da dazu. Personen, die zugegeben haben, dass die Drogen echt auf die sind. Ja, und deswegen, nachdem auch mein Kollege jeden Moment einer abgeholt wird, wenn wir nur noch zu zweit da sind, ich kann noch zwei Kollegen dazu holen, nur dass die jetzt schon mal Bescheid wissen. Also sie waren, beziehungsweise wäre ein Kollege so nett, ganz kurz in die Herren-Toilette zu schauen, das mit dem Graffiti zu überprüfen. Ja, kann einer ein Bild vielleicht davon mal kurz machen? Ja, gleich auch. Dann machen wir ein Bild von. Ne, da gehen wir zu zweit runter. Ja, ja. Boah, wo ist sie? Hier, oder? Äh, welche ist die? Letzte Tür, letzte Tür. Ah, okay. Check. Da links. Oh, ja. Santa Muerte. Das ist relativ neu, das kenne ich noch gar nicht. Ich mache mal ein Bild von. Warte mal, geh mal weg. Geh mal weg hinter mir. Geh mal weg. Weg. Ist doch Platz da. Ah, jetzt. Ja, das böse Papier auf dem Boden, ne? Ja, das böse Papier auf dem Boden. Okay. Hab's. Check, check. Also, warte mal. Hm. Relativ trocken. Wahnsinn. Ja, weil das nun mal der Job ist. Ja. Oh man. Ist es. Aber wie gesagt, der Kollege, der, also der Herr, der jetzt gerade kam, war der erste, den mein Kollege durchsucht hat und halt auch eher den Hinweis auf, ja, so wie die letzten damals, dass wir so unentspannt sind und ja. Am besten einfach labern lassen erstmal, dann nicht irgendwie drauf eingehen. Okay, warte, Entschuldigung, der Kollege meinte noch, er hat nachgefragt, na, was letztens? Ja, letzte Woche irgendwann. Also wie gesagt, der Vorfall war am Sonntag. Entschuldigung, was hatten Sie gesagt mit den Kollegen am Neuesten? Ach so, einfach, dass man sich nicht provozieren lässt, ne? Ja, genau, wir bleiben einfach ruhig. Ruhig und deeskalierend wirken, dann passt das. Genau. Und wenn jetzt gleich einer weg muss von Ihnen, holen Sie auf jeden Fall heute noch hier hin, wenn es eh nicht wirklich ist, ne? Ja, ja. Weil wir sind auch dünn besetzt. Das ist mir klar, ich habe in dem BD gleich zwei Kollegen, die würde ich jetzt sofort informieren. In dem Sandpfad, in dem Pullover schon besucht haben. Beziehungsweise wissen schon Bescheid, ne? Das ist auch negativ, einmal bitte durchhören. Ja, check mal, das ist ja, ne? Gut. Okay, falls irgendwas ist natürlich noch, wir haben das jetzt erstmal hier fotografiert, gucken wir mal, was wir da machen. Das ist halt schwierig, was wir da. Ja, wenn Sie kurz da bleiben und schauen, der Herr ist, so, grundsätzlicher Kollege war auf der Herrentoilette. Ich denke mal nicht, dass da jetzt irgendwie waffenmäßig was rumliegt. Hätten wir jetzt nichts gesehen. Ich nehme mal das an, Sie jetzt auf den ersten Blick auch nicht. Können Sie ihn gerne... Ja, das werden wir auch nicht machen, dafür bräuchten die auch Zeit. Aber der wird jetzt gleich nochmal durchsucht am besten, oder? Ja, werde ich machen. Okay. Nur ich will dann noch, bevor Sie fahren, kurz in die Damen-Toilette schauen, ob da vielleicht auch irgendwie noch was angebracht wurde. Nur das müsste ziemlich schnell gegangen sein. Ich hatte es halt nicht mehr hineingesehen, sondern draußen auf die drei mal kurz geschaut. Weil Sie nochmal Richtung Tresen sind und da standen drei Damen drum. Wir gucken gleich nochmal rein, wenn der raus ist. Dann gucken Sie nochmal da und Sie besuchen den, dann ist das erstmal gut und dann gucken wir. Gut. Wenn er dann irgendwann mal kommt... Brian, der mit der roten Käppi, war der nur Zuseher oder war der vorgeladen? Weißt du das noch? Das ist das eine von den Zweien, das ist okay. Mhm. Gut. Ich ruf dich gleich an, ich muss schnell Blenden beschadet geben. Passt. Ja. Gut. Kommst du nochmal kurz? Ja, ja, entschuldigt mich kurz. Also, ich habe mir jetzt mal gerade das Graffiti angeschaut, das ist sogar relativ neu. Das hat man bis jetzt noch nicht im System. Santa Muerte steht da drauf und es müsste ungefähr eine Stunde alt sein. So eine Trockenheit nachzuurteilen. Die Leute prügeln sich da hinten. Das war nicht bei uns. Wir haben eine aktuelle Schlägerei am Eingang zu Proletz, mehrere Personen. Eine Person flüchtig und futsch Richtung Davis Plaza. Okay, wir gucken, dass wir hier durch sind. Wenn die Rechtswarnung läuft, haben die ja erstmal alles unter Kontrolle. Sie sollen vielleicht zu Ende der Verhandlung nochmal eine Streife anfordern. Das hier skaliert. Das hier alles ruhig abläuft. Das hier alles ruhig abläuft, würde ich mal sagen. Alles klar. Ja. Der Sondre wieder oben Richtung Prolabs. Haben Sie gerade Funk, oder? Ich habe einen Kollegen Amor, aber alles gut. Ich wollte nur sagen, dass wenn die gleich drin sind, wird ja erstmal alles okay sein. Aber wenn man sich zum Ende neigt, vielleicht dann, dass ihr nochmal eine Streife anfordert, weil halt auch die Kapazitäten heute sehr schwierig sind. Aber das wäre, glaube ich, gut, wenn dann zum Ende nochmal einer hier ist, weil oft sind die dann nicht einverstanden. Dann werden wir Bescheid geben. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie kurz vorbeigekommen sind. Das ist ja verständlich. Da müssen wir Hand in Hand arbeiten. Bei sowas natürlich. Passt. Dann, ja. Passt. Höchstwürdig. Passt. Tschüss. Ah, ja, okay. Der Kollege hat nur kurz auflegen müssen. Gut. Ja, dann wir melden uns und vielen Dank. Die anderen zwei Kollegen kommen hier gerade. Naja, ich sehe es. Alles klar. Und wenn irgendwas zwischendurch ist, sind wir natürlich auch sofort. Hallo. Hallöchen. Wunderschön. Na dann, schönen Abend Ihnen danach. Euch auch. Ihnen auch. Ihnen auch, dass nichts passiert. Danke. Da kommt der ja schon. Alles klar. Okay, dann was später. Der Herr, ich müsste sie nochmal durchsuchen. Oh, mir hat er wirklich. Ja, ich müsste sie nochmal durchsuchen. Ja, ich müsste sie nochmal durchsuchen. Ja, bitte da herstellen. Herzlichkommen. War auch alles soweit in Ordnung mit den Personen? Gut. Ja, gut. Aber neues Graffiti im System. Ich bin gerade bei der zweiten Auffahrt bei der Herd. Ich bin gerade bei der zweiten Auffahrt bei der Herd. Ich bin gerade bei der zweiten Auffahrt bei der Herd. Ich bin gerade bei der zweiten Auffahrt bei der Herd. Für alles weiter gehen. Ja, laut Verstandsanwalt Becker wird meine Anwesende dringend vor Gericht benötigt. Deswegen müsste ich alleine zum Gericht fahren. Ist das so in Ordnung? Gibt es eine ST-76? Gibt es eine Frage an, wenn die ETF für das MD kommt? Eigentlich nicht. Das sind doch sie. Piki-76, klar, aber hat nicht gerade einer die Leitstelle mit der 76 eingefunkt? Nein, 46. Das war ein Maximismus. Die haben Prüfung auf dem Weg mit zwei RTWs. 414, wieder aktiv. Ich will dann noch kurz das VP die anderen, dann kann ich das rausschmeißen. Ja. Hatten wir ja vor eigentlich. Eigentlich. Wir waren ja auch schon eigentlich da. Eigentlich. Vorbeigefahren, genau. Immer dieses Eigentlich. Das mit der Prüfung heute habe ich ja nicht geglaubt. Wieso das denn? Weiß nicht. Ich habe es schon gut eingeschätzt, aber nicht so gut. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Dahl. Danke. Da rennt eine Person weg. Ach, da? Da rennt eine Person weg. Die hat es kontrolliert, ist ja, Sponsales. Ja, check. Die haben jetzt diese Richtungsangaben. 32, weiß nicht, noch kurz zu sehen. Kriegst du alles mit, oder? Ja, kriegst du alles mit. Dann warten wir hier eben. Minus 3 war das, ne? Genau. Ja. Bis gleich. Bis gleich. 414, kurz 10, 20, VPD. Ich habe das Gefühl, wir werden hier noch öfters sein. Welcher Aufzug macht mehr Sinn? Der andere. Also, ja. Dann muss er ja quer durchlaufen und dann läuft er sich vielleicht. So schwer ist das eigentlich gar nicht, finde ich. Aber wenn er zum ersten Mal jetzt da unten durchrennt, dann sieht er da irgendein elektronischer Handscanner. Dann sieht er da was, das ist ja... Ist doch auf der Ebene, glaube ich, ne? Nein, diese Sprache. Nein, Telefon, wir kommen. Ja, genau. Da unten sind ja die Handratbruchsschänder. 79, Projekteeinteilung, kommen. Ja, check, 10, 20, kommen. 79, Ihre 10, 20, kommen. 10, 20, Blinken, Sheriff's Office in Palito Bay, kommen. Check, wir organisieren. Die ganze Länder. Warum fährt jetzt nicht irgendein Sheriff die da oben abholen und dann fahren die da oben Sheriff? Weiß ich nicht. So wie es sein muss. Ach, so wie es eigentlich sein müsste. Ich muss mal gucken. Ja, guckst du mal. Guckst du mal hier. Guckst du mal. Ach du Scheiße. 21, 30 haben wir hier keinen Streifenblatt mehr. Wurde aber gerade schon im Funk durchgegeben. Für die anderen am Boden. Wie sind wir das soeben angetroffen? Der Overwatch von Leitselde, kommen. Hört, kommen. Sofallen Sie den Einsatz beendet haben, werden sie den Overwatch durch einen Streifenwagen ersetzen und die PI 79 mit ihrer Streifen aufnehmen, kommen. gut 43 übernimmt co einsatzleitung pro labs soweit erstmal situation code 4 personen werden jetzt noch behandelt danach dementsprechend das genau war da jetzt los warum überhaupt zehn sechsundzwanzig durchführen ist ja bei pro labs da sind ja zwischen fünfzig schreiben vor ort so ich weiß nicht ganz ehrlich die anderen können auf der anderen seite machen soweit die rüber kommen schicken sie bitte wieder auf andere strafenseite erst mal wegen der vernünftigen klärung und übersichtlichen situation los geht's 414 wieder aktiv kann jemand von euch singen können alle singen können alle singen zwar krumm und schief aber wir können doch würde ich haben ausgemacht wir sind die singende streife und wir fragen jeden ob er singen kann ja wenn das hallo und ich wir fragen gehen aber singen kann also wirklich jeden ausnahmslos jetzt habe ich schon alles gehört was für streifen gibt ja ich kann ja nicht ich bin ja damals auch in den lspd chor gegangen ich habe ja mal gehört dass es mal so ein chor gab ach du scheiße es gibt die singende streife es gibt die miller streife die was streife rollstuhl rollstuhl streife rollstuhl also rollstuhl streife rollstuhl wäre auch eine rollstuhl streife ja aber abgeklärt wir bauen ihnen so eine Lampe oben drauf und dann fährt er damit zum stadtpark okay im rollstuhl zum stadtpark mit dem blaulicht auf dem kopf hätte schon was oder hätte was ja und so ein lautsprecher wo der dann wii wii durch machen kann und wenn hallo und ich halt immer unterwegs sind dann singen wir immer was singen sie dann so ich singe ganz gerne country roads wir wollen dich hier nicht irgendwie du kannst gerne singen wenn du singen möchtest du hast mich noch nie singen hören also hallo meinte ich würde gut singen ich meine ich schlicht nicht singe schlecht bei america idle denken auch mal alle die können singen weil denen das nicht ehrlich gesagt wird dass sie nicht singen können glaube ich aber probier mal ich bin da ehrlich ich sag's dir ich bin da ganz knallharden ehrlich lassen wir mal ganz kurz den schluck nehmen hier schwarzes fahrzeug auf der gegnerin oben links da machst du mit nächstes mal oder dementsprechend zwei freiofficer butler und bennett einmal rüber und dementsprechend wenn die person drüben bleibt erst mal darauf hinweisen dass die person dort drüben bleiben soll und erst mal nicht rüber kommen sollen schwarzes fahrzeugen schwarzes fahrzeugen schwarzes fahrzeugen bernier kuck bernier kuck hos Like a breeze, country roads, take me home, to the place, I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, all my memories gather round her, mildest lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes, country roads, take me home, to the place, I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, I hear her voice in the morning, ah, she calls me, radio reminds me of my home far away, driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday, yesterday. Schwarz ist Motorrad, ist jetzt angefangen, ist bei den Polizeiwänden. Und? Das war doch schon mal gut. Ja, 54 und 65, dann dementsprechend einmal rüber, die Person einmal wegschicken. Das hat's dann direkt mit, ja. Also ich finde, ich singe schlecht. Ich bin ja ehrlicher, ausbaufähig, aber... Aber? Ausbaufähig. Also... Aber nicht schlecht, oder? Die 99... Also Hallo Meid, ich würde singen können, aber ich finde, ich finde, ich finde jetzt nicht so gut. Doch, ich glaube... Die Mischung, glaube ich, oder? Ja. Also hohe Töne würde ich lassen. Nee, ich kann auch nur tiefe Töne. Aber ne, also ich finde das auch immer sauer... Ich finde das mutig so, weil ich trau mich das einfach nicht. Oh ja. Zum Beispiel. Ich finde das sauer mutig, einfach zu singen, finde ich. Also ich trau's mich nicht. Das stimmt. Also unter der Dusche kann ich das, aber wenn man alleine Auto fährt, dann geht das aber... Aber wenn man da halt mit mehreren sitzt, dann hat man auch... So ein bisschen Lampenfieber, sagt man mal so. Und meistens die falschen Töne. Ich könnte aber auch was mit richtig tiefen Tönen, aber da kann ich nur die ersten beiden Strophen. Okay, hau raus. Soooo people say man is made of the mud, a poor man is made of the muslin blood, muslin blood. In skin and bones you get a mind that's a week, in the bag that's strong you load at 16 tons. What do you get? Another day or the end, deeper in depth, Saint Peter. Why don't you call me cause I can't go, I owe my soul to the company store. Das hört sich gut an. Ich finde du musst das auch richtig fühlen, oder? Den Song hast du mehr gefühlt als den anderen, oder? Kann das sein? Find ich auch. Ein bisschen, ich kenn den Song auch schon ein bisschen länger, aber ich kann halt immer nur die ersten beiden Strophen, weil die anderen sind viel viel komplizierter. Also die anderen Strophen. Kompliziert. Kompliziert. Das sind nur Wörter. Ja, aber trotzdem sind sie kompliziert. So wie... Gut. Coal an alle Personen... DNA ausgesprochen, oder was? Wie kompliziert. Alle Personen, die wir schon behandelt sind, kann so weit gehen, da keine Anzeige von den anwesenden Personen gestellt werden will. Also ich kann da wirklich auch die... Also ich finde, ich kann solche Songs wie jetzt zum Beispiel Country Roads mit den Höhen... Hohen... Mit den Höhen Tönen, genau. Mit den hohen Tönen kann ich schlechter, als jetzt zum Beispiel hier ist 16 Tons. Ich glaube, wenn du lauter singen würdest, dann würdest du die... Also würde es noch besser sein. Weißt du, wie ich das meine? Wie ich lauter singen will? Ich glaube... Du glaubst... Das ist so rein, ne? Kein Problem. Ja, weil dann... Zum Beispiel ich... Ich kenn auch einen, der... Der kann singen, aber hat zum Beispiel diese Power nicht. Sag ich auch immer, du musst einfach mehr Power dahinter setzen, so. Ich weiß auch nicht, ob das so leicht ist, so. Ich hab auch leicht reden, weißt? Ich kann's gar nicht und laber einfach. Ja, aber du hast schon recht. Du hast schon recht. Wenn man die Power dahinter setzt, dann kann man das schon auch. Weil zum Beispiel bei Country Roads kann das nicht so diese Power dahinter setzen. Das geht nicht. Ich glaub, das kann man alles lernen, oder? Das ist auch Überwindung, glaub ich. Weil das ist ja dann nochmal mehr. Check. Überwindung auf jeden Fall. Ah, die PD46, das ist 1037 Gericht. Ich glaub, das Schwierige dabei ist auch während dem Fahren zu singen. Check. Das ist dekadent, das Auto hier. Mit Maximus, oder was? Keine Ahnung. Das ist schon krass, das Auto. Das sieht schon gut aus. Ja, schon irgendwie so ein bisschen. Und nur so ein bisschen. Hm. Hier geht's direkt in die Wohnung rein, ne? Mhm. Per Aufzug. Das ist cool eigentlich. Hier die PD90, der Einsatz ist Code 4. Sie können den Einsatz hat sich beenden, setzen sich in den Fahrzeug und ziehen sie ab und führen sie den Schreibendienst. in den Fahrzeugen. Ja, check. Ja, check. Dann dementsprechend alle Personen zu den Fahrzeugen, soweit Abfahrtbereitschaft hergestellt, einmal Meldungen machen und dann rücken wir gemeinsam ab, keiner wird zurückgelassen. Dann. So, dann gucken wir mal nach Chumesh. Oh ja, Nord und Süd. Wir müssen ja nicht auch immer wieder mal vorbeischauen. Ja, steht ja am schwarzen Brett. Korrekt. Eine richtige Antwort in der Prüfung heute. Genau. Ja, da kommen so Fragen, wie nennen sie drei aktuelle Gefahrenbereiche, die auf dem schwarzen Brett stehen. Damit, ne? Ja, Chumesh, Wurstpumpe und, ähm, Mary war da vor allem. Im Grunde könntest du auch schreiben, Nord-Chumash, Süd-Chumash. Das hatte ich auch immer nicht, aber ich hab mir dann gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Ich war heute erstaunt, wie schnell man mit der Karre doch in der Stadt an einem Auto dranbleiben kann. Am Futo sind wir dran geblieben, mehr oder weniger. Mit dem SDX? Ja, der ist gut, find ich. Also ich hab den zum ersten Mal gefahren bei der 1099, wo Dorian an der Wurstpumpe niedergeschlagen wurde. Da bin ich super gut mit dem Tulip hinterhergeblieben. Da musste ich sogar aufpassen, dass ich dem nicht in den Kofferraum parke. Aber hinterm Futo kommt man auch mit dem Victor hinterher. Ist das echt so? Ja. Auf jeden Fall. Wir sind letztens einem Tulip hinterhergekommen. Kann auch sein, dass der einfach schlecht gefahren ist. Das ist gut, wirklich. Ja, der Tao Shuna ist gefahren. Der ist eigentlich echt ein guter Fahrer, ne? Okay. Das will ich mal austesten. Wenn ich ihn sehe und eine 1060 mit uns macht. 1060 war es nicht. Aber wir haben ihn gesehen am Stadtpark. Ist also quer über unsere Kreuzung gefahren. Sau schnell. Wir hinterher. Und wir haben ihn in den West LS eingeholt. Ach das war der? Wir sind vollgas gefahren. R1 hat auf Streifenwagen gewechselt. R1 ist nun 438, 438 aktiv. Was hast du gesagt? Check. Ach das war der? Das hast du ja heute schon mal erzählt. Ach stimmt, hab ich dir schon mal erzählt. Ich wurde auch schon von Kollegen angehalten letztens. Haben wir routinemäßig oder was falsch? Nee, sie haben gemeint, ich wäre gedriftet. Da hab ich gesagt, kann ja nicht sein. Ich hab das Auto vielleicht ein bisschen verloren, ist neu. Na gut, wenn man sie nicht kennt. Manchmal sehen aber auch Kollegen Sachen, die einfach nicht ganz so sind, wie sie sind. Das kommt halt auch vor. Nein, das war schon richtig, dass sie mich angehört haben. Ja, ja. Na gut, wenn man das Auto noch nicht kennt, dann... Nein, ich kann schon das Auto fahren. Naja. Das prüfen wir die Tage mal. Ich bin halt ehemaliger Rennfahrer, das ist so ein weißen... Ach so. Na dann sollten sie fahren können. Warum fahren sie nicht? Ach, weil Nolan fahren will wahrscheinlich. Ich kann ihn auch gerne fahren lassen. Dann setze ich mich hinten und schocke meine Eier. Alles gut, ich bin gerade... Er hat Prüfung heute gehabt. Okay. Erholung drinnen. Das verstehe ich aber. Ich wusste gar nicht, dass wir neue Rekruten bekommen haben. Wie, wann? Vor zwei Tagen oder so. Vor zwei... Ach so, mir ist es auch aufgefallen, in den Personenakten steht eine neue Mitarbeiterakte. Der PD 96 Omar Bakir Tukoglu. Tukoglu. Den hat Chief eingestellt, ja. Ach so. Ach so. Das war doch hier die Geisel von der Pacific Standard Bank. War das die Geisel oder den, den wir in sein Motorrad geschossen haben? Wer war das? Einer von beiden war es auf jeden Fall, ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er die Geisel war. Weil ich hatte ja die Geisel-Hauptplan. Da habe ich jetzt zwei PD 96. Hm, du wirst wahrscheinlich nur Kowalewski drin haben. Ja. Den kann so aus. Ach so, ich habe eine Frage. Ja. Ist es von der Academy möglich, dass man zum Beispiel darüber hatte ich nachgedacht? Gut, Nachfabbereitschaft herstellen soweit. Dementsprechend alle Personen nachfabbereit. Komm mal, komm mal nur da. Wenn neue im Dienst kommen, also neue Rekruten dazukommen oder Herr Officer oder was auch immer, dass man da am schwarzen Brett einfach einmal heranschreibt, dass neue dazugekommen sind mit den Armen. Wird checkt. Dann dementsprechend los. Dass man das dann direkt da hat, weil sonst... Ähm, wir haben tatsächlich die Kontaktliste, wie du vielleicht weißt. Und man sieht es aber auch, wenn Rekruten da sind, die man so noch gar nicht kennt vom Namen her. Okay, das ist geweislich wieder bei der Ladstelle. Hm. Ich kann das denn... Ich weiß nicht, ob... Man könnte sagen, wir begrüßen, ne? Sechs neue Kollegen, bla 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 bla. Könnte man sagen, ja. Quatsch ich mal mit denen. Und ich meine, das wird ja auch eingetragen, wenn jemand gekündigt ist. Da ist wegen internas, ne? Ja, richtig. Wegen internas, dass du keine mehr ausplauderst. Hm, aber das wäre, glaube ich, praktisch. Gerade auch für die alle, also für alle Kollegen. Weil man weiß, die sind neu, kann man direkt einspeichern. Man braucht es nicht raussuchen, wer ist jetzt neu, muss ich abgleichen mit meiner Liste. Ja. Ich werde es ansprechen und mal gucken, wie wir es hinkriegen. Also eine Idee wäre schon klar, aber ich werde mir trotzdem die Nummer nicht einspeichern, wenn ich sie gerade nicht brauche, so. Also in dem Moment. Die werden mich dann schon anrufen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht, so. Ich habe sie einmal eingespeichert und seitdem kam sie immer wieder mal so mit rein. Hm. Ja gut. Ich habe ja auch erfahren, dass tatsächlich nur drei aus meiner Klasse, die jetzt Prüfung gemacht haben mit mir, also zu dritt waren wir, das sind auch genau die, die noch da sind. Krass, echt? Ja. Also Frau Kruse ist wohl weg. Mhm. Das wurde aber auch nicht an Schwarze Brett geschrieben. Okay. Frau Hazelwood, das wurde an Schwarze Brett geschrieben. Achso, doch, einer ist noch da, aber der ist halt, ja doch nicht da. Und wer ist es? Ja, wer ist er? Marek Malinowski. Marek Malinowski. Der habe ich ewig nicht gesehen. Der eben. Also von meiner Rekrutenklasse damals sind nur noch Houston und ich da und wir waren zu dritt glaube ich damals mit Bauer. Oh Gott, ich muss Doktor Bauer anrufen. Ich mache das morgen. Hä? Okay. Ich fällt mir gerade ein Doktor Bauer, soll ich zurückgucken? Wer ist denn Doktor Bauer? Ein Doktor. Krankenhaus. Okay. Ich weiß nicht, ob der Doktor ist. Bauer aus dem Krankenhaus. Okay. Alle im Krankenhaus sind Doktoren für mich. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Bei einem Doktor Titel kann nicht jeder haben so. Noch hart verdient sowas. Mhm. Hopkins hatte ja einen Doktor Titel, aber der ist ja auch nicht mal ein PD. Ich finde das immer so schade, dass Leute kommen, sich bewerben, dann haben die Bock, dann macht man mit denen und dann sind die einfach weg. Ich verstehe das nicht. Weißt du, man kann ja sagen so, ich habe jetzt, ne, ich bin im Monat beschäftigt. Ich will mal einen Monat eine Weltreise machen. Ich bin einen Monat weg. Kann man ja alles machen. Warum kommuniziert man das nicht so? Und das nimmt dann Plätze für andere weg und so. Ich finde das immer sehr schade. Ja, das ist wirklich schade, finde ich. Was denn eigentlich mit Herrn Heu? Okay. 4-4-2-10-20, Launa Market. Ja. Der war da, hat den Chief überzeugt, wurde wieder eingestellt und dann sei er wieder nicht da. Jetzt ist er wieder weg. Habe ich auch schon gehört. Und gestern wurde Herr Cross gefeuert oder wie? Bitte? Herr Cross wurde gestern gefeuert, habe ich gehört. Mhm. Der soll wohl gegen einen Vargos hier? Jaja, der hat einem Vargos den Ablauf einer 1060 erklärt. Ja. Frag ich mich, warum? Wieso? Ja, frag ich mich auch, warum? Und das gegenüber von einem Kollegen. Das hat mir nämlich Butcher erzählt. Das hat mir Butcher auch erzählt. 4-4-2-10-30, Launa Market. Ich finde es, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schade. Und das sind halt wirklich brisante Informationen, weil wenn sie halt das haben und wissen, wie wir agieren, dann haben wir halt gar keine Chance mehr. Ich stelle mir eigentlich noch die Frage, wieso? Also, wieso, wieso, wieso sagt man das? Ach, keine Ahnung. Ich kann Cross sonst nicht so einschätzen, wie er ist. Leitstelle für die PD41 kommen. Leitstelle für die PD41 kommen. Ja, unser Auto wurde entwendet an einem ProLabs Einsatz. Dementsprechend brüchte die 41, 99 und 66 am ProLabs Einsatz. Bitte was? Bitte was? Gebt 32HK ein. Ihr Fahrzeug steht direkt neben dem Vise-News-Fahrzeug. Das haben wir da hingestellt für Sie. Was zum... Ich habe ihm mal geschrieben. Haha, ihr Keks. Hat er sich richtig schön flammiert. Shit. Aber das mit dem Cross steht ja auch nicht am schwarzen Brett, oder? Nee, ich habe das nur zufällig irgendwie in der Akte gesehen, wegen interner Herausgabe. Aber jetzt wirklich... Ja, 41. Funkausfall wieder. Check somit. Und 41 Ende. Naja, Funkausfall, ne? Naja, kurz Blamage kurz mal so ein bisschen. Glamiert hat er sich. Innerlich so. Ja. Ja, hier immer schön links durchfahren. Hier muss Sicherheit gewährleistet sein. Ich weiß, ich wohne da ja auch. Siehst du? So, hochgespitzt. 416F. Sie fahren jetzt die Fahrschule an. Die Lage ist folgende. Anscheinend wird eine Person bedroht, welche einen... Ich wohne direkt rechts. Hier rechts? Hier rechts? Diese Person ist gerade aktiv zur Fahrschule. Wahrscheinlich wird diese Person verfolgt. Genau das ist nichts bekannt. Einmal bitte vor Ort sich versteckt halten, beziehungsweise bedeckt halten. Anscheinend. Welcher Style? Maritim. Anscheinend wird das erstmal passieren und Unterstützung wird sie in der Nähe aufstellen. 414, 415 und 430 fahren in der Nähe der Fahrschule rum, halten sie aber von der Hauptstraße entfernt. 414. 414. Verstanden. Dann... Wir sind in der Nähe. Wir können schnell hin. Ja. 430... 430... 430 ist zu verstanden. 430 ist Fahrschule. Nein, negativ. Sie sollen nicht bei der Fahrschule fahren. Sie sollen in der Nähe sein für den möglichen Zugriff, falls wir noch eine Information bekommen. Leitstelle. Wir haben uns an einer Tankstelle positioniert. Brauchen wir Sicht auf das Gelände oder sollen wir warten, bis ein Ehrenruf kommt? Was ist denn auch nicht so? Ne, ich will da gerade um die Ecke schauen, deswegen... Ich dachte, du würdest da nicht schwätschen. Ja, was hab ich denn gemacht? Wenn ihr sie verfolgt habt, dass sie eingreifen können, kommen. Oh, Philips kommt. Oh Gott. Chat Philips ist unter einem schwarzen rechts auf der letzten... das letzte auf rechts. Ich bin da gerade im Telefonkontakt. Ich hab hier in seinem Auto erkannt. Das hier rechts? Ja, das hier rechts. Das ist Chat Philips seins. Ah, ok. Chat Philips ist unter dem schwarzen rechts auf der letzten, das letzte auf rechts. Ich bin da gerade im Telefonkontakt. Ich hab hier in seinem Auto erkannt. Und ein Boot. Das Boot ist auch seins, was da hinten steht. Ah, ok. Das Auto hier links ist auch, ja, verrückt. Das hier? Das rechts? Ne, jetzt rechts. Mein Gott, das ist... Hat da hinten einen Stern drauf? Ja, das ist der Ausbruch. Das ist so... Das ist erlaubt auch noch. Das musst du dir so... Das ist halt... Du kannst nichts machen mit dem Scheiß. Das hält wirklich. Aber unter Boden beleuchtet und ist verboten. Ist wahrscheinlich auch vom Werk dran. Von daher ist das auch... Vom Werk, ja. Guck mal. Wenn du dahinter fährst, der pustet dir einfach die Scheiße ins Gesicht. Das ist... Das ist wirklich... Gut. Einmal schau mal die Info. Die bedrohte Person ist Helena Blackwood. Ich wiederhole. Helena Blackwood. Die Kokette ist schön. Mhm. Ja, hier sind zwei schwarze SUVs. Gerade aufs Gelände gefahren. Mhm. 442 wieder aktiv. 415, 1020, in Gink. In Gink. In Gink. In Gink. In Gink. Go boom. Sind sie eigentlich hier autolos geworden? Nee. Nee. Fahr ich noch. Check und check. Das ist echt ne schöne Wohngegen so. Voll. Perfekt. Mhm. Voll für uns. Ich wohne ja direkt im letzten Haus. Also beim PD wohne ich eigentlich direkt. Okay. Auf der Straße. Wenn du nochmal links fährst und dann nächste wieder links. 415, wieder aktiv. Und da dann die Schlechtlaufe neu ist. Leider haben wir eine Information, wo sich der Punkt gerade befindet. Kriegen Sie 20 Sekunden? Das wo der Balkon schön leuchtet. Nee doch nicht. Sieht man nicht von hinten. Doch bisschen sieht man's. Ach. Leuchtet. Lavalampen sind da. Nee nee. Lavalampen waren da. War mal links. Wir haben richtig schön Lavalampen an den Balkon gestellt. Das sieht abends richtig geil aus. Also nicht hier dieses. Was sind hier die? Backsteine. Nee nee. Hier links genau. Ja die Dame ist jetzt schon vor der Fahrschule. Sehr schick. Sehr schön. Wunderschön ist das. Leider immer noch nicht schick. 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 Aber kein Steg oder sowas. Ja Break. Ist es noch kurz bestätigt, dass die Dame und der Verfolger immer noch dort sind kommen. Gut. Folgendes. Einmal kurz alle Informationen. Ich habe jetzt mit der Frau Blackwood telefoniert. Die Frau Blackwood und eine weitere Mitarbeiterin, deren Namen nicht bekannt ist. Werden jetzt von den Wagos bei einer Fahrschule erwartet. Die Frau Blackwood hat anscheinend irgendeinen Stress mit denen. Und das könnte eskalieren. Wobei es hier genau geht, ist nicht bekannt. Die Wagos müssen sich nur mit dieser Dame treffen. Ja. Die Frau Blackwood selber befindet sich gerade in der Fahrschule. Die Mitarbeiterin, welche auch erwartet wird. So gesagt, die zweite Person wird aber zu diesem Treffen nicht erscheinen. Ich würde jetzt bitten, dass jemand die Einsatzleitung vor Ort übernehmen würde. Kommen. Ja, wir haben gerade eine Einheit, die bei der Fahrschule schon unten war. Wo es die Radio 1020 kommt. Ermögendlich sind nur die 414, 415 oder 430, welche bei der Fahrschule sein könnten. Ja, ich rede von der 414, ihre aktuelle 1020. Sind wir genau? Äh, wir sind beim Winko. K-Dieter-Ship kommt. Ja, 414, fahren Sie bitte die Fahrschule an und positionieren Sie sich dort. Sie haben dort die Einsatzleitung. Wir sind auf der gegenüberliegenden Straße, die Zufahrten haben das Ganze im Blick und können Informationen geben, falls was passiert, weil es der Emperor fließt. Sollen wir die jetzt anhalten oder was? Nee, ne? Äh... Gegebenenfalls irgendwelche Detektives im Dienst, die die Bedrohungssaal gegenüber der Frau Helena Blackwood bzw. Fahrschule... Wir sollen hier reinpacken, oder? Ja. Das sind aber nicht die Vakos, sondern die Aztekas waren das gerade. Ja? Ja, ja. Guter Nachtrag. Äh, gerade die vom Hof gefahren sind, das waren die Aztekas. Die Dame ist nicht mehr drin. Nee? Nee. Die wollte doch gar nicht hier zum... Ach, die ist hier drin und geht nicht zum Treffen, hm? Ja... Nolan, helf mal kurz, ich check grad nicht, was genau hier hinten ist, oder? Also... Okay, Frage von der 414. Die Dame sollte sich noch in der Fahrschule befinden, korrekt? Ja, das ist so korrekt. Dann gehen wir da mal rein. Okay, dann soll die Dame mal bitte rauskommen, wenn möglich, weil ich hab das Gefühl, sie befindet sich nicht mehr im Gebäude. Nicht, dass die mit den Leuten grad mit ist. Ja, kurz im Moment. Nicht, dass die mit den Autos unterwegs ist. Ja, das ist das Problem. Kann man nicht noch umliegende Streifen, die die kontrollieren können? Kann vielleicht irgendeine umliegende Streifen, die hier weggefahren sind, nicht, dass die Dame da jetzt drun sitzt. Guck mal, wer der ist. Ja, die 416. Die 416 fälligt Richtung Aztecas Gasse. Vermutlich ist das außer. Check. Check. Lass uns mal mit den Reden. Lass uns mal mit den Reden. Mit den Securities. 414, 1020 dann Verwarschung. Wir reden kurz mit den Security Leuten. Das wollten wir grad fragen. Haben Sie irgendwas hier mitgekriegt, dass eine Dame vielleicht mit dem Auto eingestiegen ist und mitgefahren ist oder irgendwie sowas? Check. Es sind, just in dem Moment, wo ihr raufgefahren seid, zwei Fahrzeuge runtergefahren. Einmal ein Lowrider, ein Weiß und einmal, ich glaub das war ein schwarzer Tulip. Ja genau, und Emperor war das der Weiße. Haben wir gesehen, es geht jetzt nur um eine Dame, die wohl hier sein soll, aber irgendwie nicht hier ist. Da wisst ihr nichts von? Nicht direkt, nein. Wir haben jetzt keine anderen Personen gesehen. Okay, dann lass uns noch mal kurz in der Fahrschule gucken. Dann gucken wir mal in der Fahrschule. Ja, wir schauen da noch mal nach. Dankeschön auf jeden Fall. Ich fahr mal schnell den Wagen ein bisschen zurück, ja? Okay. 518, wieder aktiv. Wie viel zu? 1020 Gläser. Das gibt's dann. Ja, neue Infos der Leitstelle. Selbst unsere Pd8-Nachsekretär wurde auch überfallen, hat gemeldet. Schwarzer Empfordler, vier Personen, alle mit mindestens Messer bewaffnet, sind geflüchtet Richtung Quinko Vespucci. Korrigiere, Downtown. Ja. 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 Guck mal, da drin steht doch die Dame. Ja doch, ja. Okay, okay. Ich rufe Ronny an, dass die Dame hier ist, okay? Ja. Wenn das sie ist, dann ja. Scheint so. Kurze Information, ist die Dame noch an der Fahrschule, ja oder nein? Wir haben eine Dame vor Ort angetroffen. Wir prüfen das gerade. Hi. Wunderschön. Haben Sie angerufen? Ja. Die Leitstelle informiert, wir können gerade auf die Systeme nicht mehr zugreifen wegen Wartungsarbeiten. Sie hatten angerufen? Das war so? Ja, ja, ich hatte eben angerufen. Ah, okay, perfekt. Ich gebe das kurz durch, weil da hatten wir gerade Sorge ein bisschen. Ne, alles gut. Okay. Die 31 war gerade noch mal am Telefonieren. Wir sind noch vor Ort, also hier soweit erstmal unter Kontrolle. Okay. Können Sie mal ganz kurz erklären, was hier gerade passiert ist? Ja, mit PD19. Ja, und zwar haben wir seit längerem schon ein bisschen Stress mit den Bargos, also mit den, die dieses gelbe Band tragen und die wollten gerade mit mir sprechen, damit wir das klären. Also ich bin CEO der Fahrschule. Mhm. Also bin ich dahin und die wollten ein Gespräch hier in der Fahrschule haben, weil auch eben nichts mehr los ist. Und eine Mitarbeiterin sollte dabei sein, also das wollten wir dann zu zweit machen. Mhm. Und dann sollte ich eben denen Bescheid sagen, wenn diese Mitarbeiterin auch da ist. Und ja, und auf dem Weg eben, also die meinten zu mir ja, fahr schon mal vor, wir kommen dann gleich nach, wenn du Bescheid sagst, dass ihr da seid. Und ja, in dem Zeitraum eben von unten vom Strand bis hierher habe ich halt eben angerufen, weil mir das alles nicht, also alles nicht richtig gut vorkam. Ich will mich da jetzt natürlich auch nicht alleine treffen und weiß nicht, die waren generell sehr bedrohlich irgendwie. Ähm, ich habe eben auch nochmal den Anruf bekommen. Ja, hier sind ja irgendwie sehr viele vom PD unterwegs. PD-Autos ist ja sehr voll hier, ob ich damit irgendwas zu tun hätte. Und die haben sich erstmal zurückgezogen, bis ich eben Bescheid sage, dass sie kommen können. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Nicht treffen auf jeden Fall. Nein, auf keinen Fall. Nicht treffen auf jeden Fall, genau. Aber... Und gelbe Sachen... Gelbe Bandanas. Gelbe Bandanas, ja. Also nicht die, die gerade hier vom Hof gefahren sind. Oder doch. Waren hier vorhin Leute? Waren es gerade die Fahrzeuge, die vor circa fünf Minuten hier weggefahren sind? Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich gerade hinten war. Welche Fahrzeuge das waren. Aber die meinten halt, sie mussten sich zurückziehen, weil ja ziemlich viel Verkehr ist. Ich kann es nicht genau sagen. Das ist ja wohl klar. Könnt ihr mal wiederholen, am Wasser ist Georg in den Gespräch gehen? Wissen sie das zufällig? Äh, ist das die Person, die sie gesucht haben? Ne, das weiß ich tatsächlich nicht. Die wollten eben nochmal in Ruhe reden. Ja, dann kommen sie raus. Wissen sie denn genau, um welche Person es sich da handelt? Ach, da standen gerade, glaube ich, vier, fünf Leute, die ich da gesehen habe. Also das kann ich so genau nicht beschreiben, tatsächlich. Weil die auch sehr bitte nicht einfach flirken. Ein Motorrad. Also. Ne, ich meine, ähm. Sie kommunizieren ja offensichtlich mit denen. Ja. Worüber kommunizieren Sie? Ähm, über das Telefon. Also eine Nummer habe ich, aber dazu sonst nichts. Okay, haben Sie mir dazu für dich die Nummer dazu? Dann notiere ich mir die gleich. Ja. Ja. Ja, beziehungsweise ja. Da sind wir natürlich kurz zugemeldet. Moment, ich mach ganz kurz die Leitstelle. Okay. Ähm. Check the Mates. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Da ist die Fekte, da haben wir einen Behördenfunkrat. Okay, also mit Vorwahl? Ja. 7, 3, 5. 7, 3, 5. 0, 3, 5. 0, 3, 5. 0, 3, 5. War die Nummer, die mich eben angerufen hat. Okay. Sehr sympathisch. War gut. Herr 43, denken Sie daran, dass noch auf der anderen Seite eine Außenabsicherung besteht? Okay. Okay. Äh, könnten wir ja mal für das Protokoll noch kurz Ihren Ausweis haben? Ja, klar. Bitteschön. Helena Blackwood. Okay. Moment. Oh Gott, ich muss ganz kurz auf der Toilette. Entschuldigen Sie. Edi 99, machen Sie Bilder vom Tatum. Okay. Wunderbar. Ja. Dann haben Sie hier einmal den Ausweis zurück, bitteschön. Dankeschön. Ähm, sollte Ihnen hierzu diesbezüglich nochmal was einfallen, ja, sollten die nochmal auftauchen. Dann rufen Sie sofort an und wir kommen sofort her, ja? Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, die sind hier irgendwo in der Nähe, wie ich jetzt natürlich hier wieder vom Hof wegkomme. Ich will natürlich auch nicht, dass die mir jetzt irgendwie nach Hause hinterher fahren oder so. Mein Panto steht hier vorne. Ähm. Also, ich denke mal schon, dass die sich melden werden, wenn das Treffen eben nicht stattgefunden hat und wenn wir sehen, dass jetzt sehr viele E-Autos eben sind. Also, die werden sich schon den Teil denken, denke ich. Aber ich weiß jetzt halt nicht, wie ich mich verhalten soll. Haben Sie die Möglichkeit, irgendwo unterzukommen gerade? Also, woanders als den normalen Standort, wo Sie wohnen? Ähm, ja, ja, könnte ich. Ich könnte jemanden anrufen. Dass man das auf jeden Fall nicht direkt assoziiert, weil die wissen bestimmt, wo sie wohnen. Versuchen Sie am besten, nicht alleine zu bleiben, sondern immer mindestens zu zweit oder mehr. Einfach nur aus dem eigenen, einfach nur zu ihrer eigenen Sicherheit und dass sie halt jemanden quasi als Backup haben. Mhm. Also, ich hoffe nicht, dass die wissen, wo ich wohne, weil ich noch relativ frisch CEO bin und quasi noch nicht so lange verantwortlich. Mhm. Aber, naja, ausschließend kann man es eben nicht, das stimmt. Eben deshalb sagen wir es auch gerade. Lassen Sie sich auch viel rumfahren zum Beispiel? Weil am Auto erkennt man das halt relativ gut. Ja, die kennen jetzt meinen Panto, das stimmt. Richtig, deswegen... Weil den kann ich jetzt stehen lassen. Richtig, deswegen... Den Panto stehen lassen, genau. Einfach den Anschein erwecken, dass die quasi die ganze Zeit hier sind und sich ein... Wie die 31 kurzes Status-Updater bieten, wie die Sachen an der Fahrschule jetzt kommen. Moment. Ja, die 11 spricht für die 31. Aktuelles Status-Update. Die Personen sind vorhin mit einem Emperor und mit dem weißen Emperor und mit dem schwarzen Tulip weggefahren. Aktuell sieht es so aus, dass sie wohl ein Gespräch oder ein Kaffeekränzchen mit denen abhalten wollten. Aber genauere Informationen haben wir noch nicht. Wir raten jetzt der Dame erstmal sich abholen zu lassen und nicht alleine zu bleiben. Ja, check. Ist es ansonsten möglich, dass wir die Dame hier weg transportieren? Ähm, wir sind eigentlich kein Taxi-Unternehmen und wir können das nicht dauerhaft machen, deswegen sagen wir gerade... Absolut. Der ruft jetzt gerade nochmal an. Okay, ja dann gehen Sie mal bitte ran. Ja, hallo? Ja, hallo? Ja. Also, ich... Was soll ich sagen? Die Mitarbeiterin ist nicht aufgetaucht. Bis jetzt. Ja, habt ihr eine Person an der Nordseite, die telefoniert? Aber ein Satz... Ihr standet ja dabei. Also... Ja, ja. Ne, ich... Ne, ich meinte Gehaltserhöhung und in der Fahrschule treffen jetzt sofort. War da noch was? Ne. Ja, also... Ne, sie meinte, sie... Sie kommt, sie macht sich auf den Weg. Ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt irgendwie was... Ja, 518 zur Leitestelle kommen. 518 hört. Einmal als 10-10 bei Dagegenkang ankommen. Ne, ich kann dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Sechs Unrechte zu mir kommen. Ja, also ich... Ich kann sie nochmal versuchen anzurufen, ob irgendwie... bei ihr was passiert ist oder so. Aber mehr kann ich da jetzt auch nicht machen, außer warten. Ja, okay. Ja, ich melde mich dann nochmal. Äh, Helena. 99 Laufrichtung? Ja. Dann... 43 übernimmt Einsatzleitung Dark Inc. 65 Co-Einsatzleitung. Also er... 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 Erwartet eben, dass ich mich melde, weil... Wenn die Mitarbeiterin da sind oder nicht. Ich meine, um 10 sollte ich mich nochmal melden, wie es jetzt aussieht. Mhm. Ich bin eigentlich hundertprozentig davon überzeugt, dass die irgendwo... ... stehen, warten und sehen, was hier abläuft. Also... Ach. Dann sollten wir... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ne, also es ist... Wenn die hier sind, dann wissen die, was los ist. Also... Ich meine, diese Mitarbeiterin wird nicht kommen. Ich habe niemandem Bescheid gesagt. Die ist auch besser so. Sagen sie einfach, sie erreichen die einfach nicht oder... Ja, habe ich. Ich meinte, ich kann gerne nochmal bei ihr versuchen, was los ist und so, aber... mehr als warten kann ich halt auch nicht. Ne. Wie lange haben sie hier noch auf? Ähm... Offiziell hatten wir schon geschlossen heute. Okay. Wenn wir sie hier wegbringen, kommen sie hier weg. Ja, das ist bekannt gesucht, denn vier männliche Tatverdächtige. Das wäre tatsächlich, glaube ich, ganz gut. Dann würde ich mein Panto hier stehen lassen, weil den Panto kennen die. Mhm. Wenn ich jetzt den Panto zu Hause oder sonst wo hinstelle, dann... Ja. Sind halt auch alle anderen da mit dran. Die Kollegen haben ja ihren Namen aufgeschrieben, ne? Ja. Dann können sie die Telefonnummer vielleicht noch geben. Müssen wir nicht extra raussuchen. Dann würden wir uns da auf jeden Fall nochmal melden. Ja. Wie sieht das jetzt bei Ihnen aus? Also um 10 Uhr melden sie sich dann nochmal und sagen am besten, ja... Sie erreichen die nicht. Ja, aber... Sie haben hier geschrieben, können sie ja sagen. Ja. Einfach so wirklich so tun, als wenn wirklich das so wäre. Dass wir die erstmal so ein bisschen auf Distanz halten vielleicht. Ja, ob die sich damit zufrieden gehen, weiß ich allerdings nicht. Ist wahrscheinlich nicht, aber... Dann sind sie halt auch nicht hier und und direkt irgendwie, ne? Ja. Wer kommt da jetzt? Greifbar. Okay, haben Sie mir mal ganz kurz Ihre Telefonnummer? Ja. Vorwahl? Ja. Ähm... 8080... Mhm. 79. 808079. Ja. Okay, wunderbar. Dann bitte jetzt wieder mit dem PD Funkkreis. Genau. Sollte da jetzt noch irgendwas kommen? 911... Ja. Und wir bleiben in der Nähe. Alles klar. Ist nun der Fox. Ja. Und Sie können zum Beispiel mit Herrn Fox da mitfahren. Ja. Okay, mach ich. Dankeschön. Genau. Einfach nur zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass Sie ja nicht alleine sind in dem Fall. Und den Panto hier stehen lassen. Das ist erstmal der Eindruck, dass Sie noch hier sind quasi. Ja. Was mache ich dann, wenn meine Mitarbeiter morgen wieder zum Arbeiten kommen? Und die Nachkommen wollen? Wann beginnen die hier? Ähm... Um viertel vor sieben abends. Ja. Auf jeden Fall. Wir haben das auf dem Schirm. Können Sie vorher oder wie... Ja. Seit ihr morgen da? Äh... Ich... Ich wahrscheinlich ja. Dass wir da auf jeden Fall das auf dem Schirm haben. Und dass wir vorher noch mal mit Ihnen reden, bevor Sie hier hinfahren. Ja. Alles klar. Einfach, dass wir da aufpassen. Was war das? Viertel vor sieben? Äh... Genau. Viertel vor sieben. Dann schrei ich mich das mal auf. Also irgendwann ab 18 Uhr noch mal kurz telefonieren. Dass wir das irgendwie besprechen, wie das hier weitergeht. Da machen wir uns auch dann Gedanken. Und ja. Wir müssen das irgendwie hinkriegen auf jeden Fall. Ja. Also die wirken vorhin... Fahrschuldinge machen wir alle noch. Ach. Die wirken so bedrohlich. Ich glaube nicht, dass die das auf sich sitzen lassen. Nee. Wenn ich sage, ja nee, die ist nicht gekommen. Durchs wahrscheinlich nicht. Die werden es weiter probieren. Ja. Wir werden uns auch irgendwie... Irgendeine Lösung brauchen wir dafür. Da werden wir uns Gedanken machen. Ja. Ja. Ach so, Fox, du wolltest dir Sachen machen. Ja, ich würde eigentlich noch mal kurz Brottermine abschicken. Frage haben wir... Ja, sonst bringen wir sie denn noch raus. Ist das eine Schäzerei oder eine Stecherei gewesen? Ja, in dir hast du gemeldet... Ja, ich denke. So verbleiben wir erstmal. Sagen Sie den, Sie erreichen ihn nicht. Wir probieren es aber weiter. Und Sie haben ihr geschrieben. Sagen Sie auch, in der Regel meldet sie sich sofort, wenn sie das sieht. Und dann vielleicht sind die ein bisschen beruhigter. Und ist ja manchmal so einfach. Ja. Wir unterhalten uns auf jeden Fall dann. Aber vielleicht heute Abend rufen wir dann nochmal. Wir würden kurz nach 10 vielleicht nochmal anrufen. Mhm. Dass wir da den aktuellen Stand erfragen. Ja. Wie gesagt, morgen besprechen wir das alles, wie wir da genau weitergehen. Okay. Dann hoffe ich, dass bis morgen, ja, hier niemand mehr vorbeiguckt. Ja. Hoffen wir einfach mal. Ja. Haben Sie irgendwie ein Dokument, wo Sie das reinschreiben können, dass es da ein bisschen irgendwie was brenzlig ist, dass das die Kollegen sehen? Ja, ja. Auf jeden Fall. Das sollte man vielleicht machen. Kann man die anderen benachrichtigen. Ja. Das ist gut. Okay. Genau. Dann. Wir warten jetzt noch hier, bis ihr fahrt. Ja. Dass hier jetzt nichts passiert. Ja, ihr kommt hier ja nicht mehr raus. Ja, wir gehen raus. Achso, wir gehen raus. Ich hab aber beschlossen. Wir stehen doch hier, Mensch. Das ist Glas. Das siehst du, ne? Ja, aber. Ja. Du kommst hier nicht mehr raus. Ich hab 438 nach 10.30. Wie der Akenkrieg. Achso. Ich stock. So, vielleicht soll man auch abfließen. Ja, besser machen wir. Ja. Ja. Okay. Ja. Alles klar. Dann einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf, ja? Ja. Ja. Und wie gesagt, einfach melden. Alles klar. Ja. Ja. Genau. Die Nummer hab ich da auch geschrieben. Und noch vorsichtig, Fox. Nicht so verrückt wie sonst. Ich war nie verrückt. Okay. Ich hab heute nur Recruiten geschubst. Warum? Das war Arbeit, ja? Morgen schubst du nicht dich, alle. Sorry. Ciao. Ciao. Scheiße. Das ist große Kacke eigentlich. Wir haben gerade eine verfügbare Einheit in der Nähe von BPD. Wir haben da grad zwei, äh, Spaßige, die meinen sich mit falschen Ausweisen hier, äh, Ausweisen Sollen wir mal? Check 414 wäre wieder frei. Von der Fahrschule kommen. Ja. Checken bitte einmal BPD an Warncode 3. Komm. Check. Check. Sind unterwegs. Danach würde ich dann auch außer Dienst gehen. Na klar. Haben sie sich verdient, Leute? Ja, wie gesagt, ich war selber von mir überrascht. 4, 3, 8, 10, 30, MD. Na Theorie liegt mir eigentlich nicht so. Das sieht aber anders aus, wenn ich das gesehen hab. Ja, gut. Dreh direkt hier, genau, man wills. 4, 1, 4, 10, 20. Wiepidi. 4, 1, 4, 10, 20. Wiepidi. Check. Die machen wir nicht. Das finde ich blöd. Wir bleiben einfach mal draußen stehen kommen. Ja. Ich wollte gerade sagen, kommen wir noch durch den anderen Englern raus. Um wen handelt es sich beim LSPD? Viktor Milos. Da steht einer von, ja wahrscheinlich auch von Vargos, der hat sich hier mit 2 Ausweisen ausgewiesen. Und behauptet, der wäre Francisco Garcia. Das passt aber gar nicht mit dem Bild von der Personenakte. Deshalb haben wir jetzt die Streife hinzugeholt. Üben sie schon mal. Ja, ja klar. Zielübungen, jederzeit. Okay. 4, 1, 5, könnt ihr mal bitte ganz kurz bei uns noch die hintere Fahrertür zumachen? Hm. Na gut. Hat super geholfen, oder? Mhm. Bis zu. Moin. 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 Gocom. Moin. Wie pitchlos? Ja ja. Ja, damit bist du jetzt vollwertige Aufwässer, dann kannst du mich duzen. Das heißt er muss плохо grenzen, sondern das ist ungefähr Pinz. Sobald die letzte RTW abgerückt ist, kann die SD-Streife abrücken. Danach dann dementsprechend nur noch Befragung von Personen. Danach ein Einsatz. Das war sowieso immer kompliziert. Ich habe ja schon gehört, welche Punktseite du heute gekriegt hast. Ja, wie gesagt, ich war selber überrascht. Also die beste Punktseite, die ich bisher gehört habe. Die es bisher auch gibt mit dem Test. Ich meine 36 von 36 Punkten? Nicht schlecht, du. Nicht schlecht. Damals gab es das aber noch nicht. Ich hatte noch die zwei Wochen Recruitenzeit. Und direkt nachdem ich Officer wurde, wurde es gendert. On-the-Fly-Prüfung noch? Ja, ja, on-the-Fly-Prüfung quasi. Bei mir hätte damals eigentlich eine Prüfungsvorbereitung sein sollen, aber ja, wurde dann doch keine Prüfungsvorbereitung, sondern eine Prüfung selber. Haben sie mal so spontan entschieden. Ja gut, das ist dann aber auch wahrscheinlich so ein bisschen Druck nehmend, wenn man Ja klar, also wenn man denkt, das ist noch eine Prüfungsvorbereitung, dann hat man es viel einfacher, als wenn man halt direkt in der Prüfung ist, weil man halt in der Prüfungsangst reingeht. Boah, ich war so aufgeregt vor der Praktischen. Also wirklich Praktische war richtig. Ich dachte eigentlich, dass bei mir die Theorie das Schwierige wird, weil ich eigentlich nicht so ein Theorie-Mensch bin. Kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich habe auch mehr aufs Praktische gesetzt, als aufs Theoretische. Mitten in der, also in der Theorie-Prüfung wusste ich dann schon, ja eigentlich eigentlich hast du es jetzt schon geschafft, so nach der neunten Frage. Hm. Weil das bis dato eigentlich relativ einfach war. Wie viele Fragen waren es insgesamt? Ich kenne die Prüfung jetzt gar nicht so. 15 waren es. 15 Fragen. Auch nicht schlecht. Ich habe mich auch tatsächlich mit Kollegen darauf vorbereitet, auf die Prüfung. Also, ja, hat sich gelohnt. Auch wenn man viel vorbereitet hat. Hier ist dahinter, oder? Ah, hinter der Säule. Ihr könnt reinkommen. Okay. Die PD 66 meldet sich ab. Offischer gezeigt, Mann. Mhm. Genau. Wie kommen sie darauf? Weil sie zwei unterschiedliche gezeigt haben. Ich gucke jetzt mal. Guck jetzt mal hier kurz rein. Hier, der Kerl da vorne in den beischen Hemd hat ein Ausreich noch gezeigt, Mann. Ja, ja, das ist auch in Ordnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute. Wow. Milos, wie viele Ausweise hast du in deiner Tasche? 14. Die haben Angst, Mann. Ja, dann bitte einmal auch Milos überprüfen. Wenn er 14 Ausweise hat, ist das ein bisschen zu viel. Die zwei Milos einmal festnehmen, durchsuchen los. Zack, zack, zack. Bleiben sie ganz kurz hier stehen, Sir, ja? Bleiben sie ganz kurz hier stehen. Ich habe super geschlafen, oder? Habe ich jetzt? Ich habe super geschlafen. Unser voller Ernst. Dann einmal bitte umdrehen. Seid ihr bekloppt, oder? Dann einmal bitte umdrehen. Umdrehen, festnehmen und runter mit dem. Pass auf. Warum runter? Besten Arme? Ja. Also U-Haft, also Anwalt, sofort. Nein, das ist kein U-Haft, das ist halt... Was ist das? Präventivhaft. Präventivhaft mit Handschellen ist verboten. Das ist so negativ. Das ist so negativ. Das sind sehr ordentlich gesetzt. Mr. Milos, Sie brauchen uns nicht von Fuchs und Hasen erzählen, wie wir unseren Job zu machen haben. Können Sie den zwei mir einen Gefallen tun, kommen Sie mal her. Natürlich. Passen Sie auf, bringen Sie den in Palito Bay, in Palito Bay in die Zelle unten, ja? Ja, Sir. Aber erstmal durchsuchen, aber zwei aus, was er dabei hat. Ja, ist doch verstanden, Sir. Machen wir. Wird erledigt. Doch, U-Haft. Also, dann einmal bitte umdrehen. Wir müssen Sie einmal durchsuchen. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Das ist ein sehr guter Scherz. Aber umdrehen und sich durchsuchen lassen. Ich diskutiere da nicht. Nichts warum? Umdrehen. Ja, wenn Sie mich festnehmen, muss ich ja wissen, warum. Jetzt drehen Sie sich um. Warum? Aufgrund des dringenden Tatverdacht, dass Sie mehrere Ausweise dabei haben. Drehen Sie sich jetzt um. Also, ich finde da jetzt nichts zum Lachen, ne? Bla, bla. Ja, bla, bla, bla. Kann ich auch sagen. Ja, sagst du ja gerade. Ja, habe ich doch gerade. Ja, ich weiß. Ja. Wo haben Sie denn Ihre Brieftasche? In meiner Rechenpopotasche. Gut, dann nehme ich die einmal raus. Du musst locker machen. Kommst in die Rand. Ja. Ach, Mann. Das BV2 1020 Afrodonis. Ja, Cic, BV2 waren Sie vorsichtig, wenn Sie das Gebäude betreten und schauen Sie erst mal, ob da noch wer drinsteht, da nicht, dass da der Geistland ist. Ja, Cic, BV2 flüchten, wir steigen auf ein schwarzes Motorrad und auf... Gut. Sag mal kurz. Nee. Wo? War das eine 1060 oder 1060 Afrodonis? Ja, ich habe Ihnen eine Anweisung. Palettung. Oh, scheiße. Du hast ein paar Komplikationen hier. Er hat keinen... Du bist ab nach Palettung, Jungs. Ja, sag mal, was heißt er bei... ...1960. Äh, beigefarbener ASEA. Alles klar. Dann dürfen Sie mir einmal folgen. Warum? Eine Person noch flüchtig nach Norden, äh, durch Kontakt leider verloren. Die werden wir noch vorlesen, oder? Hat der, hat der zwei Ausweise dabei? Nein, der hat er nicht. Der nämlich auch nicht. Was ist das hier für ein Quatsch? Komm in Nordkorea. Ja, ist so, oder? Wie heißt er dort? Der Ying Yang Jung, oder? Äh, 411 hat den ASEA gefunden. Setzen Sie sich einmal ganz kurz hin. Unterführung, äh, biegen jetzt ab in Richtung Osten, Richtung... Keiner von denen hat zwei Ausweise. Jetzt machen wir uns gerade... War das dann eigentlich locker machen? Also entweder, irgendwie sind die geklebt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hatte auf jeden Fall zwei Ausweise. Eben kurz da... Kann es sein, dass die... Es kann gut sein, dass die zusammengeklebt waren und dass die beide gleichzeitig einfach hier rausgelegte, hierhin gelegt haben. Äh, ja, drei Leute, Alter. Aber die haben halt nichts dabei. Das kann nicht... Ja, wir haben eigentlich im Prinzip keinen Grund, aber der Chief will das wie Milo Show noch nach Palito bringen. Ja, haben wir keinen Grund dafür gerade. Ah, komm hin. Dieser eine Herr, den kann man noch mal kontrollieren, bitte. Ob der zwei Ausweise dabei ist. Ja. Genau, wie viel... Oh, Sheken, Yoshi! Na, 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 na. Ah, schön die Nationalhymne gesungen. Ja, ich bin ja auch scheiß normal. Das ist Landisch-Guto. Das ist so richtig und sie brauchen mich nicht beleidigen. So, stehen Sie bitte einmal ganz kurz auf. Ich helfe Ihnen dabei, ja? Man, du nötig. Linkes Knie, rechter Fuß. 3, 2, 1, go. Let's go. Sehr schön. Dann einmal bitte hier hinstellen. So, Sir. In den Rücken zu mir. So, so weit. Also genau, wir gucken noch einmal rein. Dann hat sich's gleich geklärt, Sir. Dann schulden Sie uns nur 350 Dollar. Wegen Ihrem Aktenzeichen 1206. 20, 22, 03. Und dann können Sie gehen. Das ist in Berufung. Das geht vor Gericht nochmal, Mann. Das prüfe ich schnell. Ja. Ja, jeder kann machen. Gut. Wollen Sie einen Ausweis? In meiner Po-Tasche. In Ihrer Po-Tasche. Ja, die hängt ja schon ein bisschen tiefer. Hm. Passieren jetzt die Megamoll. Weiter in Richtung Osten. Soll er einmal die Füße nehmen, oder? Okay. Rechte, gut. Dann der Linke bitte noch. Okay. Ja, wunderbar. Sehr schön. Fahrt Richtung Davis Parkhaus. Davis Parkhaus auf der Südseite passiert. Fahrt Richtung weiter Richtung Osten. Dann würde ich Sie aber wieder freilassen hier, ja? Hallo, ich bin festgenommen worden. Das ist mit meinem Anwalt. Fahrt abgebogen Richtung Süden. Jetzt auf die Brücke hinzu. Abgebogen Richtung... Da hast du schon mal ein bisschen tieferhaft. Der wird tieferhaft, aber ohne Handschellen getätigt. Steht so in der Gesetzeslage. Nein. Nein. Mr. Milos, Sie haben uns nicht zu erklären, wie wir unseren Job zu machen haben. Haben wir uns verstanden? Klar soweit. Deswegen hab ich ja nichts zu erklären. Sie haben uns gar nichts zu erklären. Frage sind... Sind Sie der Polizist oder sind wir die Polizisten? Sind Sie bescheuert? Nein. Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Und die beantworten Sie mir jetzt bitte. Haben Sie die Uniform und die Weste an? Bloß den Taser und die Schusswaffe bei sich? Oder haben wir das? Pass mal auf, du Bratpfanne. Bloß bei der Kopf ist... Bratpfanne. Bratpfanne. Wir können uns mal draußen auf dem 1&1 klären. Klar können wir gerne machen. Sie sollten vielleicht wissen, dass ich Nahkampf-Erfahrung habe und 15 Jahre bei den Marines war. Sie haben gar keine Chance gegen mich. Was willst du, du Radfahrer? Ich kann doch ganz anders sein. Ich kann auch ganz anders, mein Freund. Ja, los, dann zeig's. So, dann stehen Sie mal bitte auf. Ich helfe Ihnen dabei. Linker Fuß, rechtes Knie. So, sehr schön. Aufstehen. Gut. Wir lassen Sie wieder frei. Und Sie hören jetzt auf, uns zu beleidigen. Wir machen nur unsere Arbeit. Das sollten Sie vielleicht wissen. Ich weiß, dass Sie bereits bei der Polizei waren. Und Sie sollten vielleicht auch wissen, dass wir nur unsere Arbeit hier mal machen. Und Sie nicht uns beleidigen müssen. Ansonsten könnten wir Ihnen eine Ordnungswidrigkeit wegen Beamtenbeleidigungen reindrücken. Und die wird nicht gerade günstig. Die Beamtenbeleidigung haben Sie gerade viermal getätigt. Wir sind bescheuert, wir sind dumm, wir sind alles. Und das zählt als Beamtenbeleidigung oder Ehrverletzung in dem Fall. Hör mir mal zu, ich hab gefragt. Darüber diskutieren wir jetzt auch nicht. Wir diskutieren, wir diskutieren, wir diskutieren hier nicht rum. Sie versuchen uns unsere Arbeit zu erklären. Ja, ich erklär euch auch Arbeit, weil du keinen Plan davon hast. Wir haben keinen Plan dazu. Okay. Das ist mir soweit bewusst. Außen ein gegen eins kommt. Scheinbar. Für 50 Ende. Eins gegen eins. Meinen Sie wirklich, dass Sie da Lust drauf haben gegen mich? Draußen, los, komm. Zieh dich um. Ich mach hier gar nichts. Ich bin im Dienst und ich werde hier gar nichts machen. Es sei denn, Sie machen eine Straftat, dann sind die das mal festgenommen. Aber in dem Fall. Warum wurde ich jetzt festgenommen? Nicht meine Gehaltsklasse. Sorry, aber das ist eine Frage jetzt. Das ist nicht meine Gehaltsklasse, Mr. Milasch. Was? Okay. Was wollten Sie denn jetzt hier im BD? Ähm, Fahrzeugkommenden. Ein Fahrzeugkommenden. Wir waren fast fertig. Also ich hoffe, die haben es schon fertig gemacht. Wir müssen nur noch bezahlen. Was? Jo, ich bin in einer halben Stunde lang in der Haft, Mann. Wir sehen uns spät. Jo, Alter, hau rein, Mann. Na gut. Komm, komm mal. Dann war... Ja, ist die Karte jetzt umgemittelt. Oh, ähm. Ja, die 1020, der 1099, die mittlerweile Code 4 ist, war der Festgenommene, der um sich gesteckt hat. Ja, vorläufig festgenommen hat er gehört. Weiterhin, äh... Moment, komm mal kurz, komm mal kurz, bitte. Miloš, nicht jetzt, wenn wir soweit sind. Ja, der hat mich gerade wieder entlassen aus der Situation. Achso, ja, warte kurz. Ich verstehe die Situation gerade hier nicht so ganz. Die haben jetzt irgendwie Ausweise gezeigt und die haben keine zwei Ausweise dabei. Ja, wir können... Die sind ja auch nur hier gewesen wegen dem Fahrzeugunleiter. Na gut, Mr. Garcia hat wahrscheinlich was offen, aber... Ja, der kommt jetzt kurz 35 Minuten in den Knast und dann brauchen wir Miloš auch nicht hochbringen. Da müssen wir den noch nicht mitnehmen. Wir setzen ihn jetzt in den Knast und müssen halt kurz bei dem bleiben. Ja, wir sind das Problem. Wie lange hat er? 35 Minuten. Also jetzt nur noch 30. Ja, gut, okay. Okay, zwei tote Täubchen Miloš. Alles gut, wie gesagt. Sorry für die Uneinnehmlichkeiten. Äh, ne? Wir machen auch nur Menschen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt los war. Ich wohne nicht. Okay, das ist kurz. Wir gehen in einer halben Stunde wiederkommen. Und wir haben es jetzt doch gemacht, dass wir zusammen nach unten gehen können, okay? 22, 30 sind sie wieder weg. Ist die Karre umgemittelt? Wurde das zu Ende geführt, Jürgen? Habt ihr die... 50 Dollar müssen einfach noch abrechnen. Das müssen wir uns dann direkt verhaften, Mann. Man könnte doch einfach fragen. Ja, das... Manchmal gibt es Vorgeschichten, wissen Sie. Und da ist das immer so ein bisschen schwierig. Du glaubst ja nicht, dass ich mit einer M16 bei euch hier ins APD komme? Ne, dann wäre hier was ganz anderes los. Seien Sie froh, dass wir Ihre Waffe da vorne nicht wegnehmen, ja? Der hat sogar ein Schallempfer, Mann. Oh, mein Gott, das will ich nicht sehen. Das könnt ihr später erklären. So, Sie kommen am besten kurz mit nach unten. Ja, ich bezahle das. Gut, alles klar, dann rechnen Sie sich nochmal ganz kurz ab. Kommen Sie mal kurz her. So, die Fahrzeugunwendung ist durch. Es kostet nur 50 Dollar. Karte auflegen, Pinn angeben, mit dem Grün bestätigen. Wunderbar, euch der Grün, sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen schönen Abend. Tschüss. Ja, sind doch Beamte, das wissen Sie. Ja nun. Achso, langsam, wir machen schon. Waren Sie schon mal hier? Äh. Finger runter. Oh, jetzt war es wieder. So allgemein im PD, oder? Nee, hier unten meine ich jetzt. Äh, ja, hier war ich schon. Haben Sie sich ein... Hä? 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 Ja, dann machen wir mal ein neues Bildchen. Kommen Sie. Ja, klar schön. Was wollt ihr denn noch? Ihr habt mein Blut, ihr habt meine Fingerabdrücke, ihr habt mein Foto. Jetzt wollen wir eigentlich gar nichts mehr aus. Ich stelle mal nur, oder? Oh Gott, das... Ich nicht. Ich weiß nicht, wie es mit den Kollegen aussieht, aber ich glaube nicht. Nö, also ich hatte eigentlich nichts. So. Mag das einer von euch machen? Kurz, einfach nur ein Bild. Einfach, äh, genau. Stellen Sie sich mal bitte da... Ich mache Ihnen die Handschellen ab, okay? Sie sind umgänglich, okay? Okay. Machen Sie... Quatsch, jetzt hier. So, ich mache mal. Ich mache schon. So. Hammer und alles ist da unten, wenn ihr wollt. So, perfekt. Einmal da hinstellen. So, dann einmal cheese. Nö, cheese. Dann einmal bitte nach rechts drehen. Und da mal umdrehen. 4, 1, 1, 10, 30, wie bitte ich minus 1 zählen. Ja, perfekt. Wunderbar, dann haben wir alles. Check. 4, 3, 8, 10, 50, wie bitte ich? Ich abdrücke einer gleich, dann können wir weitergehen. Ja, wunderbar. Dann dürfen Sie mal meinen Kollegen gefolgen. Wir gehen hier rechts lang. Eine Lieblingszelle hier eigentlich. Sie können sich aussuchen. Jetzt auch nicht da, Mann. Aber suchen Sie sich einer aus. Ganz vorne links. Ganz vorne links, wunderbar. Ich bin mit dem guten Ausblick. Hast du vielleicht was zum Spachteln? Ich habe übelst einen Brand im Hohen. Ich gucke ganz kurz, warten Sie kurz. Ich muss gucken, ob hier der Vordermann, also der Vorgänger von Ihnen was hinterlassen hat. Aber ich hätte was zum Spachteln dabei. Da bitteschön. Sogar was Gutes. Oh, gracias, Mann. Was Gesundes. Guck mal, wir haben hier sogar die neuen Matratzen drin. Ja, stimmt ja. Die sind vom schwedischen Boxspringlager. Trastisch. Sieht nicht sehr dick, aber okay. Das sind nicht diese alten Federdinger, sondern das sind die ganz gemütlichen hier neuen Schaummatratzen. Visco-Schaum, Visco-Schaum. Genau, Visco-Schaum. Visco-Schaum. Das ist ein Visco-Schaum, nicht Visco. Das ist eine scheiße. Warum muss man das eigentlich alles hier abtasten? Da ist eh nie was drin. Die sehen ganz schön dünner aus, die Matratzen. Ja, aber trotzdem sind sie gemütlich. Noch nie auf so einer wunderbaren Matratze gelegen? Glauben Sie mir, es tut gut. Probieren Sie es mal. Dann legen Sie sich mal auf die Matratze. Machen Sie einfach beide Matratzen übereinander. Ist richtig gemütlich. Geheimtipp. Aus dem Schlafen-Sinnig. Sie gehen gleich wieder nach Hause. Sie müssen hier nicht schlafen jetzt. Ja, und? Man kann auch mal einen kurzen Nap machen, Mann. Ja, nee. Machen Sie zu Hause. Wir leisten Ihnen auch Gesellschaft, okay? Okay, aber ich muss jetzt eh mal ein Drückerchen machen. Okay, dann lassen wir sie ganz kurz. Ja, dann lassen wir sie mal ganz kurz. Das will ich nicht sehen. Du erlebe ich gleich. Ich verstehe das. Wichtig ist auch immer, Herr Dahl, dass man dann auch dabei bleibt. Dass man ihn nicht hier reinpackt und weg und dann... Haben Sie eigentlich die Wertsachen abgenommen? Ich habe dem gar nichts abgenommen. Hat der auch noch sein Telefon? Na klar, der hat alles. Was ist denn jetzt passiert? Er ist jetzt vorbeigerannt. Hast du auch was zu essen für mich? Nee, ich habe gerade mein letztes abgekriegt. Also hast du einen Kaffee oder so? Ich hole kurz einen Kaffee, okay? Na klar. Können Sie was zu essen mitbringen? Na klar. Ich bringe euch alles mit. Ich bringe euch alles mit. Jo, mach das. Gleich. Bis gleich. Leistet dir ein bisschen Gesellschaft. Singt dir ein paar Lieder vor und einfach so... Ach, soll ich jetzt für ihn singen? Ja, dann für eine... Lass uns zusammen singen einfach. Ohne, wir singen zusammen. Gibt es nur kurz fünf Minuten, ich komme gleich. Na klar, mach das. Hey, Hallöchen, Sir. Hallöchen. Herzlich willkommen am LRs. Willi. Hast du einen kleinen Frühstück, ma fucker? Den Joint geraucht. So, verdammt, die Zelle ist so... Moment, was? Das ist nicht auch so häufig. Ähm. Das ist unglaublich. Ja, nun. Ja. Singen wir Cello oder wie? So Duett-Zell. So, Sir. Puscheln möchte ich mit Ihnen eintreten. Der Kollege wird es jetzt auch noch mal ein drittes Mal durchsuchen. So. Er geht bei einem Land, genau. Äh, ich hab grad die ganze Sache hier nicht verstanden. Ich hab nur mitbekommen, falsche Ausweis und dann... Soll ich Minos nach oben bringen? Hä? Ja, das Ding ist... Also, das muss ich wirklich mal mit dem Chief klären. Und wenn der Chief mich ankacken will, dann soll er sich mal mit Nachi in Verbindung setzen, weil ich hab's nicht verstanden. Ja, wir haben keine Handhabe dafür. Nee, wir hatten auch keine Handhabe. Nee. Aber süß, wie er versucht hat, sich mit mir anzulegen. Trifft er sich nur noch einmal mit mir auf der Straße. Ich hab ihn schneller runter, als dass er schauen kann. Das ist das Dümmste, was er machen kann. Ich war 15 Jahre lang bei den Marines und hab 15 Jahre lang Nahkampftraining gemacht. Mhm. Ich war sogar Trainer dafür. Der brauchte mir nicht erzählen, dass er gewinnen will und so weiter. Der hat einen Tag bei Afrodonis. Wir haben hier einen abgenommenen Taver. Ken Nios ist immer noch drüber. Der weiß selber alles besser. Ja, der weiß immer alles besser, weil er mal Polizist war. Genau. Der brauchte uns gar nicht erklären, wie wir unseren Job zu machen haben. Der ist kein Polizist mehr. Der wird also nicht gewusst haben, wie er den Job zu machen hat, wenn er rausfliegt. Die führt kein Männchen mit mir klar. Der wiederholt die 416 mit der 4199 verlegen Richtung Norden, um das Streifengebiet dort zu unterstützen. Uah, puh. Jo, hör mir mal, Medic, Mann, ihr Wechser, was ist mit euch, Mann? 416 und mit 416. Soll ich kurz rufen? Willkommen. Ja, Moment. Immer mit dem Ruf. Wir haben alles im Griff. Wollte so. Widerlich. Hast du einen Würfel dabei? Äh, klaro. Na wunderbar. Soll ich den hier durchwerfen, oder was? Nö, durchwerfen muss er nicht. Ja, guck mal. Ja. Was spielen wir? Äh, weiß nicht. Sag ein Spiel an. 2 und 4 gewinnt. Achso, nein, um was? Äh, keine Ahnung, um die Ehre? Um die Ehre? Um die Ehre? Um die Ehre. Um die Ehre. Die Ehre ist unterwegs. Mann. Oh, äh. Außer du bietest was an. Ich hab nichts mehr anbieten. Deine Weste gegen meine Hose. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die Weste, die bleibt bei mir. Äh, dann einfach so, Mann, aus Spaß. Keine Ahnung, aber ich würfel immer nur um, äh, wie sagt man? Um Geld. Wer hört, nein. Wer hört, wo wirft man? Einfach wer hört, WFG. Einfach wer höher wirft, alles klar. Okay. Aber wer du Klauschen würfel, wenn ich den hier drunter werfe? Ich hab doch einen eigenen. Okay. Okay, bereit? Okay, du fängst an. Okay, ich fang an. Der 3. Ein 3, okay. Weißt du, ich würfel einfach bei mir, du schießt es ja hier durch die Gitterstäbe. Naja, klar. Und eine 4. Eine 4. Jetzt hat sie gewonnen. Scheiße. Gut, du musst mir jetzt die Weste geben, schau? Nein, nein, nein. Da, nein. Ich hab, nein. Ich hab nie was von der Weste gesagt. Will ich wissen, was ihr hier macht? Na, der muss auf seinen Eidem absitzen. Und Kohle spielen wir. Und Westen, hab ich gehört. Und Westen. Ja, okay. Okay. Ja, dann... Was ist das denn, Mann? Viel Erfolg. Danke. Schicke. Hey. Okay, alles klar. Gut. 99,41. Ganz schön voll hier heute. 99, ja. Ja, könnte man sich bald einander kuscheln. Bei der Brücke auf dem Highway. Ja, ja. Na, hey. Leute irgendwie nach Quoten zu erfüllen. Warum sind halt so viele Leute hier? Na klar, wir versuchen unsere Quote zu erfüllen. Das müssen wir ja. Ja, ich hab's gemerkt. Man weiß Putschi, so viele Streifen unterwegs. Überall. Ja, ne? Heftig. Lass mich so gut auf euch aufpassen. Ja, ist auch richtig nett. Wegen ihnen steigt jetzt die Quote. Moment. Eine Aufgabe für sämtliche Streifen. Nur weil mein Anwalt nicht vernünftig arbeitet. Einmal eintragen, selbstständig werden. Und da war drei. Was ging es da? Wissen Sie das eigentlich noch? Ja, ja. Das war ein Gerichtsprozess. Was für eine Rechtsvertretung haben wir, Mann? Boah, was schreiten die schon? Ich glaube, die schreit gerade zu ihrem Kollegen. Okay, aber der hat das irgendwie nicht richtig. Ja, mein Anwalt wollte in Berufung gehen. Mhm. Und der hat das aber irgendwie nicht gemacht, weil er ein Faulpelz ist. Deswegen sitze ich jetzt hier. Oh, okay. Na gut. Scheiße gelaufen, würde ich mal sagen. Aber da können wir halt nichts tun. Wir können nur durchsetzen, ne? Ja, ja. Ich weiß doch. Das war auch nur ein Missverständnis, Mann. Da war ein Typ, der wollte mich einfach in Handschellen legen, aber der hat sich nicht ausgewiesen. Da habe ich meine verpasst, weil ich nicht wusste, dass er sein Kopf war. Und ja, so war das Scheiße. Bei wen zu wem müssen? Hinterstärtschelle. Okay. Ja gut, aber man sollte eigentlich niemanden eine verpassen, ne? Ja, aber da kam ein Typ. Da kam irgendein Typ, Mann. Irgendein Typ. Der hatte keine Uniform an. Mhm. Und der kam einfach und wollte mir Handschellen anlegen. Was weiß ich denn, was das ist? Man könnte auch irgendein, was weiß ich, ein Mafiosi oder sowas sein, der mich irgendwo entspüren will oder was weiß ich. Oder ausrauben. Ein Mafiosi, der sie ausrauben will? Ja, was weiß ich, denn man gibt eine Menge Pranker-Typen hier in der Gegend. Na gut, aber für mich nicht verständlich, wenn ein Mafiosi sie ausrauben wollen würde, wenn die doch selber genügend Geld haben. Die sind ja nicht umsonst ein Mafio, oder? Okay, pass auf. Nachts kommt jemand zu dir im Dunkeln an, Mann. Und will dir einfach deine scheiß Hände zusammenketten, Mann. Dann würdest du auch dem eine verpassen, oder nicht? Aus Notwehr vielleicht, ja, gut. Ja, Notwehr, sag ich ja. Ich wusste ja nicht, was das im Kopf ist, hat er nicht gesagt. Das ist ja kacke. Ja, das ist kacke, ich hing. Was soll er ja eigentlich machen, ne? Na ja. 33 Fuh, check. Aber in der Regel, wenn sie einer ihre Hände fesseln will, ist es ein Polizist, oder? Ja, weiß nicht. Ich komme aus mir, ich komme, Mann. Da gibt es andere Sachen. Da muss man ein bisschen aufpassen, schien? Check rein rein. Okay, gibt es echt Leute, die einfach so Leute... Ja, doch, das gibt es, ne? Ja, da gibt es Kartelle, Mann. Die nehmen auch ein ganzes Dorf einfach nachts mit und enthaupten die alle. Ach du Scheiße. Geld oder Blei, ne? Haben sie sowas schon mal erlebt? Ja. Oh, ich bin in Juarez aufgewachsen, das ist doch viel Kram, Mann. Juarez, wo liegt denn das? An der Grenze. An der Grenze zu USA? Ich bin auf El Paso, schien. Ja, ja. Ja, El Paso. Okay, ja, ja, ja. 4-3-0-S, aktiv Richtung Verwaffel. Da gibt es keine Tags, Mann, so wie hier. Da gibt es Torsen, die... Ja, check, haben Sie das Auto dabei? Welches ist das Auto, das bei dem Einsatz stehen gelassen wurde? Und da kommt nachts irgendein Typ, Mann, ohne was zu sagen, mit so Dingern und die einfach anwerfen. Das ist doch klar, dass ich dann Angst kriege. Ich kann das sogar verstehen, aber Sie können eigentlich davon ausgehen, dass das hier nicht passiert, zwar. Normalerweise machen wir unsere Arbeit richtig. Ja, klar. Wollen Sie eigentlich ein bisschen Tiramisu? Äh, no, gracias. Das war ganz gut. Okay. Einer von euch ein Tiramisu? Oh ja, ich würde eins nehmen. Sehr rupo. Ich habe noch ein Auberginentürmchen dabei. Ein Auberginentürmchen? Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwas zu essen, auf jeden Fall. Also sowas wie Ratatouille, nur halt aufgestapelt, oder was? Ich habe keine Ahnung, guck dir den Quatsch an. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das sieht aber künstlerisch aus. Das ist auch so Held. Ja, krass. Da ist ein Spieße in der Mitte, musst du glaube ich aufpassen. Also das sieht wirklich so ein bisschen aus wie so ein Ratatouille, aber halt nur aufgestapelt. Ich weiß nicht, warum man das auch aufstapelt, wenn man das trotzdem auch hinlegen kann. Ich verstehe. Als recht will ich. Das ist ein Film mit einer Maus, oder? Ja, ja, genau. Habe ich nie gesehen. Nicht? Schade. Im Endeffekt geht es da auch noch um das Essen, Ratatouille. Das habe ich damals mit meinen Neffen immer angeschaut. Immer wieder? Ja, ja, die lieben den Film. Bis er den Film verstanden hat. Bis er den Film verstanden hat, ja. Aber Ratatouille ist tatsächlich auch ein richtiges französisches Essen, ne? Ja, stimmt. Wollen Sie wirklich wissen, was mit ihm passiert ist? Ja, der hat zig Jahre geschoren, meine Schiedsle. 4, 3, 0, 10, 10, 20, 20, 20. Er hat im Würfeln verloren gegen mich. Ah. Okay. Moment, warum? Warum würfelt ihr um sowas? Weil wir beim Friseur da irgendwas zu tun hatten und dann hat sich das so ergeben. Ach so. Also er hat quasi verloren im Würfeln. Alles klar. Er hat zweimal verloren. Und erst wollte er sich rauswieseln und dann hat er noch weiter gewürfelt und ich habe noch mal gewonnen. Wir haben halt schon einmal verliert. Warum nicht zweimal verlieren? Da hatte ich richtig ein gutes Würfel. Wollen Sie würfeln? Würfeln Sie, Sir? Ja, wir haben gerade gewürfelt. Er hat gewonnen. Die höchste Zahl gewinnt. Er hat gewonnen. Ich hatte eine 3 und eine 4. Ihr würfelt nicht mal nach Westpucci-Regeln oder was? Dann würfel ich auch nicht mit euch. Die nach Westpucci-Regeln. 2 und 4 gewinnt. Das sind Westpucci-Regeln. Noch nie gehört. Wo in Westpucci würfelt man schon? Ja, überall eigentlich. Immer, wenn ich würfel, würfel ich nach den Regeln. Okay. Allerdings habe ich, also das mit der Frisur, das war normal würfeln. Aber dann auch bestanden. Deswegen. Hat er auch verloren wahrscheinlich. 42 gewinnt. Nach 10. Schien. Schien. Naja. Ach ja. Warum eigentlich jetzt die Bananen? Haben wir das klären können? Dass, äh, als einer von hinten auf mich ballern will, man, dann wird er abgeschreckt. Hä? Von Bananen? Was? Warum? Horror-Bananen, man. Verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ja, no, no, das war, boah, ich habe mir die vor, da war ich, da war ich jetzt so ein paar Monate hier im Staat, da habe ich mir die stechen lassen, da war ich noch ziemlich wild, man. Vielleicht wie die Bananen. Wie die wilde Bananen. Wild auf Bananen. Ich habe eine Party gemacht und viel genommen und so, weißt du. Ah, okay. Die Teile genommen. Ach, scheiße. Sind sie gläubig? Äh, Schien. Okay. Ja, ich habe nur geraten, weil vorne sehe ich die Santa Maria. Ja, ja, genau. Santa Maria, Schien. Ich kenne nur Santa Claus. Das war ganz schlecht, das tut mir leid. Santa Claus, ja. Ich dachte, er gehört Cola. Ja, den heiligen Nikolaus gab es ja, aber die Coca-Cola hat den Ruhm. Rot gemacht, das stimmt. Der war weiß vorher. Ach, die haben den Rot gemacht? Ja. Okay. Also ich kenne ihn auch noch in weiß. Der kommt aus der, aus der, aus der heutigen Türkei kommt der eigentlich, ja. Der Sankt Nikolaus. Vier, vier, zwei, vielleicht. Er hat halt so viel für arme Kinder und so gemacht und so, das. Oh, gut, oh mein, Krash. Ja, vielleicht ist Mustafa ja irgendwie schon eine Reinkarnation. Kennen Sie den Mustafa von dem Dönerladen? Na klar. Na klar, Herr Dündermann. Ich frage den mal, ob der da, der da irgendwie Ambitionen hat. Kann ja sein. Trägt auch off-road. Die 89 mit der Information, alle Zeugaufstagen auf den. Trägt oft rot, ja. Trägt auch nicht. Trägt auch nicht. Und schon in Dündermann ist auch schon im roten Design-Gin. Scheiße, dann kommt das durch. Aber das vielleicht war auch wegen der Landesfarbe so, ne? Vielleicht eher. Oh, ja, ja, stimmt, stimmt. Die haben ja so eine Flagge. Möglich. Ich mag unsere Flagge. Nein, States of America. Okay. Mögen Sie doch auch, sonst wären Sie doch auch nicht hier, oder nicht? Oder haben Sie da so viel Kacke gemacht, dass Sie da weg mussten? No, ich bin ganz froh eigentlich hier zu sein. Schöner als Mexico. Doch, also optisch schöner vielleicht nicht, oder? Also, doch schon. Also meine Ecke auf jeden Fall. Okay. Das stimmt schon, hier ist das schon schön. Viel Strand. Und Cancun, die Ecke, kenne ich jetzt nicht, Mann. Das muss schön sein, da. Cancun ist mega schön. Ich hab's nicht mal im Fernsehen gesehen, aber da kommt man nicht hin, Mann, als normaler Megano. Das ist so für Touristen alles. Ja, ja, die ganze, die ganze Yucatan-Küste da ist komplett für Touristen gefühlt. Warst du mal da? Ja, wir haben da mal eine Frage, ne? Hey, ist das Tattoo auf Ihrem Rücken in der Führung? Nein, nicht, ne? Was für eine Mannschaft? Jetzt drehen Sie sich nochmal um. Ich hab's jetzt nicht ganz gesehen. Moana? Nein, das ist kein Footballer. Welche Mannschaft soll es dann sein? Weiß ich doch nicht. Ich kenn mich beim Footballer nicht aus. Das war ja eine Frage. Ich wollte einfach nur nett fragen. Ja, wir haben auch schon gefragt. Also es hieß, wenn jemand von hinten auf den Rücken baller will, dann soll es ja irgendwie abstrecken. Wir seien so negativ. Ich find das sieht aus wie so ein Logo von der Football-Team oder so. Von Chiquita oder so. Von Chiquita. Ich kenn mich da nicht auszuschlagen. Ich wünsche euch, ne? Schönen Tag. Okay. Ich guck ja immer Hockey, Mann. Weiß Hockey. Das ist geil. Ich bin gleich so ein Sportschauer. Ja, gleich, wie kann man das tun? Echt? Nee, gar nicht. Wenn, dann mach ich den Sport selber. Aber selber zuschauen find ich irgendwie langweilig. Keine Ahnung. Da sitzt du da, trinkst ein Bier, isst Chips und das war's auch schon. Da wirst du selber fett von und hast dir eigentlich nix. Das sagt ja keiner, dass du keinen Sport machen sollst, wenn du guckst. Touché. Eins nur für dich. Aber Hockey ist geil. Da gibt's Regeln fürs Draufhauen. Da darf man draufhauen? Ja, klar, Mann. Weißt du, wo man noch draufhauen kann? Äh, Baseball? Nee, Boxen. 89 für 43, komm. Ja, Boxen. Ja, du Boxen. Willst du kommen? Irgendwelchem Problem, glaube ich. In der Sache von vorhin. Halbe Stunde geht es los, so ist es wahrscheinlich. Warte mal, was? Moment, ich bring mich hier. Entschuldigung, sonst ganz kurz. So bleibt mir bekannt, wo das Fahrzeug bereits komplett durchsucht. Die Sache mit der Helena, oder wie hieß sie? Mhm. Helena Blackwood? Ja, Fox ruft gerade richtig verzweifelt an und so. Wir brauchen wohl einen Detective dafür. Irgendwas eskaliert da gleich, glaube ich. Okay. Ah, ist noch ein Detective im Dienst? Ich guck mal kurz, wer den Dienst ist. Das guckt schon, der ist schon oben im Foyer, der guckt gerade schon. Nur, dass du Bescheid weißt, dass vielleicht da gleich irgendeine Kacke wieder ist. Warum geht der ins Foyer, wenn wir doch da hinten noch einen Computer haben? Der ist oben. Fox. Achso. Nicht der Kollege, unser Kollege hat Feierabend gemacht, der wollte nach Hause. Ah, okay, okay, okay. Wie hieß er nochmal, das müssen wir gleich eintragen, alles richtig noch. Äh, das müsste jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, Francisco Garcia sein. Das soll doch mal seine Auswahl zeigen, gleich zum Schluss, okay? Ja. Also nur, wenn ich es richtig verstanden habe, aber kann auch sein, dass ich falsch liege. Das ist hier, nee, das hieß der. Gucken wir gleich nochmal. Gucken wir gleich hier. Wenn er geht, muss er uns nochmal Ausweis zeigen. Ja, ja. Dann gucken wir, was wir da machen. Ich weiß nicht, ob ich das noch mitschaffe, das zu machen. Aber gucken wir gleich. Ja, gucken wir gleich. So. Sind doch gleich schon durch hier. Wie lange habe ich noch? Eine Information der Leidstelle. Laut der PD80 Fox ist derzeit die Situation bei der Fahrschule sehr hitzig. Derzeit ist noch alles kurz hier. Es könnte aber heute zu einer Eskalation kommen. Stellen Sie sich schon mal darauf ein, dass es heute länger gehen könnte. Wie geht denn hier ab, Mann? Hier sind so viele Leute. Ja, hier abends ist es ja immer voll Haus. Leute können sich nicht benehmen abends, glaube ich. Sie sind auch nicht oft hier, oder? Ja, haben Sie ja vorhin gesagt. Versuchst du zu vermeiden. Das ist gut. Wissen Sie, was besser ist? Versuchen Sie, Sachen zu vermeiden, die Sie hier hinbringen. Ja, sagt sich so leicht, Mann. Aber das Leben hat Wendungen. Da kann man einfach nicht mit rechnen. Ja gut, das Leben ist kein Ponyhof, ne? Zum Beispiel Cops, die sich nicht ausgeben als Cops und so. Das ist echt eine Schweinerei. Das ist gelandet. Nach Beendigung Ihres Aufklärung zum Verwahrplatz fahren Sie das Diepe die an, übernehmen die Einschränkern. Du bist für Sportfan, Mann? Ah, ich spiele Golf, ja. Gold, Achtung, mein, Golf. Golf ist schon ein Altherrensport. Ja, da bin ich ja, gehöre ich auch rein. Aber du hast doch schon ein bisschen was vom Tiger Woods, vom Looker, Mann. Ey, 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 Tiger Woods. Ist ja ein ganz mieser Typ, glaube ich. Echt? Charakterlich, ja sicher. Der hat ja ganz viele Skandale zum Schluss gehabt. Aber ich würde gerne so gut Golf spielen wie der, das stimmt schon. Brauche ich aber noch. So, gut. Ja, wie war ich? Ja, aber so richtig Sportfan, ich Panics, bin ich ganz cool, ja, logischerweise. Aber so ein Panics, ja. So, Basketball. Wale, wale. Sonst nicht so. Sie? Ja, ja. Äh, Eishockey. Okay. Kanada. Ein page fan, Mann. No liberty city, Mann. Aber Kanada spielt besser Eishockey, oder? Ach, das ist doch ein Vorurteil. Weiß ich nicht. Weil die im Schnee leben, Mann. Die spielen ja automatisch Bäche. Das ist ein Vorurteil. Waren sie schon mal in New Brunswick, da ist es 30, 40 Grad im Sommer, da ist nix mit Schnee. Im Winter ist da Schnee, aber im Sommer ist das super warm da. Okay. Ist auch noch ein bisschen über New York ist das ja schon fast, das ist ja gar nicht so weit. Okay. Also der Süden von Kanada ist sehr, 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 sehr warm im Sommer. Und dann kann den Schwanz nicht tiefer als 20 Zentimeter nehmen, nein, nein, sonst muss man anfangen zu kotzen, bro. Kennen sie sich da aus, oder? Ja, aber da hat er recht, bro, oder? Ja, ich kenne den Chat. Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen, okay. Ja, die Tür ist offen. Ach so, ja. Dann kommen sie raus. Soll ich? Ja. Ja, kommen sie raus. Dann gehen wir nochmal kurz da vorne zum Rechner und dann sind wir fertig, okay? Haben sie noch irgendwas drin vergessen, oder so? Äh, no, ich hab ja nur da gestanden. Haben sie ihr Handy mitgenommen? Ja, ja. Okay, super. Wunderbar. 415 für Leitstelle kommen. Irgendwann Lendo Simmons, ja? Ja, komm. Einmal wie Pityan von Leitstelle übernehmen kann. Ja, hat noch einen Folgeauftrag von der Kohleitstelle Puentes kommt. Jetzt machen wir das mal kurz hier fertig, dass sie nicht nochmal das gleiche machen müssen, okay? Okay, wenn sie kurz den Ausweis da vorne hinlegen, das wäre cool. Ja, mach ich. Moment. Ach, ich setze mich, was soll's. Zeigen, wo ist er? Enrico Fernandes. Okay. Soll ich ihn nochmal rüberstehen? Reicht, wenn der Kollege, das ist auch super. Wenn er den gesehen hat, dann ist gut. Enrico Fernandes. Enrico Fernandes. Mit K, oder? Mit C. Mit C, ja. Mit C. Und mit Z. Und Z. Ja, ja, F wie Pferd und Z wie Zorro. Natürlich. F wie Pferd? Ja. Okay. Fernandes, nicht herrnandes. Nee, nee. Das ist ein anderer. Oh, sie sind illegal hier eingereist. Was? No. Das ist lange, ja, ich frag dann, ich hab da überhaupt kein Problem mit, ich verstehe sowas, okay? Denken Sie nicht, dass ich, ich find das super. Ich würd da, wenn's bei mir kacke wär, würd ich da auch abhauen. Also, ich hab da volles Verständnis. Nee, ich hab dafür geschessen, Mann, ja? Ja, ich sag, Sie sind alles gut. Ich hab's alles abgeschessen. Ich weiß das doch, ich hab's nur grad gelesen. Und ich hab da volles Verständnis für, wollte ich Ihnen nur sagen. Also, da brauchen Sie nicht denken, dass ich jetzt denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Aktenführer informieren, dann hier gesetzt. So. Wer ist denn hier der... Ich schreibe einfach. Ja, die komische Farben. Check. Nolan war 11, war? Korrekt. Jetzt muss ich mal kurz meinen Kollegen fragen. Wenn ich das durchstreiche, taucht das dann beim nächsten Suchen immer noch auf? Äh... Ist doch voll blöd. Moment. Da taucht jetzt immer wieder die Fahndungsliste auf. Das ist doch kacke. Da kann man auch was dazwischen... Nee, äh... Es wird normalerweise von der Admin rausgelöscht. Ja, okay. Also lass ich das so jetzt. Guck mal kurz rein. Musst du reichen, so, ne? Ja. In seiner Personalakte steht gar nichts drin, von daher schreibe ich da auch jetzt nichts rein. Ich muss nur gucken... Hast du die Aktennummer einmal ganz kurz? Oder hab ich das? 21,06 war das, ne? Und dann die... Drei... 69 für 41, komm. Ja, komm. Ja, haben Sie dort irgendwas vorgefunden, komm? In dem Zeitraum nicht, äh... Check. 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 So, das ist nichts auffälliges eigentlich. So, wir rufen kurz den Kollegen an. So, dann müssen wir es jetzt noch in irgendeine Akte reinschreiben. Oder? Nö. Sicher nicht in die Dingsakte. Ich will das nur alles richtig machen, dass sie nicht, dass der Nächste nicht nochmal hier kommt und sie aufgreift, wissen Sie? Deswegen, das macht der Aktenführer. Ja, ja, machen Sie mal bitte, man hat keinen Bock hier wieder reinzukommen. Ja. Ja, 442 meldet den Einsatzfreier-Foto-Indust-Code. Ja, das macht der Aktenführer-Foto-Indust-Code. Bitte in der Aktenführer-Foto-Indust-Code. Nee, ich will oben hoch. Da ist ja noch der Typ, man, wegen dem Motorrad ummelden. Ach, der Idiot. Okay. Ja, wieso, Jod, Mann? Der ist voll korrekt. Das ist ein Idiot. Meine Meinung ist nur meine persönliche Meinung, nicht Polizeimeinung. Ja, warum? Das ist ein persönliches Ding, einfach. Ist halt die Chica ausgespannt, oder was? Nee, ich sag Ihnen, wie siehst du, der hat mir aus dem Maul gehauen. Okay, ja, vielleicht, ich schen Sie mal einen Blick verblüht, ich weiß schon, ich verschließe. Ach, wissen Sie? Alle 10 Young Tankstelle. Ich mag Europa nicht. Ich habe nichts gegen die Menschen, ich mag einfach Europa nicht, okay? Da hat er sich angegriffen gefühlt, obwohl es gar nicht persönlich war. Okay, okay, okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo er ist, aber wir sind auf jeden Fall fertig. Ähm. Ich ruf Ihnen mal kurz rein. Okay, machen Sie. Alles klar. Dann Ihnen einen schönen Abend und machen Sie keinen Scheiß. Genau, dass wir uns nicht so bald hier wiedersehen. Mhm. Adios. Adios. Da vorne. Hey. Hi. Was ist los? Ja. Okay. Deine Auftritte, oder? Ja, danke. Und zwar habe ich jetzt kurz gefasst erstmal bis 11 Uhr Zeit, um den Namen einer Mitarbeiterin rauszugeben an die. Können wir vielleicht hier mal irgendwie, können wir hier hingehen? Ja. Ja. Wir gehen mal hinter. So gut, wenn wir jetzt einfach offen so rumstehen, hier einfach ist besser. Nee. Nee. Also bis 11 Uhr haben die jetzt Zeit gegeben, oder? Bis 11 Uhr haben die Zeit gegeben, den einen Namen von einer Mitarbeiterin von uns zu nennen. Wir haben eine Tasche gefunden. Ja. 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 Aber ich bin natürlich bescheid sagen sollte, dass die Mitarbeiterin dann da ist. Es, so gesehen gibt es aber keine Mitarbeiterin, die kommt. Ähm. Gut so. Weil ich, also weder sage ich noch einen Namen von unseren Mitarbeitern gebe ich den raus, noch will ich da sonst jemanden hinstellen. Aber die erwarten jetzt halt erstmal einen Namen. Selbst wenn ich mit irgendeinem Namen ausdenke, erwarten die eine Person, mit denen sie reden können. Genau. Das ist jetzt so das Ding, was um elf dann passiert. Um elf rufen die nochmal an oder ich soll mich melden und das ist so die Deadline, die ich jetzt gerade bekommen habe. Wie gehen wir da jetzt weiter? Haben wir einen Detective? Hast du da irgendjemand? Ich gucke mal eben kurz. Ich hab Foxe jetzt schon. Was soll ich nicht da hinzufügen? Ich bin mal ganz gut hinter. Deswegen wäre es doch gut, wenn man von oben einfach kommt. Ich hasse mein Leben, Alter. Hört sie kommen. Ist aktuell bekannt, dass eine weibliche Person vermisst wird, beziehungsweise können sie generell mal die letzten Vermisstenmeldungen durchgehen. Standby. Sie haben selber keinen Namen? Nein, die wollen einen Namen von mir haben, von jemandem von uns. Von meinen Mitarbeitern. Warum denn gerade diese Person? Das verstehe ich halt. Also wir haben Stress und die wollen eben das Gespräch haben. Und dann meinte ich, okay, dann... Aber warum haben die da nicht die Nummer? Und warum haben die da nicht den Namen? Und warum das alles so... Ich verstehe es irgendwie nicht. um was für Sachen handelt es sich denn, was die da gefunden haben. Kommt. Nachfrage für die 13. Falls ich hierbei um weibliche Klamotten... Also die... Die haben mich heute bedroht. Beziehungsweise die schieben Stress und haben dann auch mit mir geredet eben, weil sie Führerscheine von uns haben wollen. Okay, okay, okay. Ach, die wollen gefälschte Führerscheine haben, oder was? Die wollen Führerscheine von uns, genau. Also wir können die nicht von sich fälschen. Das sind tatsächlich dann einfach richtige Dokumente natürlich. Ja, klar. Aber natürlich nichts gezeigt haben. Ja, das meine ich ja damit. Genau, und das ist also... Auf gar keinen Fall, aber die wollen jetzt halt eben... Hat die Kollegin denn da irgendwas... Hat die Kollegin jetzt an? Ich hab doch bis 11. Hinterhand, vielleicht hätte ich sich was ergeben. Ja, du? Ich bin dran, also... Mehr als warten, dass sie sich meldet... Ich bin gerade unterwegs in der Stadt. Ich bin gerade in Wienwood in der Gegend. So wie eine Wolfsbane in Rot und noch ein Boot in Rot. Kommen. Gut. Können Sie mir einen Gefallen tun, mal diese drei Kennzeichen auf das Schwarzschildschildschreiben? In welchem Café denn? Dann würden wir diese Fahrzeuge zur Fahndung ausschreiben, inklusive Fahrzeugebeschreibung. Ja, möglicherweise können wir so zurück... Bis 11 oder... Um 11 oder wie jetzt? Also ich weiß nicht, was ich für dich machen soll. Check, wird gemacht, kommen. Ja. Nee, er möchte sich in irgendeinem Café treffen. Ja, wer braucht noch ein bisschen? Der meldet sich wieder. Die Sache ist jetzt halt, die brauchen einen Namen und eine Person. Ich weiß es nicht. Also meine Mitarbeiter können natürlich alle Führerscheine ausstellen. Also unter Punktvermiss, das sind über fünf... Die brauchen halt eine Person vor sich. Das könnte länger dauern. Und die wollen halt von mir jetzt einen Namen haben. Wer da noch kommen sollte zu dem Gespräch eben. Können wir von uns jemanden da hinschicken, überlege ich halt gerade. Ich weiß, also die werden niemanden kennen. Also die werden nicht meine ganzen Mitarbeiter kennen aus der Fahrschule. Einmal gemeldet. So gesehen. Die werden jetzt auch nicht überprüfen, okay, arbeitet die Person wahrscheinlich wirklich bei uns. Aber warum gerade diese eine Person? Ja, also es ging eben um dieses Gespräch, dass Führerscheine ausgestellt werden soll. Und ich wollte da nicht alleine stehen. Deswegen meinte ich, okay, ich möchte jemanden dazu haben, damit die jetzt nicht zu fünf vor mir stehen und ich alleine. Ja, Föchschen. Ja, ich habe jetzt Mitarbeiterin gesagt. Ich glaube, Aiden... Aber wenn jetzt heißt, Mitarbeiterin ist nicht da, ich musste doch jetzt irgendjemand mitnehmen. Ich habe jetzt einen Kollegen mitgebracht. Und Föchschen macht da, ne? Aber das müssen wir besprechen. Das ist jetzt die ganze Zeit schon von der Mitarbeiterin. Und er fragt nach dem Namen der Mitarbeiterin. Also ich glaube nicht, dass die sich damit zufrieden geben werden, dass sich da jetzt irgendjemand einfach hinfällt. Also das Problem ist, ich kenne Limon an sich und ich weiß nicht... Moment, ich mache mal schon an... Ich rufe gerade den Fonds schon mal. Ah, okay. Okay, geht nicht. Ich probiere du mal, wo du wolltest. Ja, Moment. Ich frage keinen Schnellfond. Ja? Hi, hast du gerade kurz Zeit? Gerade ja. Gerade ja. Weinst du oder lachst du? Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin frustriert. Nein, hast du immer gesagt. Du bist frustriert. Wir bräuchten tatsächlich gerade einen Detektiv, BPD, weil wir haben gerade die Bedrohungslage an der Fahrschule bezüglich den Vargos. Okay. Genau. Kurz für dich zur Erklärung. Die Vargos wollen sich mit der Miss Blackwood in einem Café treffen, weil sie einen Namen rausgeben soll, einer Mitarbeiterin. Und die wollen irgendwie Führerscheine haben, ohne was dafür zu zahlen. Und jetzt bedrohen sie sie und stellen ein Ultimatum bis 23 Uhr. So, jetzt wollen wir halt mal klären, ob wir das mit euch machen können. Ruf da mal bitte Gabriel an, weil der ist, was das Putsch angeht, mehr drin als ich. Der ist, okay. Ist der gerade im Dienst? Ja, ne? Der ist gerade im Dienst. Der fährt mit mir. Ah, wunderbar, alles klar. Weil ich muss jetzt auch gleich außer Dienst, deswegen. Okay, alles klar, dann rufe ich kurz Gabriel an. Danke dir. Ciao, ciao. Bitteschön, ciao. Ja, bitte. Salut, Monsieur Gabriel. Kurz, hast du Zeit gleich? Ich bin gleich im MD in einer Minute, äh, im VPD, Entschuldigung. Im VPD, wunderbar. Wir würden gerade, also Natschi und ich würden gerade mit Aiden Fox und der Helen am Blackfoss von der Fahrschule dastehen. Aktiv Richtung VPD, so korrekt, oder? Da geht es um die Bedrohungslage von den Vagos gegenüber der Fahrschule. Ja, so korrekt. Ja, ich bin gleich stark. Die hat bis 23 Uhr Ultimatum, aber sie soll es dir gleich nochmal selber erklären, ja? Ja, ich bin in einer Minute da. Wo seid ihr? Äh, in einem Gang zwischen Foyer und Pressebereich. Okay, check. Wunderbar, bis gleich. Wir brauchen jetzt unbedingt verfügbare Streifen, okay? Das heißt, sämtliche Einsätze sind jetzt wichtig. Wir machen das. Es kommt gleich noch jemand dazu, den dürfen Sie das gerne nochmal selber erklären. Der ist, sagen wir mal, viel mehr drin in der ganzen Befahre als wir. Ja, und dann kann er Ihnen einen Vorschlag machen, wie wir das am besten machen, ja? Okay, ja. Gut. Das würde so circa eine Minute brauchen. Ist okay. Okay. Solange das bis vor elf passiert. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Wir sind ja dafür da, ne, Fox? Bitte? Hört ihr mir nicht mehr zu. Ja, was hast du gesagt? Wir sind ja dafür da, um Menschen zu beschützen. Deswegen. Hallo. Hallo. Ja. Dann schießt mal los. Ähm. Genau. Äh, Detective O'Reilly übrigens. Hallo, Entschuldigung. Wir haben ja, Helena Blackwood. Genau, ich bin CEO der Fahrschule. Und, ähm, wir haben, ähm, wir haben, wir fahren nördlich Richtung Crossburg. Also, ich hatte, ähm, heute ein Gespräch mit, mit den Vargos, wie auch immer, von denen. Wann? Ähm, ähm, heute, äh, Abend, irgendwann, ähm. Ist aber Richtung Friedhof. War hast du? Also, weiß ich nicht, um, 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 um neun, so, würde ich sagen. Wie viele von denen? Ähm, das erste, äh, standen zwei vor mir und drei an der Seite, die zugeguckt haben. Alle männlich, weiblich irgendwie? Alle männlich. Alle männlich, okay. Wobei, vier männlich und eine weiblich, aber die standen dann eben auf der Seite. Und zwar ging das Gespräch darum, dass, ähm, wir, also, die Fahrschule, Fahrschule, Führerscheine aufstellen sollte für die. Und, ähm, also, es, also, natürlich machen wir das nicht. Absolut, ja, klar. Ich weiß nicht, die haben mir bedroht, dass was Schlimmeres passiert, wenn, wenn ich es nicht mache. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Okay, alles klar, dann, wir müssen los, ne? Danke, tscho, tscho. Ja, ich kümmere mich. Es kommt auf... 414 bis ins Overwatch. Okay. Ja, wir befinden uns so auf dieser Hauptstraße, die auch in Richtung Friedhof fliegt. Ich komme heute nicht mehr nach Hause. Irgendwie nicht, ne. Ja, das ist check. Doch, nacht, wenn wir hier nach dem Ding... Echt. Danke. Was ist das denn? Weg dann. Was denn? Nix. Den Mann war doch... Oh, warte, warte. Ich gehe nur aufs Weg? Ja, ja, ja. 431, meldet den Einsatz, ist East Highway, Tankstelle. Soweit Code 4 und beendet. So, ganz vorbildlich. Einmal den Helm aufsetzen. Jo, ich nehme mir auch mal einen. Kannst du, Muscle Air One, active? Ich bleibe im normalen Funk. Achso. Ich bleibe da jetzt auch drin, oder soll ich in den anderen gehen? Gehst du heute in den anderen? Da kann ich dir sagen, wo. Das war Luftraum San Andreas, ne? Mhm. Air One, active, Luftraum San Andreas. Okay. Du musst den anderen machen, natürlich. Damit Chief Bescheid weiß, damit er hört, dass Overwatch, äh, ist. Air One, active, Luftraum San Andreas. Wir strafen mit der 99, fahren Sie bitte einmal die Morningwood Tankstelle an, um zu überprüfen, ob dort ein rotes Fahrzeug ist. Erdelt sich keiner, dann komme ich wieder bei uns rein. Die Personen hier sagen tatsächlich, dass ein Fahrzeug in die Richtung Unterricht soll kommen. Wohin wir müssen, weißt du das? Warte. 10.3, die Tankstelle, welche? Morningwood Tankstelle, komm. Ja, check, du mit. Weißt du, wo der Chief uns brauchte? Moment, Moment. Die 99 für Air One, komm. Die 41 für die 99. Wo genau wird die Air One aktuell gebraucht, komm. Einfach im Startgebiet allgemein, komm. Ja, so verstanden. Air One, aktiv, Luftraum San Andreas. Air One, Ende. 41, 15, 30, westlich, Benni. Kamera und alles kennst du ja hier, ne? Licht ist das. Ja, kenn ich alles. Ich war doch selber Helikopterpilot. Check. Ich bin schon ein bisschen durch, Noe, Noe. Ah, das ist gut. Warte, ich krieg einen Anruf. Los, geh. Hey, Nolan, ihr seid ja gerade in einem Overwatch unterwegs. Das ist so korrekt. Der hat doch nicht zufällig Lust, einen Abstecher nach Human Labs zu machen und dort einmal zu schauen, ob dort ein Jugular steht mit dem Kennzeichen von Aiden Jackson. Ein schwarzer Jugular bei Human Labs mit dem Kennzeichen von Aiden Jackson. Dann schauen wir doch mal nach. Ja, genau. Das wäre liebevoll, weil wir den aktuell nicht finden. Und wir verifizieren wollen, ob er einen neuen Wohnort hat, nämlich. Mhm. Ja, wir fliegen mal... Aber nur wenn es das geht, ne? Ja, aktuell sind wir im Luftraum San Andreas, also Luftraum Los Santos unterwegs, aber wir könnten kurz ein Abstecher nach Human Labs machen. Wenn dein Jugular ist, einfach Kennzeichen aufschreiben und schickt es mir dann. Ich gucke das im System nach. Ah, das war wunderbar. Alright. Alright, ich danke dir. Jo, bitte. Ciao, ciao. Warte, nee. Ganze passen Sie auf. Die aktive Bedrohungslage ist schwierig zu erklären. Ja, die N, die 71 ist für Freestyle rüberkommen. Ja, also 1% so negativ. Oh, es fängt N zu regnen, ernsthaft? Ja, check, 71 an. Sieht so aus, ja. Oh nein. Was ist bei Human Labs? Auto? Also, ähm, Joske sucht wohl gerade den schwarzen Jugular von einem gewissen Aiden Jackson. Ob der jetzt irgendwie bei Human Labs steht, weil, äh, die versuchen gerade rauszufinden, wo er wohnt jetzt. Okay. Mal gucken, wir doch mal. Ja, gucken wir mal. Gibt's aber auch Garagen und alles, das ist schwierig. Hm, klar. Aber trotzdem mal schauen. Kannst du erst doch hier hinterm Berg sein, oder? Nein, das ist hier weiter, wenn du jetzt mehr Richtung Norden fliegst, genau. Ja, was ist denn? Ja, und jetzt den Kurs halten. Ja. 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 Regen muss auch mal sein, oder? Was muss sein? Regen muss auch mal sein, gab's länger nicht, oder? Gab's echt länger nicht, aber ich muss mich gleich unbedingt umziehen. Hast du dich eingepullert, oder was? Nein. Aber es wird ein bisschen kühl. Oh, jetzt wird's richtig kühl. Ja, eh noch nicht. Oh mein Gott, ich hab kurz Angst, es gab Luftlöcher. Kannst du mit Kamera den Parkplatz abchecken? Ja, okay, oder so ganz offensichtlich. Ja, war nicht absolut. Aber es ist aber auch sehr dunkel da unten, also ich seh hier, wir machen Licht, ein Ranger. Hoppala. Dann seh ich hier ein M-Corel. Nee, 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 da steht, da stehen zwei Speedos, da steht ein Pickup, da irgendein Lowrider, dann noch ein Lowrider. Garage ist zu, ne? Ja, die Garage ist zu. Überhaupt nichts zu sehen, gerade. Und da steht ein Motorrad. Oh, warte mal, da steht ein. Warte mal, was ist denn das für ein Fahrzeug? Weil ich dreh, vielleicht kannst du das Nummernschild dann sehen, oder so. Ich war gleich weiter runter. Okay, da steht ein Rappler und da steht ein, was ist das? Weiß nicht, sowas für sportlich ist, oder? Das sieht sehr sportlich aus, ja. Äh, sieht nach einem Drafter aus, oder? Nee, das ist ein Jogular. Den wir suchen. Könnte ein Jogular sein, den wir suchen. Den rein? Aber ich seh das Kennzeichen nicht von hier aus. Ist vorne eins dran? Nein, der ist vorne dran. Wir arbeiten auch nachts hier, ne? Ich glaube, ja. Ja, komm. Warte, ich schau mal kurz, ob ich das Kennzeichen erkenne. Das ist so fucking windig. Erkennst du es? O-P-P-N-C. Nee, O-R-P-N-C. Okay. Nicht, was wir suchen, oder? Warte, ich ruf mal kurz Coriame an. Ja. Aber sonst war es das hier, ne? Nee. Nicht erreichbar. Okay, ich schreib's ihm. So. 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 Dann kommen wir wieder zurück. Quest erledigt. Quest erledigt, auf geht's zurück. Ernsthaft, ich würde nochmal ganz kurz an mich umziehen wollen. Da fährt was aber sehr entspannt. Ja, der fährt sehr entspannt. Das ist was für ein Fahrzeug? Das ist... Oh ja, ein Rancher. Rancher XL. Okay. But... ... Okay. Ja. Okay. 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 Gut, auf geht's zurück Immer so ein bisschen Lärm noch mal Überall machen Ich meine die Leute aufschrecken hier Wenn die Unfug im Kopf haben, dass sie denken Ah ne, heute lieber nicht Heute lieber nicht Overwatch ist in der Luft Overwatch ist in der Hut Oh ne schicke Kirche, oder? Hinter uns die Ja, ja, ja Ah ja, geht schon Ach, das ist die scheiß Militärbasis Ja, Militärbasis Los nicht überfliegen, du Äh, wollte ich nicht Schön die Weinberge hier Ah, da würde ich mir schon so ein paar Trauben abpflücken Und die selber essen, so Das sind aber, die sind Also so richtige Weintrauben sind das aber nicht Die man isst, oder? Doch, man kann die gleichen Äh, das sind im Prinzip die gleichen Tatsächlich Man, man Hört sie kommen Ihr aktueller Auftrag, komm Äh, aktuell aktiv Im Luftrauf Los Santos Ähm, Auftrag von PD13 Ausgeführt Und wieder zurück Richtung Los Santos unterwegs, komm Zur Bereitschaft für Ja, Bereitschaft Zur Bereitschaft für 1060 und ähnlichem Ja, Check Check und Ende Oder was war das? War so schnell Check und Ende Okay Ja, aber man kann die tatsächlich auch essen Das sind im Prinzip ganz normale Trauben Nur werden die dann halt gestampft und gegärt Ich hab gedacht, das wären vielleicht so andere Irgendwie, die man vielleicht sonst nicht isst Oder sowas Also das sind die Trauben Das sind so die Trauben Die man normalerweise auch bekommt Im normalen Supermarkt Du kannst aus einem ganz normalen Trauben Auch Wein machen PD53 Dauert halt nur ein bisschen, ne? Du musst auch aufpassen, dass das Ethanol auch richtig ist Weil sonst vergiftest du dich Der fährt ohne Licht Jetzt macht er Licht an, okay Vielleicht sah es auch nur so aus Ja klar, muss man aufpassen, dass nicht Also Weil Ethanol ist ja im Prinzip ein Nervengift Ja, Alkohol Richtig Ist auch bescheuert, sowas zu trinken Zu viel, also Mahl ist ja Wesse, aber Leitstelle für PD55 kommen 40 Gramm PD55 bleibt noch im Innendienst Kommen Ja, von Negativ sind wir eigentlich abgeholt haben Somit kommen Heute ist nichts mit Innendienst Nee, heute nicht Heute haben wir genug zu tun Schöne, sechte Drehung, muss ich sagen Was ist denn da unten los? Die sieht komisch aus, oder? Wie die stehen Aber gut, oder was meinst du? Ja, deswegen Komm ich hier gerade Oh, Tandakos Und Tandakos 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 4131 aktiv Richtung MAPD Nee, ist ganz okay Ist ja deren Straße Von daher können sie ja machen, was sie wollen Nee, ist nicht deren Straße sogar Check und check Habe ich prüfen lassen Beim DOA Ist kein Privatbereich die Straße Ist kein Privatbereich Das heißt, wir könnten im Prinzip einfach reinfahren Ja Okay Hatte ich nämlich mal den Fall Habe ich nachgefragt Ist nichts bekannt Können sie rein Aber ist halt auch gefährlich So Weil Ach, ist das vom Regen jetzt alles so ein bisschen Ja, das ist vom Regen Komisch da unten Ich wundere mich schon die ganze Zeit So Was passiert denn da unten Da passiert gar nichts 4131 1090 MAPD Nixen wird sich Check Check Ist doch so ein Tieflieger Ich liebe das, ja Ich aber tatsächlich auch Glaub mir Ich weiß, wovon Früher im Einsatz immer Mirak Schnell rein, schnell raus Da musste ich auch immer Tiefliegen Ja Ich kann ja Combat landen Musste ich auch machen Hier für den Ich habe auch einmal in der Vargasgasse Auf dem Dach eine Combatlandung gemacht Mit SWAT Oh nice Einer ist aber am Haus runtergesprungen Oh nein Ich mache so eine geile Landung Richtig so zack drauf Alle raus, 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 raus Und einer sprang halt ein bisschen zu weit Und dann Ah Das war so witzig eigentlich Weil nichts passiert ist War es witzig 413 ist jetzt aktiv Ja, 413 Sie fahren direkt ins Verwahrhof an Da kommt in 5 Minuten Norländer Simms Und das war ein Auto rauf Ich bin jetzt hier im Golfclub drin Immer schön hier gucken, bis hier alles ordentlich ist Hier werden wohl Leute öfter überfallen Ja, da gucke ich ja gerade Ist gerade irgendwer am golfen Sieht man das gerade? Ich sehe niemanden Ich sehe auch niemanden gerade Ist halt auch dunkel Ich würde auch nicht im Dunkeln golfen Warum denn dunkel ist so geil? Gerade sportmäßig ist im Dunkeln Finde ich gar nicht mal so schlecht Also es ist wenigstens schön kühl Und die Sonne brennt eigentlich auf die Ans Gesicht so Man schwitzt nicht so schnell Aber du brauchst einen Leuchteball dafür und so Ja klar, das ist schon So ein Phosphorball 4-1-5 für Lightshipping Ach komm Afrodonis ist zu Was ist zu? Afrodonis Okay Penis-Ding hier rechts Was? Penis? Check 4-1-1 für Lightshipping Achso, Penris 4-1-5-1-3 kommen Penris-Ding Der Auftrag City Hall wird auch noch eskalieren heute Ich glaube auch Irgendwo wird heute was eskalieren Du fassen die City Hall an Entrollen sie da Die PD Maximus Ja Und passen sie da auf die Staatsanwälte vor Ort auf Der Maximus erklärt ihnen das Ganze, komm Achso Also wir werden hier eine Tankfüllung leer fliegen Und dann Das ist blöd, wenn wir die leer fliegen und dann tanken müssen Also nicht ganz leer fliegen, sondern so, dass wir noch gut ankommen Ja, auf jeden Fall Aber ich kann nicht mehr lange machen Alles gut, ich mache auch nicht mehr lange Wenn du außer Dienst gehst, gehe ich auch außer Dienst Dann lass uns noch zu den Boys hier fahren Fliegen Zu den Boys Zu welchen Boys? Covenant Street, DMG oder Rancho? Wie heißen die hier jetzt drauf zufliegen? Covenant? Ja, Covenant war unter uns gerade Hier rechts von uns Davis Murder Gang Die sind hier Die sind hier Auf der Ja Hinter uns halt quasi so Also Richtung Westen Ist das Parkhaus? Ich habe hier gerade keine Orientierung Ach da Ach so, ne Halt hier unter uns Die sind unter uns Ja, da vorne Hier wurden wir heute blöd angemacht Da hat der Wichser Ohne Witz Wir fahren hier so Wir bleiben stehen Ich war doch der Fahrer Siehst du, ich muss noch raus Aber es war schon ein bisschen witzig Wie der das gemacht hat, oder? Da wollte ich ihm natürlich keine Props zu geben Aber Ja, von seinem scheiß Fahrrad abspringen Das Fahrrad fährt Wochenzeit einfach Ich denke mir, hä? Was weiß ich denn da jetzt? Warum tut er das? Ich kriege aber auch auf, um eine 1010 anzubieten, komm So witzig Check, dass du so mitleidst, ne Ne Fährt ein Schlagen, GT Hast du was gehört bei dem einen, den wir gerade im Knast hatten, wo ich sagte Kokum, PD31 Und er so, ach, schön hier, das Putschikanäle Schönes Haus und so Hast du das gehört? Äh, jaja Hab ich gehört Falls ich morgen nicht wiederkomme Weiß ich Bescheid, wer es war Ja Ich glaube, bei mir wissen die schon auch, wo ich wohne Bin auch oft genug mit denen aneinander geraten Das Ding ist, ich könnte natürlich jetzt fragen, ob ich eine Waffe mitnehmen kann Aber ganz ehrlich, bringt ja nichts Das bringt das dann Und dann kommt die und dann muss ich schießen, dann machen die noch irgendwas Und die, das kann ich nicht mit oder nicht Oder sollte ich nachfragen bei sowas? Das könnte man mal mit dem Chief abklären, aber ich denke jetzt nicht, dass das viel Sinn macht, weil du hast ja auch keine Schutzweste dabei Aber ich könnte vielleicht einfach schießen und wegrennen Weißt du, wie ich das mein? Ja Einfach so, dass die vielleicht erstmal weggehen und ich kann wegrennen dann Also quasi Deckungsfeuer geben und dann halt weglaufen Weil ich hab gesagt, es werden hier jeden Tag Leute von uns angestochen Verprügelt Ja, zur Zeit ganz oft, das ist richtig schlimm Ich führe ja zur Zeit die Akte auch gegen die Aztekas wegen der Bedrohungslage von Moreno und Dorian Deswegen sage ich ja die ganze Zeit alle Informationen zur Bedrohungslage an mich Habe ich ja aufs schwarze Brett geschrieben Ja Kriegst du da was? Nö, es erinnert sich niemand Es gibt mir niemand Informationen Alle Informationen, die ich jetzt bekommen habe, habe ich mir selber zusammengesammelt Oder kriege ich von der Staatserwaltschaft? 411 Aktiv Richtung BPD Super Funktioniert super mit dem Informationsaustausch Ich verstehe es nicht, das kann man tausendmal sagen und es meldet sich einfach niemand Aber ich glaube, vielleicht mal morgen Abend wieder einfach so mit dem Overwatch bereitstehen Wir müssen ja nicht die ganze Zeit rumfliegen Auf dem Dach vielleicht bereitstehen, dass wir sofort losfliegen können Ja, ist meine Idee Dass wir bei Überfällen, wir sind direkt vor Ort oder so Das können wir ja mal morgen probieren, ob das was bringt 411 1020 gegen Jankan Philipp Check Air One 1020 La Puerta Helipad Ich tanke schnell Ja 438 Leitstädte kommen Hört sie kommen Status Standort kommen Aktiv Neves Putschipidi kommen Check Scheiß Kabel hier immer Also nicht Kabel hier Du weißt, was ich meine Der Schlauch Der Schlauch Der Schlauch Ich glaube, das wird teuer jetzt Warum? Wie voll war der Tank jetzt noch? Ein Drittel Uh, das könnte teuer werden Ich schätze mal so um die 1200, 1300 Dollar Nicht so viel habe ich selten getankt hier Wir sind schon bei 5... Ne, 525 Oh, okay Das geht Das geht schon klar Ja 518 1020 Palito Bay 518 411 aktiv Ja, dann fährt man wieder zurück Ja Dann gehe ich auch außer Dienst Das lernt man mit der Zeit Man kann jetzt entweder hierbleiben Und dann kommst du aber wahrscheinlich Vor morgens 4 Uhr nicht nach Hause Ja Man muss Irgendwann muss man einfach gehen Irgendwann muss es Ich kenne das selber Irgendwann will man einfach ins Bett R1 aktiv Richtung BPD Äh, wie läuft es? Wenn man selber nicht in der ASU ist Und keiner von der ASU da ist Aber man selber einen Heli-Schein hat Darf man dann fliegen? Ja Muss sie erlauben Das aber von Irgendeinem holen Also Chief wird sie dir auf jeden Fall geben Okay Und Commander auch Also Okay, weil Ansonsten Ich würde halt meinen Heli-Schein hier erneuern quasi Und Weil Aktuell ist ja wohl kein Platz mehr frei in der ASU Da sind gerade drei Dinger Plätze Belegt worden Ich glaube die neuen drei sind auch schon fest Ich bin aber nicht sicher Aber Wenn Not am Mann ist Dann geh zum Chief und sagst Dass du bei der Army Pilot warst Ob du das machen sollst Und so Dann hätte du ja sagen Ja Ich denke Ja Marines Ist das das gleiche? Eines nicht, ich weiß Aber Du darfst einen Marine niemals Army nennen, ne? Ich weiß Ich weiß War auch nicht extra Also böse gemeint Alles gut Aber Da sagt der Chief auf jeden Fall, ja Okay Ja gut Wie viel kostet eigentlich so ein Heli-Schein Ist die Frage Ja 25.000 Oh Das geht eigentlich Wird aber neu berechnet Kahl 438 Fert an Ja Warte Ich packe auch kurz mein Helm rein So 411 Fert an Was ist denn? Air1 10 20 Wie bitte die Air1 Löst sich auf Ciao W Wir haben eine weitere Streife hinter uns Welche Streife ist das? Kommt Ja das sind wir kommen Break 2 Personen noch im Laden drin Fahrzeug befindet sich hier vor Ort Eine Person flüchtet Nein, ist sie bei mir Eine Person flüchtet fußläufig Die andere Person fährt jetzt mit einem Washington Blau Washington Richtung Norden Ja 438 Aktive 10 Mit dem Washington Weitere Personen Flücht häufig am Entfernen Wir fahren Wir fahren Den Zwei fußläufigen Teil Aktuelle Richtung Süden Haben wir denn Washington noch im Blick? Ja noch im Blick 438 Aktive 10 60 Aktive 10 60 Pilbox Händel durch Arcadius Tower jetzt Brücke bei Arcadius Tower Fahrtrichtung auf die Brücke Abgebogen Richtung Norden Fahrzeug Da kann ich jetzt eh nicht Zwischengrätschen Von daher Sag ich doch gar nichts Okay Dann ausstempeln Ich hab jetzt mal nicht in den Funk Reingrätschen wollen Kann ich kurz hinterkommen? Äh ja mach ich Mhm Dann drehe ich mich schnell aus Also Nachi und ich Gingen in geschlossen Aus der Dienst Ja Alles klar Passt auf ihr auf Stay safe Ja Ciao Ciao Ich hoffe das war das Kennzeichen Nee Nicht ganz Aber das ist Schwierig Aber das Das O war ein Q Aber es war genau das Was ich gesucht habe Das ist mir gerade sehr geholfen Ja das ZR-Camp Schlecht aus der Luft Ey ich weiß das schon Okay Alles klar Kann ich auch Streifenuniform anziehen Oder wie sieht's aus Naja Das macht's heute ab Wir sind dazu angehalten Alles klar Dankeschön Euch auch Ciao Ciao Mathane Shh Also Auf przep nhất त ires Vielen Dank. Vielen Dank. Warte mal, ich könnte eigentlich mal kurz zu Pegasus hochfahren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar, dann würde ich mal ganz kurz vorbeikommen, ja? Ja, sehr gerne. Wunderbar, alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich. Und dann bis gleich. Vielen Dank. So, dann gehen wir jetzt noch eben ganz kurz Fahrzeuglacken. Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher, ob ich mich ausgestempelt habe. Nicht eingestempelt, wunderbar. Ich bin jetzt nicht eingestempelt. Ich bin jetzt nicht eingestempelt. Okay, ist zu. Ich bin jetzt nicht eingestempelt. Ja, ja, ja. Ich mache mal ein bisschen Musik an hier. Spotify. Ich bin jetzt nicht eingestempelt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die ones who hurt my cries and watched you Und I know that Die is getting all around to me The lights are back and down to me That's all I'm watching Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Someone take me home Take this off my shoulders Someone take me home Someone take me home To a place where even if there's no closure I'm still safe I still ache from trying to keep pace Somebody give me a sign I'm starting to lose faith I'm tired of my dreams I'm tired of my nightmares How did I lose it when I was right there Now I'm so far That feels like it's all gone to pieces Tell me why or why I'm at a fight spare So, nach dem EP werde ich mir gleich noch was zu essen machen Ich mache gleich meine Pizza selber Und dann gibt es eine leckere Pizza Vorbei, Pizza jetzt gerade eher weniger Aber worauf ich Bock hätte, wäre Ähm Ofenkäse habe ich mir heute geholt Darauf hätte ich mal richtig Bock wieder Das mache ich mir glaube ich auch nachher So, dann rufe ich jetzt nochmal an Weil ich glaube die 10 Minuten sind vorbei, oder? Ja, fast Komm, rufen wir nochmal an Probiert Ein wunderschön Ich habe gerade schon angerufen gehabt Ob sie vor Ort sind Sind sie jetzt schon da, oder? Ja Ja, 5 Minuten Wir brauchen noch Wir sind schon auf die Wege Okay, alles klar Ich warte schon da Okay Ja, wir beeilen uns Alles klar Wunderbar, dann bis gleich Bis gleich Ich versteh's nicht ganz Bradley und Fox sind beide keine Sargents Sind aber trotzdem in die Academy gekommen Und ich muss den Rang Sargent erreichen Um Instructor zu werden Und das versteh ich nicht ganz Ich versteh den ganzen Sinn dahinter nicht Tatsächlich Da sitz ich auch nur da und schüttel meinen Kopf Und denk mir, hä, könnt ihr euch jetzt mal entscheiden So Ich versuch jetzt irgendwie Nebenbei Alles zu schaffen mit Der ESU Und versuch auch gleichzeitig Den Rang Sargent zu erreichen Aber schwierig Wirklich, wirklich schwierig tatsächlich Ich brauche nochmal eine Energy Tatsächlich Uh, da läuft der weit ab Muss ich auch aufpassen Na ja Da werde ich halt das mit dem Instructor so machen Dass ich den Rang Sargent erreiche Da werde ich jetzt darauf hinarbeiten Da brauche ich jetzt nur die ganzen Module dafür Und, äh, ja Dann werde ich halt Instructor so bei der Academy Aber vorher geht es wohl nicht Anscheinend Sergeant Nolan Ich komme immer noch nicht drauf klar Dass gesagt wurde Dass er wohl der gerobte Kopf Ich glaube, der hat mich noch mit Seiler Also, der hat Nohle noch mit Seiler verwechselt Und, äh, ja Ich glaube, morgen werde ich dann nochmal zum Friseur gehen Und mir wieder die Haare so machen lassen Dass er wieder einzigartig ist Weil das, äh, die Dieser Ero-Käse war halt so Keine Ahnung Hat halt niemand anders Im PD Und Nolan hat das halt eben Und diese Frisur hat jeder Und dann wird das halt eben collateral Und dann wird das kind der Ich schwebe ein bisschen in der Luft. Ich schwebe ein bisschen in der Luft. Das ist irgendwie ungewohnt mit dieser Frisur, ehrlich jetzt. Das ist nicht direct. Nee, das ist nicht direct. Huhu, Alea. Meinst du, dass es direct widerspiegelt oder eher weniger? Aber ich glaube nicht. Also ich finde, das ist nicht direct. Ich bin gerade außer Dienst gegangen, jetzt lasse ich mein Fahrzeug lackieren und dann gehe ich, keine Ahnung, offline oder so. Ich wollte mich noch ein bisschen hinstellen. Die andere fand ich ja nebenbei so, ja ne, mir geht es irgendwie gerade auch so. Die stand ihm irgendwie besser als jetzt die hier, weil die hat irgendwie gefühlt jeder. Außer Dienst gegangen, das ist die richtige Entscheidung. Ja, ne? Nachi und ich sind gleichzeitig außer Dienst. Ich habe solche Kopfschmerzen nach der Scheiße heute, das sieht halt jetzt aus wie jeder andere. Ja, ja klar, Moment. Ja, dann werde ich mit ihm morgen nochmal zum Friseur gehen und mal die Haare schneiden lassen, dass er wieder ein Derek wird und kein, keine Ahnung was. Was war heute denn los? Oh, viel. Aktuell haben wir Gefahrenstufe Alpha. Gute Nacht. Ich denke mal wird Lackierung gehen. Ja, richtig. Wollen wir mal schauen, was an Lackierung geht. Mhm. Und Folierung eventuell etwas Schönes draus machen. Mhm. Ja, schauen wir gerne durch. Ich mache mal Werkstatttor auf. Ja. Am besten da mal reinfahren. Okay. Dann schauen wir durch. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Dann schauen wir mal wieder. Ja. Hier ist der Mittiger am besten. genau so ich habe mein Tablet geholt für die Wimach schon irgendeine Vorstellung oder ich würde tatsächlich erstmal nach Folierungen schauen was ihr da so da habt ja diese nee das soll kein Zebra werden sieht schon mal gut aus die normale Eye-Walkan-Logo hübsch-schwarz macht sich glaube ich auch gut auf eine schwarz Candybox diese gibt ne weniger also das würde mir tatsächlich am meisten gefallen die Folierung das hat was merken wir uns mal mhm war es da schon eine Verlierung die waren alle ok dann würde ich tatsächlich die eine Verlierung nehmen weil groß lackieren will ich da nicht da würde ich auch gar nicht mehr wie gesagt da ist eigentlich alles ich schau nochmal rum aber die tagt da gar nicht so ziemlich alles ab ja eben deshalb also wenn ich jetzt lackieren lassen würde dann würde es mir halt gar nichts bringen man sieht die Farbe darunter nicht ne genau deswegen ich würde tatsächlich die hier nehmen ging recht schnell ja schaue ich mal auf was die kommt jetzt bin ich mal gespannt was ihr für Preise habt früher waren es glaube ich um die 2500 Dollar oder so wie wir gezahlt haben ich glaube mein RDP ist gerade abgestützt ja also früher hat man 2500 Dollar gezahlt das ist noch die unser Mikro ist so übel ja aber ich sage dazu nichts man versteht ihn trotzdem da könnte ich schon mal das ist ja Irgendwann, wenn ich langweilig habe, melde ich den mal, sollte ich AP mit dem haben. Ja, kannst du machen, also ich würde jetzt nichts melden oder so. Guten Abend. Guten Abend. Um die Folie geht's oder was? Ja. Dem ist ein ADP, ist gerade abgestürzt. Ach so nass. Wir haben gerade eine ausgewählt, aber ja. Ich weiß welche, die kennen die... Moment, schau mal gerade. Ich hab's gesehen. Die hier, ne? Ja, genau. Wie viel würde denn Summa summarum kosten? Guck ich mal. Jo, schauen wir. Ein Eye Wagon. Ein Eye Wagon, richtig. Lackieren lassen sie nicht, ne? Das geht ja mit der Folie, da ist ja komplett Folie rum. Ne, bringt eh nichts mit der Folie. Äh, da sind wir hier beim Eye Wagon, ich glaub das... Doch, der muss sein Mikro ändern, wir kommen da wegen der Einreise echt Krampfe. Ja, aber ich glaub, der ist mit dem Mikro auch eingereist und durfte so auch rein. Ich glaub, der kann's nicht besser, tatsächlich. Da wären wir bei 3125 Dollar. Pegasus, Motor Parts, Kennedy, hallo. Wäre ich da gewesen, hätte er deinen Rohr bekommen. Ja, verständlich, klar. Wäre ich auch da gewesen, aber er ist halt auf dem Server, ne? Das kann man jetzt nicht direkt rückgängig machen. Der ist damals durchgekommen mit dem scheiß Mikro und jetzt steht er da. Okay, hier drin gibt's Lichtprobleme. Im bestimmten Winkel sieht man das Licht nicht mehr. Also ich versteh schon, tatsächlich, mit dem Mikro. Also, dass er da draufkommt, wundert mich ehrlich gesagt auch, weil ich kenn ihn nur mit dem. Oh, eine Sekunde, ich geb kurz den Schlüssel raus und Sie können sich noch überlegen, ob Sie das machen wollen oder nicht. Ich, das steht schon fest, ich würde da irgendwas Schickes haben. Ja? Nicht nur dieses triste Grau. Okay. Ich bin nochmal in einer schnellen Entscheidung. Alles klar. Also melden kann man ihn schon mal, würde ich auch machen. Ach da, da ist er wieder. Meine Kollegin hat schon gesagt, 3700 irgendwas Dollar. Perfekt. Ja? Den Fusillate hatten die bei dir bezahlt, ne? Der Fusillate sollte bezahlt sein. Mal schauen. Mal schauen. Da ist noch kein Nähnchen dran. Mhm. Genau, der ist bezahlt, ja. Okay, dann gebe ich den Schlüssel raus. Der Herr nimmt die Folierung, sind 3125 Dollar. Ich brauche gleich eine Bestellung. Das ist ein Dich. Da ist noch ein Dich. Ich brauche gleich mal eine Schlüssel. Mein Wagen. Dich, ja. Der Mann hat eine Schallierung. max normen auch schon angelegt perfekt so ist angelegt mit der arbeitszeit würden wir auf 3275 kommen 3255 ja gut passt schon genau die arbeitszeit müssen immer noch mit einrechnen richtig okay ja jetzt habe ich jetzt mit 3275 dollar rumlaufen sich so aus aber ich mag diese folie auch super gerne auf dem auto also es gibt auch andere schöne verlierungen aber die ohne große noch was zahlen zu müssen 3275 warum nicht das nächste was sie machen sollten wäre dann eine scheibentönung würde ich vorschlagen bei der verlierung ja aber das hat ja zeit das macht ihr auch gleich mit das können wir auch direkt mitmachen kostet aber da noch mal 1000 dollar drauf das ist das ding das ist nicht das problem okay das wäre dann einmal die scheibe also so schwarz wie möglich also das ist 75 prozent legal alles gut den rest dürfen wir leider nicht gefällt mir nämlich so sind dann 4275 richtig ungefähr 1000 dollar sein genau 4275 okay einmal karte daraufhin eingeben und so perfekt sehr schön kriegt jetzt von mir noch die schlüsselkarte so bitteschön was passiert ich schaue gerade wie lange wir circa brauchen werden mit den laufenden aufträgen aber bekommen wir morgen 8 uhr vormittag ab da sie können abholen morgen 8 uhr vormittag ja gut da werde ich sowieso noch umdrehen ich muss dich befördern gut das ist eine sache da wünsche ich mich ein alles klar dann wünsche ich ihnen noch einen schönen abend kommen sie hier weg oder das ist nicht das problem alles gut okay alles klar dann wünsche ich einen schönen abend passen sie auf sie auf hier ja gleichfalls tschüss ach so sie haben gar nicht meine nummer oder brauchen sie den kunden angelegt ich war schon drinnen also sollte ja sie haben ja bei uns das auto gekauft nämlich an das ist über die pacific stand-up bank gewesen tatsächlich ah ok dann hast du den kunden noch nicht angelegt wahrscheinlich max norman 201 681 ich bin nicht max norman gut dass wir das geklärt haben eigentlich wie das solltest du mich kennen jetzt wirds peinlich jetzt wird's richtig peinlich Wir hatten ein wunderbares Gespräch. Mehr darf ich aber nicht dazu sagen. Wieso nicht? Wurde sehr intim. Victor weiß, um was es geht, aber ich darf nichts ausplaudern. Nolan war das, ne? Ja, richtig. Jetzt darfst du raten. Jetzt klingelt's, ne? 5, 5, 5. 4, 4, 1, 4, 3, 8. 4, 3, 8. Genau. Das hier noch an. So. Ich meine, das Fahrzeug wurde zwar über Pegasus gekauft, aber nicht über mich direkt, sondern über die Pacific Sunbank. Das ist immer noch ein Kreditding. Da haben wir sie nicht als Kunden drin, das ist immer das Problem. Ja, richtig. Nächste Woche. Aber jetzt wurde es peinlich, Victor. Ja, ich habe noch ein Kredit bekommen. Gut, alles klar. Dann jetzt aber einen schönen Abend. Vielen Dank, wünsche ich noch. Ja, passen Sie auf Sie auf. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Wir warten jetzt mal eben kurz, ob die zurückrufen. Tschüss. Tschüss. Ansonsten. Warten wir mal ganz kurz. Okay. Okay. Alice Taxi, hallo. Eine wunderschöne Name. Und zwar bräuchte ich ein Taxi einmal zum Pegasus Motorworks. Okay. Wie viele Personen? Eine. Mich. Eine. Alles klar. Gut, dann bis gleich. Wunderbar, bis gleich. Ciao, ciao. Tschüss. Bei der Musik bin ich raus. Ja, das ist halt meine Musik so, also was ich so höre. Ola, Jeneth. Die gute Mia Davis. Die ich zuerst gar nicht null, die ich halt null erkannt habe zuerst so. Ich habe dich nicht erkannt, hä? Ja. Ja. Ja, mir geht super. Ich habe immer noch so ein bisschen Schmerzen, aber es geht schon, es wird. Das Wochenende war lang, aber schön. Ja, Schmerzen, meine Füße brennen immer noch. Ich bin so viel gelaufen, so viel bin ich schon lange nicht mehr gelaufen. Ja, was auf der Games kommt? Nee. Aber wir waren viel in Köln unterwegs. Nach dem Event waren wir auch noch unterwegs. Und Freitag? Ja, Freitag und Samstag. Ich sage jetzt nicht, dass du vergessen hast, wer ich bin. Ich bin kurz vor drei rausgeworfen worden. Ja, ich weiß. Da waren wir noch bis, keine Ahnung, halb sechs oder so. Also fünf, halb sechs um den Dreh waren wir noch unterwegs. Und haben was getrunken. Glück gehabt, hast du sie noch gerettet hier. Ich fahre auf dem Taxi, alles gut. Wir können sie auch mitnehmen, wir haben noch einen Platz frei. Nee, alles gut, alles gut. Okay. Da kommt es nämlich gerade. Ja, wo darf ich sie hinbringen? Wo man mich hinbringen darf. Mich darf man hinbringen zu einem Ort, wenn sie mir das Navi mal bitte hintergeben. Achso, ja, natürlich, bitteschön. Wunderbar, vielen Dank. Dann tippe ich das einmal kurz ein. Das wäre nämlich hier, bitte. Dann gebe ich es einmal hier vor wieder. Das kriegen wir hin, danke. Ach ja, hier war ja scheinbar viel los. Ich hatte ganz viele Fahrgäste heute hierhin. Scheinbar war viel los, ja. Ja, ja. Ich war kurz nach drei im Bett und bin am nächsten Tag um kurz nach zehn nach Hause gefahren. Ja, tatsächlich bin ich um elf Uhr ausgecheckt am Sonntag. Ja, wie war Ihr Tag bis jetzt? Ach ja, ganz entspannt. Das ist doch ehrlich, das muss doch auch mal sein. Ja, klar. Ich meine, die Wäsche unentspannt machen, so weißt. Ja, genau. Kommt man ja sonst nicht zu. Ja, richtig. Sonst hat man ja nie saubere Wäsche. Ja, das wäre schrecklich. Dann ist ja auch noch der Knitter, die muss man auch noch bügeln. Ja, das dauert auch immer so lange. Ja, richtig. Und dabei noch den Fernseher nebenbei laufen lassen, ganz entspannt. Ja, genau. Eine schöne Tankstellen-Doku, die gucke ich ganz gerne. Ja, richtig, genau. Oder Dokus über Katzen. Ja, auch immer gerne gesehen. Kam nämlich heute auch. Ja, habe ich verpasst. Ja, weil ich wieder so viel gearbeitet habe. Ja, das ist so ein Bezahlsender. Ach so. Ja, ja, ich zahle Geld dafür, dass ich da schöne Dokus anschauen kann. So, was kriegen Sie denn? Das sind 5 Dollar einmal nur. Einmal nur 5 Dollar? Ich hätte mir nicht mehr gerechnet. Die große Fahrt zum kleinen Preis. Ach, ich danke Ihnen. Kein Problem. Dann fahren Sie vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Alles klar, schönen Abend. Tschüss. Klingt nach dem, was ich heute im Bügel-Life gemacht habe. Ja, also ich habe am... Ach so, du meinst, deswegen bügeln und Wäsche waschen. Ja, ich wollte mir jetzt nicht sagen, dass ich Polizist bin. Weil Derek den LS-Taxi-Leuten nicht so ganz vertraut. Auf jeden Fall, am Sonntag um 11 bin ich dann erst ausgecheckt, weil wir noch bis um... Das Krasse ist, wir waren ja noch bis um 5 Uhr morgens unterwegs. Oder sogar länger teilweise. Ich habe jetzt nur noch 5 Uhr im Blick ungefähr. Habe ich um 11 Uhr ausgecheckt, nach 3 Stunden Schlaf ungefähr. Und sind wir, ja, mit dem Auto, also Mike Jäger, Katie Baker und ich sind dann halt im Auto runtergefahren bis nach Karlsruhe. Ne, mir geht es allgemein um ein ganz elles Taxi. Tatsächlich. So, dann schreibe ich hier einmal kurz zurück. Äh, äh, wie seid ihr? Und andere. Ich kenne jetzt nicht alle Namen auswendig, das waren einige. Also unter anderem hier Zach und Katie Baker und Mike Jäger und, äh, zwei Mods von Lamy tatsächlich, ähm... Wer war noch da? Und gefahren bis nach Karlsruhe von Köln aus, ähm... Sind wir tatsächlich zweieinhalb Stunden von dort aus, äh, bis nach Karlsruhe von Köln aus. Äh, sind wir zweieinhalb Stunden gefahren. Ähm, und von dort aus haben wir uns dann halt so getrennt. Mike ist weitergefahren, Katie ist mit ihrem Zuge Richtung Süden gefahren und ich halt Richtung Stuttgart. So. 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 Zoom. So kein Vertrauen zu Helles Taxi, ja absolut, geht mir nicht anders, also geht Derek nicht anders, durch all das, was er halt eben erfahren hat über Helles Taxi und was dann schon halt mit dem zu tun hat, hoppalei, jetzt habe ich mich auch so gesehen gemutet, also das war es aber tatsächlich für heute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen dann zum neuen Stream, bis dahin und ciao. Was ist das? Musik Musik Musik